kasperle auf reisen eine lustige geschichte sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei mitten im walde stand irgendwo vor etwa hundert jahren ein altes haus wie alt es war wußte niemand ganz genau die leute in der umgegend sagten ein paar hundert jahre könne es schon stehen früher war der wald drum herum groß und weit gewesen man hatte sich recht darin verlaufen können dann waren die dörfer näher gerückt am rande war viel abgeholzt worden und vom uralten häuschen führten schließlich drei straßen ins land überall da wo die straßen endeten lag ein dorf im osten schönau im süden lindenhof und im westen war eins das die leute protzendorf nannten dort wohnten lauter reiche bauern die arg hochmütig waren mit den bewohnern der anderen dörfer verkehrten sie gar nicht und die kinder aus protzendorf kamen auch nie zum waldhäuschen gelaufen das daten kinder aus den anderen dörfern nämlich sehr gern denn im waldhäuschen lebte ein holzschnitzer der gar wunderliche schnurrige dinge schnitzte kasperle schnitzer hieße er in der umgegend er schnitzte emsig den ganzen lieben tag lauter kasperle puppen und seine kleine frau annettchen zog die puppen an da saß manchmal eine bunte gesellschaft auf der holzbank im waldhäuschen und die kinder aus schönau und lindendorf kamen oft gelaufen sich die kasperle puppen anzusehen sie erfuhren es immer wenn wieder eine anzahl puppen zum verschicken in die weite welt fertig waren liebetraut des kasperle schnitzers pflegetochter kam dann geschwind in eins der dörfer gelaufen und sagte es den kindern denn das mädchen war mit allen kindern gut freund ja manchmal hängte liebetraut vor eins der kleinen fenster im waldhäuschen einen roten vorhang dann spielte sie mit den puppen den kindern etwas vor und das ganze kleine waldhaus war umjauchzt von lachen den kindern wurde das abschied nehmen von den kasperle puppen immer sehr schwer doch sie wurden in eine große kiste gepackt reisten in die weite welt hinaus und keine kehrte mehr ins waldhaus zurück in lindendorf und schönau wußten die leute nicht viel davon daß der kasperle schnitzer eigentlich ein berühmter mann war aber auf den jahrmärkten und messen im weiten deutschen land und darüber hinaus da war sein name bekannt und jeder der ein kasperletheater besaß schätzte sich glücklich wenn er puppen hatte die von dem meister friedolin geschnitzt waren alle sagten es weit und breit seien keine lustigeren und vergnüglicheren puppen zu finden und angezogen waren sie eipotz wetter frau annettchen und liebetraut wußten für die kittelchen und mützchen immer wieder etwas neues zu ersinnen ganz wundernett putzten sie die puppen heraus es ging friedlich und fröhlich zu in dem kleinen waldhaus reichtümer gab's nicht darin aber hunger brauchten die bewohner auch nie zu leiden meister friedolin selbst war ein stiller mann er saß von früh bis spät bei seiner schnitzarbeit aber er hörte es gern wenn seine frau annettchen lachte und liebetraut sang von draußen rauschten die bäume herein der vögel stimmen erschallten und frau annettchen sagte manchmal so schön wie bei uns ist es nirgends die blonde liebetraut war auch ein rechtes sonnenkind woher sie gekommen wußte niemand ein wanderbursch hatte eines tages im herbst ein kleines bündel ins waldhaus gebracht und gesagt ihr frau das habe ich draußen auf der straße gefunden aus dem bündelchen hatten frau annette zwei große blaue augen angestrahlt und da hatte die gleich gerufen o so ein liebes trautes kindle das möchte ich gleich behalten und beim behalten war es geblieben niemand wußte wem das kind gehörte niemand kannte seine eltern da taufte der pfarrer in schönau die kleine auf den namen liebetraut und meister friedolin und frau annette wurden ihre eltern das war aber schon lange her inzwischen war liebetraut ein hübsches großes mädchen geworden an dem seine pflegeeltern eine rechte herzensfreude hatten auch liebetraut fand im waldhäuschen sei es am allerschönsten in der welt mit den gasperlepuppen hatte sie immer ihren besonderen spaß sie sagte oft schade dass sie nicht lebendig sind und wie sie das einmal wieder sagte an einem rechten wintertag war es draußen schneite es in großen flocken alle wege waren schon verschneit und um das waldhäuschen brauste der sturm da sagte plötzlich der sonst so stille friedolin einen lebendigen kasper hat mein ur 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 großvater besessen darauf mußte liebetraut herzhaft lachen aber der meister belehrte sie ganz ernsthaft nein nein kind darüber ist nicht zu lachen das ist wahr du weißt es doch daß mein ur 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 großvater schon ein holzschnitzer war und hier im waldhause gewohnt hat der hat nun freilich keine kasperlefiguren geschnitzt sondern heiligenbilder und feine schöne dinge für den hausrat wie die uhr rief liebetraut dazwischen sie schaute auf die alte kastenuhr die ein zierliches schnitzwerk umrangte da gab's bäume und blumen und allerlei getier des waldes der meister friedolin nickte ja freilich sagte er die uhr hat man angeschnitzt und sonst noch allerlei für kirchen und schlösser er war ein angesehener mann und sein schnitzwerk hatte großen ruf da ist er dann auch manchmal über land gegangen und hat da und dort wochenlang gearbeitet auf manchem großen schloss ist er gewesen er hat alleweil gesagt schön sei das schon auf einem schloss wohnen aber er bleibe doch lieber in seinem waldhaus und einmal da ist er wiederum auf der heimreise gewesen und weil er solche sehnsucht nacht zu haus gehabt hat er sich recht gesputet der wald der damals unser kleines haus umgab war viel größer als jetzt bei nachtzeit ist es nicht recht geheuer darin gewesen und es hat sich selten jemand getraut in der dunkelheit durch den wald zu gehen mein ahn aber hat gedacht ach was mitten im wald liegt ja mein haus bis dahin werde ich schon kommen es ist ganz heller mondschein gewesen wie silber ist es an den hohen bäumen herunter geflossen und die waldwiesen haben ordentlich geglänzt da in dieser stillen helle hat man ahn auf einmal ein sonderbares geräusch gehört als ob jemand lachte so hat es geklungen er ist stillgestanden und hat sich umgeschaut und auf einmal sieht er einen ganz wunderfitzigen kleinen kerl auf einer lichtung immer purzelbäume schlagen flink ist er hingegangen und schwipp schwapp hat er das kerlchen am hosenboden gepackt das war nun allerdings ein närrischer kumpan den er da erwischt hatte so groß wie ein büble von sieben bis acht jahren ist er gewesen das bürschchen hat eine große hakennase gehabt und einen riesengroßen mund auf dem kopf hat es eine feurrote zipfelmütze getragen mit lauter goldenen glöckchen dran dazu hat der kleine kerl ein ganz buntes kleid angehabt das aber so zerrissen gewesen ist als hätte er schon fünfzig jahre auf dem leibe wer bist denn du hat mein ahn gefragt der kleine kerl hatte erst sein gesicht ganz wunderlich verzogen und zum antworten so keine rechte lust gezeigt doch weil mein ahn ihn mit einem gar festen griff hielt hat er ihm endlich doch auskunft gegeben es sei ein echtes rechtes lebendiges kasperle hat er gesagt hoch im norden habe er bei einem berühmten magier gelebt der dort in einer alten stadt ein uraltes haus besessen habe der magier habe ihn immer fest verschlossen gehalten und oft seinen rechten spaß an ihm gehabt aber das einsame leben in dem uralten hause sei ihm dem kasperle langweilig geworden und eines schönen tages als der magier nicht alles fest verschlossen gehabt habe sei er ausgerissen seit vielen jahren treibe er sich nun in der welt herum jahrelang sei er hofnah bei einem fürsten gewesen dann habe er auf messen und märkten sein wesen getrieben mein ahn dachte bei sich ein richtiges kasperle zu finden ist ein schönes ding den nimmst du mit heim und er nahm den kleinen der auch ganz gutwillig folgte mit sich in das waldhaus dort hat das kasperle nun viele jahre gelebt mein ahn hat angefangen nach seinem gesicht puppen zu schnitzen und weil das kasperle die sonderbarsten und merkwürdigsten gesichter ziehen konnte sind die puppen ganz besonders gut geraten bald wollten viele leute solche kasperle puppen haben und als schließlich mein ahn starb und sein sohn an seine stelle trat gab der es auf anderes schnitzwerk zu machen sondern schnitzte nur noch kasperle puppen so ist es denn auch geblieben der sohn lernte immer vom vater die kunst und wenn ich selbst einen sohn hätte sollte mir der auch kasperle schnitzer werden meister friedolin schwieg und liebetraut fragte ganz aufgeregt aber das kasperle vater wo ist denn das kasperle geblieben der meister schnippelte nachdenklich an einer puppe herum ja wenn ich das wüsste brummelte er mein großvater selig hat's noch gewusst aber der ist eines tages so schnell verstorben und mein vater ist damals noch ein ganz kleiner junge gewesen da hat er das geheimnis nicht erfahren mein großvater soll seinem freund gesagt haben aber wer der gewesen ist und wohin der gekommen ist das weiß kein mensch jedenfalls ich hab das kasperle meinen lebtag nicht gesehen und mein vater selig auch nicht oh wie schade rief liebetraut wie wäre das lustig und vergnüglich hätten wir ein richtiges kasperle hier der meister schmunzelte das glaube ich wohl du tollkopf sagte er das könnte dir gefallen ihr kasperle den ganzen lieben langen tag hier im häuschen herum jetzt kommt er schon wieder unterbrach auf einmal frau annettchen das gespräch sie schaute ordentlich etwas ärgerlich zum fenster hinaus der gast der draußen ankam schien ihr gar nicht zu gefallen aus einem schlitten der vor der haustür hielt stieg ein dicker mann in einem pelzrock der schüttelte sich erst draußen etwas den schnee ab dann kam er in das häuschen er öffnete die tür zur wohnstube und schrie laut und sehr freundlich guten tag sein gruß wurde sehr kühl erwidert liebetraut lief gleich davon und die sonst so freundliche frau annettchen sagte gar nichts das schien ihm des herrn pumpel der ein händler und hausierer war gar nicht anzufechten er setzte sich auf einen stuhl und fing an mit seiner lauten lärmenden stimme allerlei zu erzählen dies und das von seinen fahrten von seinen geschäften was er alles kaufte und verkaufte und da sagte auf einmal frau annettchen ganz laut und streng unsere alten schränke kriegen sie aber doch nicht herr pumpel in unserem häuschen wird nichts gerührt und gerückt solange mein mann und ich leben na 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 brummte herr pumpel er zwinkerte mit den augen und sah aus wie jemand der sich eben sehr geärgert hat gell fridolin rief frau annettchen unsere schränke kriegt herr pumpel nicht ivo der meister schüttelte bedächtig den kopf ich habe einmal nein gesagt und dabei bleibts da wußte herr pumpel er war wieder einmal vergeblich gekommen und nach ein paar augen blicken nahm er abschied und fuhr brummend und verstimmt wieder davon kaum ware zum zimmer hinaus da steckte liebetraut den kopf zur türe herein und fragte froh ist er wieder weg hat er wieder die alten schränke gewollt frau annette bejahte und dann redeten die drei bewohner des waldhäuschens von herr pumpel und warum der in aller welt nur ihre alten wurmstichigen schränke kaufen wollte schon sein vater hatte das gewollt aber da hatte meister friedolins vater nein gesagt und jetzt sagte meister friedolin auch nein die schränke um die es ging standen im obergeschoss des häuschens sie waren uralt zeigten ein wenig schnitzwerk waren aber von keiner besonderen schönheit sie hatten wohl immer schon an ihrem platz gestanden und sollten weiter dort stehen mochte herr pumpel so viel darum gefahren kommen wie er wollte gut daß er wieder weg ist rief liebetraut sie rückte ihr stühlchen dicht neben meister friedolins platz nahm ein schwefelgelbes puppenröckchen in die hand um daran zu nähen und bat vater friedolin erzähl doch noch was von deinem ahnen der das gasperle fand und meister friedolin schnitzte und erzählte dazu frau annettchen und liebetraut nähten und alle drei fanden wieder einmal nirgends auf der ganzen welt könne schöner sein als in ihrem uralten waldhäuschen ende des ersten kapitels der alte schrank herr pumpel fuhr ganz bitterböse davon er ärgerte sich gewaltig daß er die alten schränke nicht hatte haben können er brummte und schallte darauf so viel daß sein kutscher dachte was er nur an den alten schränken hat immer wieder fährt er danach ich denke beinahe es wird etwas besonders damit sein vielleicht steckt ein verborgener denn sonst fährt doch wirklich kein vernünftiger mensch bei einer solchen kälte in den wald es war wirklich sehr sehr kalt und es blieb noch viele tage so auf einmal aber kam der tauwind der fing ein gewaltiges blasen an und da schmolz der schnee und lief davon heidi weg war er um das waldhäuschen sauste und brauste es mächtig in diesen tagen aber liebetraut lief trotzdem sturm immer wieder vor die türe steckte ihre kleine nase hinaus und rief jubelnd es riecht nach frühling ganz gewiss er kommt bald und dann patschte sie einmal draußen im feuchten wald herum und als sie wieder kam brachte sie für mutter annettchen die ersten schneeglöckchen mit das gab eine freude im waldhäuschen ein richtiges kleines fest wurde es denn auf den frühling freuten sich die waldhausleute immer und diesmal ließ sich der frühling gar nicht wie sonst manchmal sehr lange bitten er kam ganz geschwinde angezogen und bald konnte frau annettchen sagen nun heizen wir nicht mehr jetzt wärmt schon die frühlingsluft da wurden alle fenster weit aufgemacht und durch einen schlitz zwischen zwei großen tannen guckte die liebe sonne gerade in das häuschen hinein wunderherrlich war es liebetraut lief alle tage und pflückte frühlingsblumen damit füllte sie lauter bunte töpfchen und wenn die kinder aus schönau und lindendorf gelaufen kamen dann gefiel es ihnen noch besser als sonst im waldhäuschen putzniedlich fanden sie es und wären am liebsten gleich drin geblieben an einem dieser schönen frühlingstage war es da saß der meister fridolin noch fleißiger als sonst an seinem arbeitstisch es sollte in den nächsten tagen eine kiste kasperlepuppen in die weite welt gehen und einige figuren musste er vorher noch fertig schnitzen wie er so recht mitten in der arbeit war brach ihm an seinem schnitzmesser die spitze ab das war nun wirklich ärgerlich obgleich gerade frau annettchen vom frühling redete brummelte er noch eine ganze weile bis er sich endlich erhob um aus dem vorratsschrank ein neues schnitzmesser zu holen er stieg die alte treppe hinauf die unter jedem schritt ächzte und krachte just als wollte sie etwas aus vergangenen zeiten erzählen oben auf dem halbdunklen flur des oberen stockwerks standen ein paar alte große schränke das waren die welcher herr pumpel so gerne hatte haben wollen in diesen schränken wurde seit langen langen zeiten alles verwahrt was meister fridolin zu seiner kasperle schnitzerei brauchte an diesem hellen frühlingstag flitzte die sonne auch durch das kleine flurfenster die beiden schränke bekamen einen schein von ihrem lichte ab das kam dem meister fridolin sehr zu passen er öffnete erst den einen schrank und als er das gesuchte darin nicht fand tat er den anderen auf weil es gerade so hell war kramte er ein bisschen in den schränken herum er sah nach ob dies und das noch da war und dabei fiel ihm auf einmal in dem einen schrank auf dass auf der einen seite ein spälzchen offen war na nun dachte er der schrank wird wohl alders schwach und platzt noch gar er schob zog ein bisschen an dem spalt und da ging auf einmal ein türlein auf und der meister fridolin sah zu seinem erstaunen in einem schmalen fach eine figur stehen die war etwa so groß wie ein sieben bis achtjähriger pup die hatte er doch noch nie gesehen der meister schüttelte erstaunt den kopf wo kam das ding nur auf einmal her endlich aber fasste er danach und zog die puppe aus dem fach heraus und wie er sie so anfasste war es ihm als rührte sich die gestalt er stellte sie flink auf die erde und sah sich das ding an nein so etwas rief er das ist ja wirklich ein kaschperle kaum hatte er das gesagt da fing der kleine kerl an sich zu schütteln und zu bewegen er nickte mit dem kopf hob die arme und eine dicke dicke staubwolke ging von ihm aus der meister nieste der sonderbare kleine kerl nieste und frauenettchen die das unten hörte rief fridolin du kriegst wohl einen schnupfen die stimme von unten schien das männlein aus dem schranke ganz munter zu machen er fing auf einmal an zu lachen und hopps hallo lief es die treppe hinab der meister fridolin starrte dem dinge höchlichst verwundert nach er konnte sich die sache gar nicht erklären und niesen musste er immer wieder er nieste und nieste und inzwischen polterte unten das kleine seltsame ding in die wohnstube hinein frau annettchen schrie laut auf vor entsetzen und liebe traut die gerade mit blumen in der hand in das zimmer trat ließ die erschrocken fallen o du meine güte rief frau annettchen was ist denn das für ein pop hans der kleine kerl blieb mitten in der stube stehen er sah sich rund um schüttelte den kopf und wieder flog eine dicke staubwolke auf hatzi hatzi nieste er frau annettchen nieste liebe traut nieste und meister fridolin kam niesend in die stube hallo da ist das ding rief er und packte den wunderlichen gesellen jemine das sieht ja beinahe wie ein kasperle aus ich bin doch kasperle sagte der kleine kläglich wo ist denn die madame erdmute und der meister ephraim was schwätzt du da meister fridolin schlug sich plötzlich mit der hand vor die stirn das waren ja meine urgroßeltern heiliger bim bam ich glaube gar das ist das verschwundene kasperle du er schüttelte den kleinen daß der staub nur so herumflog besinne dich mal wie bist du denn in den schrank gekommen und was hast du drin gemacht ich hab doch geschlafen der kleine gehnte laut und auf einmal fing es in ihm an ganz erschrecklich zu knurren das rumpelte und pumpelte wie die wackersteine im magen des schlimmen wolfes jammerte er ich hab solchen hunger ach so schrecklichen hunger um himmels willen schrie frau annettchen der stirbt ja noch vor hunger wer weiß wie lange der nichts gegessen hat kann sein bald hundert jahre murmelte meister fridolin nunu das ist doch nicht möglich daß der so lange im schranke gesteckt hat hunger au au ich hab so schrecklichen hunger schrie der kleine gast und da rannten mutter annettchen und liebetraut erschrocken in die küche und brachten herbei was nur da war brot wurst butter milch und alles stopfte der wunderliche geselle in seinen großen mund er schluckte und schluckte wurde zusehends dicker bis er endlich beide backen aufblies und sehr vergnügt rief ich kann nicht mehr na das ist dein glück sagte meister fridolin so eine esserei hab ich mein lebtag nicht gesehen aber nun sag mir mal du kasperle heiß ich rief der kleine also gut du kasperle wie bist du denn in den schrank gekommen kasperle riß seine augen weit auf den mund dazu dann seufzte er schüttelte sich wieder und murmelte ich weiß nicht aber besinn dich doch mahnte der meister du mußtest doch wissen kasperle sah sich in der stube um fremd und erstaunt doch plötzlich erblickte er die große alte kastenuhr und schrie die hat der meister gemacht den waldhausleuten wurde ganz unheimlich war der schnurrige kauz nun wirklich das kasperle das einst mit den urahnen zusammengelebt hatte wie war es in den schrank gekommen hat es wirklich so viele viele jahre geschlafen besinn dich doch sagte meister fridolin ich weiß nicht kasperle suchte wieder das nachdenken schien ihm arge mühe zu machen ganz traurig wurde darüber sein schelmengesicht ich weiß nicht sagte er nur immer zu kläglich und wieder schüttelte er sich heftig und dabei fiel ein großer vergilbter zettel von seinem kittel ab liebetraut hob den geschwinde auf sie blickte darauf und rief da steht etwas über kasperle hier vater sieh meister fridolin nahm den zettel setzte bedächtig seine brille auf und las wer dies kasperle findet der soll es fein sorgsam hüten bis es aufwacht sintemalen es ein echtes kasperle ist mein lehrjunge johann heinrich pumpel hat böswilligerweise dem kasperle einen schlaftrunk gegeben ein wunderelixier das einstens mein großvater aus dem lande italien mitgebracht hat davon kann einer viele viele jahre in schlaf sinken nach ablauf der zeit wacht er dann lebendig wieder auf doch ist es ein teufelszeug und es weiß jetzt kein mensch mehr wie es gemacht wird das kasperle schläft nun schon die vierte woche und weil ein gerede in der gegend ist ich hätte einen zauber im haus schließe ich es lieber in den schrank ein dieses schreibe ich auf weil niemalen ein mensch weiß wie seines lebens gang ist und es könnte sein das kasperle geriete einst in fremde hände der pumpel hat seinen teil gekriegt mehr haue als ihm lieb war er wird wohl zeit lebens daran denken mein sohn soll das geheimnis wissen der soll es wieder seinem sohne sagen und sofort bis einmal das kasperle wach wird es soll auch jeder gut und freundlich zu dem kasperle sein ihm kein leid tun nur muss man es sorgsam hüten denn das kasperle bekommt manchmal sonderlich im frühling eine törichte lust auszureißen und es könnte ihm schlimmer gehen in der weiten welt doch bekommt es immer wieder sehnsucht nach dem waldhaus das hat der meister ephraim mein urgroßvater geschrieben sagte meister friedolin als er fertig gelesen hatte und nun weiß ich auch warum der händler pumpel so gern den schrank wollte der wußte wer drin steckte das echte kasperle nein so was und geschlafen hat er fast neunzig jahre ein wunder wirklich ein wunder frau annettchen war die geschichte ordentlich unheimlich und sie sah das kasperle misstrauisch von der seite an dieses nickte immer vor sich hin ein bisschen nachdenklich und ein bisschen betrübt und liebetraut fühlte plötzlich tiefes mitleid mit dem kleinen kerl sie trat zu ihm streichelte ihn sanft und sagte freundlich ein neues kittelchen muss er aber haben da seht nur seins ist ja ganz morsch kasperle blickte zu dem schönen mädchen auf und er sah die güter in ihren augen strahlen da gewann er sie lieb er lehnte sich an sie und bettelte nimm mir gleich nen kittel ich will dir auch immer folgen liebetraut fielen die worte des meisters ephraim ein und sie fragte schnell immer folgen und auch nicht ausreißen nein nicht ausreißen versprach kasperle treuherzig gibst du dein wort kleines kasperle liebetraut hielt des kleinen hanf fest und der nickte wieder und beteuerte ich reiße nicht aus aber ich will auch nicht mehr in den schrank bewahre da kommst du nicht mehr hinein sagte meister friedolin der hatte nämlich sein schnitzmesser genommen und begann der puppe die er schnitzte kasperles gesicht zu geben wie der flehend zu liebetraut empor sah hei wie das ging so flink war das schnitzen noch nie gegangen der meister dachte bei sich ei nun sollen meister friedolins kasperlepuppen erst recht auf messen und märkten gefallen das kasperle aber rieb sich jetzt den letzten schlaf aus den augen und je mehr es sich umsah desto besser gefiel es ihm wieder im waldhaus da schoss es plötzlich vor freude einen purzelbaum hopf hoch über mutter annettchen hinweg und ehe die kleine frau noch wußte wie ihr geschah saß das kasperle schon auf ihrem wandbrett und begann mit den schönen blanken zinntellern fangeball zu spielen warte du irrwisch schallt mutter annettchen und dann tat sie einen seufzer ii da haben wir ja einen rechten kobold im haus ein kobold war nun kasperle gerade nicht aber ein ohne zerschelm war er das merkten die waldhausleute gleich am ersten tag das polterte klirrte und krachte nur so im kleinen haus mal saß kasperle oben mal unten er kroch in alle ecken und fand er ein stück vom uralten hausrat erhob er ein großes geschrei viel zu erzählen wie es damals gewesen war wußte er freilich nicht das hatte er alles verschlafen nur die sachen erkannte er wieder und die namen wußte er noch frau annettchen nannte er immer madame ertmute der gefiel das gar nicht ihr war das kasperle überhaupt etwas gar zu wild und sie war froh als es zeit war schlafen zu gehen sie mahnte ins bett ins bett abends licht verbrennen und morgens die sonne ohne zu scheinen lassen ist verschwendung flink ins bett da erhob kasperle ein großes geschrei ich will nicht schlafen gehen ich will nicht schlafen gehen ich habe doch fast neunzig jahre geschlafen und bin nicht mehr müde trotz wetter das muß ich sagen neunzig jahre da sollte einer wirklich ausgeschlafen haben sagte der meister kasperle mag aufbleiben allein aufbleiben wie du meine güte der möchte eine nette wirtschaft anrichten das geht nicht meinte mutter annettchen ich will mit aufbleiben ich nähe gleich seinen gittel fertig liebetraut war schon dabei für kasperle ein neues röcklein zu nähen erst sah mutter annettchen etwas bedenklich drein das aufbleiben mochte er nicht recht gefallen aber meister friedolin meinte so schlimm wäre das nicht und ein ordentlicher kittel täte kasperle wirklich not so durfte denn liebetraut aufbleiben die pflegeeltern gingen zu bett und das zappelige kasperle versprach es würde stille sein und nicht tische stühle und schränke und sonst allerlei umwerfen es setzte sich in eine sofaecke und schaute ganz brav zu wie liebetraut nähte mach einen kittel wie ihn kleine menschenjungen tragen bettelte er warum denn liebetraut sah den kleinen erstaunt an da schlitzte der ein wenig die augen zu und brummelte es brauchen doch nicht alle zu sehen dass ich ein kasperle bin o kasperle rief liebetraut ich merke es schon du denkst ans ausreißen das wird also nichts du bekommst einen richtigen bunten kasperlekittel da die grasgrünen feuerroten und himmelblauen flecke kommen alle drauf kasperle brummte und schmollte ein bißchen aber als liebetraut mahnte denk an dein versprechen da hing er die nase und wurde still er sah gleich ganz tief betrübt aus und liebetraut sagte mitleidig erzähle mir was kasperle erzähl du mir was liebetraut rief kasperle ach bitte 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 kasperle hört so schrecklich gern geschichten na dann pass auf sagte liebetraut und sie begann feine liebe geschichten zu erzählen vom wald von blumen bäumen von schelmischen waldgeistlein und lieben lustigen menschenkindern sie erzählte und erzählte und wenn sie einmal etwas innehielt gleich schrie kasperle mia mia aber dann merkte liebetraut auf einmal daß kasperle ganz still war da ließ sie ihre arbeit sinken blickte auf und sah kasperle war eingeschlafen sie lachte leise vor sich hin na dachte sie wenn einer neunzig jahre geschlafen hat und kann dann noch nicht eine nacht wachen das ist schon ein kleiner faulpelz sie selbst nähte em sich weiter merkte es gar nicht daß draußen der helle tag aufzog und gerade als sie den letzten stich tat öffnete sich die türe und mutter am nähchen trat ein aber mädchen rief diese die lampe ist ja ganz niedergebrannt und kasperle ist eingeschlafen sagte liebetraut sie hob das fertige kittelchen hoch und ich bin fertig gott sei dank daß der kleine ehrwisch doch noch schlafen kann mutter am nähchen lachte ich hatte schon angst redete sie weiter er würde nur neunzig jahre keine nacht mehr schlafen mögen wir hätten ihn dann wirklich in den schrank sperren müssen ich will nicht in den schrank gesperrt werden schrie kasperle erschrocken der war bei den letzten worten aufgewacht und vor schrecken schoss er gleich einen purzelbaum über den tisch hinweg da purzelte er dem meister friedolin der eben aus der schlafkammer kam an den magen und der gute meister rief erschrocken uff na man merkt dass ein kasperle im haus ist ende des zweiten kapitels drittes kapitel von kasperle auf reisen von josephine siebe diese librivox aufnahme ist in der public domain was am waldsee geschah eine ganze woche war das kasperle schon im waldhaus und es hatte schon mehr dumme streiche gemacht als zehn buben in einem jahr lieber himmel was richtete der kleine kerl alles an immer saß er irgendwo wo er nicht sitzen sollte einmal kletterte er in den geschirrschrank einmal fiel er in der vorratskammer in die milch dann wieder zog er das ofenloch auf und eine rußwolke flog durch die stube oder er brachte frau annettchens näharbeit auseinander daß die flicken überallhin verstreut wurden manchmal drohte meister friedolin warte ich stecke dich in den schrank aber wenn kasperle dann so jämmerlich weinte und greinte tat es dem meister immer wieder leid am wenigsten schallt liebetraut auf kasperle dabei hatte ihr der unnütze kleine strick schon manchen schabernack gespielt freilich war er danach immer wieder zutraulich und umschmeichelte liebetraut da konnte ihm die nicht böse sein sie redete auch immer wieder den pflegeeltern zu und meister friedolin und mutter annettchen hatten doch wieder ihren spaß an dem unnützen schelm das waldhäuschen war klein und kasperle ging es wie einst vor bald hundert jahren es wurde ihm langweilig darin und weil er allein nicht in den wald gehen durfte bekam er erst recht sehnsucht danach er dachte mehr und mehr wie schön es doch wäre wenn er einmal wieder die weite welt durchstreifen könnte liebetraut merkte wohl kasperles sehnsucht und sie mahnte an jedem tag denk an dein versprechen da nickte kasperle und seufzte dazu und dachte bei sich es wäre ganz gut wenn man ein versprechen ins wasser werfen oder es im ofen verbrennen könnte damit es weg wäre einmal an einem besonders schönen frühlingstag ging liebetraut nach schönau sie hatte allerlei einzuholen denn das pfingstfest stand dicht vor der thür frau annettchen kramte und wirtschaftete im häuschen herum alles sollte zu dem feste blitzsauber sein dabei war ihr das kasperle recht im wege denn es wuselte wie ein irrwisch durch die stuben mal war es da mal war es dort einmal war es den scheuereimer um und dann fuhr es mit dem besenstiel durch eine fensterscheibe und frau annettchen wurde recht böse auf den unnützling schließlich rief sie ärgerlich geh zum meister das ließ sich kasperle nicht zweimal sagen er lief flugs hinaus und suchte hinter dem hause meister friedolin auf der stand dort und strich seine neuen kasperlepuppen an in reih und glied waren die auf holzpfählen aufgestellt eine sah trolliger aus als die andere denn meister friedolin hatte sie alle nach dem kleinen lebendigen kasperle geschnitzt heijo schrie kasperle das bin ich und flink tippte er die erste puppe an die nase da blieb sein fingerlein kleben weil die farbe noch naß war ungeschickt du schaltmeister friedolin ungeduldiger als sonst marsch geh du hast hier nix zu suchen da lief kasperle tief betrübt davon er lief wieder in das haus hinein er lief wieder hinaus und dachte bei sich wenn sie mich wegschicken dann gehe ich dann gilt auch mein versprechen liebetraut gegenüber nicht und ganz eilfertig rannte er ein stück in den wald hinein das gefiel ihm gar gut die vögel sangen und zwitscherten in den bäumen die rauschten leise und unten am boden blühten feine zarte waldblumen kasperle stapfte lustig davon ein weg war da über den glitzerte die sonne ein anderer verlor sich im tiefen schatten einen augenblick überlegte kasperle welchen weg er gehen sollte er schlug schließlich den schattenweg ein und kam dabei bald an einen kleinen waldsee der war von wasserlinien umstanden und in ihm badeten zu kasperles größtem erstaunen ein paar buben die platzten höchst vergnügt im kühlen wasser herum und kasperle wäre am liebsten mit hineingestiegen doch fürchtete er sich etwas vor dem wasser und vor den buben darum schlich er nur vorsichtig an dem rande entlang und dabei entdeckte er die sachen die die buben ausgezogen hatten hajo dachte er das ist fein jetzt werfe ich meinen kasperlekittel fort und die jacke und hose von den buben an dann laufe ich in die weite welt in seiner freude vergaß er ganz und gar sein liebetraut gegebenes versprechen er kroch hinter einen busch zog sich ein paar höslein und eine blaue jacke heran und schlüpfte hinein die büblein denen die sachen gehörten mußten ebenso groß wie kasperle sein denn dem paßte beides wie angegossen er hatte einen ungeheuren spaß an der geschichte und als er fertig war warf er sich in das gras und quiekte vor vergnügen wenn die buben im weiher nicht selbst so gelärmt hätten dann hätten sie kasperles lachen hören müssen aber die spritzten sich tauchten auf und tauchten unter und merkten nichts von alledem was am ufer geschah sie sahen nicht wie auf einmal ein bube durch den wald lief erst eine weile später als sie aus dem wasser stiegen merkten sie was geschehen war da suchte der fritz seine hosen und fand sie nicht und als peterle in sein jäcklein schlüpfen wollte ja da konnte er viel danach ausblicken nirgends wahres zu finden nur der christoffel hatte seine sachen beisammen und da blähte er sich auf wie ein fröschlein und schallte die beiden liederlich sucht nur schrie er wer weiß wo ihr alles hingeworfen habt ich hab mein zeug ordentlich beisammen das ging nun fritz und peterle doch über den spaß sie meinten nun nicht anders als der christoffel habe ihnen die sachen versteckt und für einen solchen schabernack dachten sie muß einer prügel haben und eins zwei drei fielen sie über den christoffel her doch der war nicht faul und wehrte sich tapfer plumps paar dauts lagen sie auf einmal alle drei im grase und rauften sich sie schrien dabei daß die vögel beinahe vor schreck von den bäumen fielen und eine besonders dicke frosch madame im weiher ohnmächtig wurde da erhoben die frösche zwar nicht ihre stimmen und wer weiß was nicht noch alles geschehen wäre wenn nicht der herr förster der durch den wald ging den lärm gehört hätte der war flink zur stelle er sah die raufenden buben und besann sich nicht lange wie da frieden zu stiften sei hopp stand der fritz auf den beinen und klatsch hatte er einen katzenkopf und ehe peterle und christoffel sich noch recht besonnen hatten war es ihnen genauso ergangen erschrocken blieben alle drei steif und kerzen gerade vor dem förster stehen und vergaßen das ausreißen na warum habt ihr euch denn gehauen fragte der förster schmunzeln es ist euch wohl nicht warm genug eipotz tausend warm war es den dreien schon trotz dem langen bade vorher und jedem brannte ein bäcklein hochrot denn der förster hatte eine feste hand dessen rascher ärger aber war schnell verraucht er sah die drei schelme lachend an und die fanden den mut ihm ihr missgeschick zu erzählen fritz und peterle verklagten christoffel der verteidigte sich heftig und beinahe wären die drei freunde sich wieder in die haare gefahren aber der förster runzelte bedenklich die stirn er packte christoffel fest an den schultern und fragte hast du jacke und hosen versteckt nein christoffel sah mit seinen himmelblauen augen den förster treuherzig an und der wußte da gleich der bube hatte die wahrheit gesagt aber wo waren die sachen etwa gestohlen hier in seinem walde den er zu behüten hatte dem förster schien das ganz unmöglich zu sein er brummelte vielleicht habt ihr die sachen gar nicht angehabt aber meins waren doch hosen rief fritz entrüstet na freilich ohne hosen konnte jemand nicht gut von schönau bis in den wald laufen der förster sah das ein doch unnütze buben konnten wohl ihren kameraden den streich gespielt haben darum sagte er lauft nur flink heim es wird euch irgend so ein unnützer bengel aus spaß die sachen genommen haben aber ohne hosen kann ich nicht heim schrie das fritzle diesmal sehr kläglich war das eine verzwickte geschichte der förster sah nach in seinem hause waren drei buben groß geworden sie waren jetzt schon in die welt hinaus gezogen aber seine frau bewahrte wohl etliche bubensachen auf an seinem haus nach schönau vorbei war es zwar ein umweg aber bis zu ihm ging es durch den wald da konnte einer schon mal ohne höslein laufen höchstens lachten die vögel und die bäume über das sonderbare menschenkind der förster hieß also die buben ihm folgen fritzle ohne hosen peterle ohne jacke und christoffel ging zum trost mit die frau försterin sah zwar recht erstaunt rein über die gäste die da ihr mann anbrachte sie hatte aber ein gutes mitleidiges herz und hatte auch wirklich von ihren nun schon groß gewordenen buben allerlei sachen da die holte sie vor und es fanden sich richtig höslein für das fritzle und für peterle eine jacke weil die jacke blanke knöpfe hatte und an den hosen ein paar grün und rot gestickte träger hingen waren beide mit dem tausch wohl zufrieden und christoffel bedauerte es beinahe daß er alle seine eigenen sachen noch hatte die gute försterin sagte nämlich wenn sich hosen und jacke nicht finden dann mögt ihr in gottes namen diese behalten die buben schieden vergnügt vom försterhaus sie kamen sich mit ihrem abenteuer höchst wichtig vor und als sie in der nähe von schönau liebetraut trafen erzählten sie der was ihnen begegnet sei und liebetraut sagte wie der förster da haben euch ein paar einen schabernack gespielt aber rechte tauge nicht so müssen es gewesen sein nun gab es in schönau schon etliche buben denen so ein streich zuzutrauen war und fritz peterle und christoffel setzten auch gleich beim ersten dorfhaus sehr vorwurfsvolle minen auf und sie erzählten jedem der es hören wollte was ihnen geschehen war da sagte wohl einer der jaköble vom müller könne es gewesen sein ein anderer riet auf den tollen hans und die drei buben waren noch nicht lange daheim da ging schon ein geklatsch und getratsch durch das dorf das arg war zuletzt freilich konnten alle buben beweisen wo sie gewesen waren und fritz peterle und christoffel hätten beinahe von ihren entrüsteten kameraden haue gekriegt doch söhnten sie sich wieder miteinander aus weil sie lieber alle zusammen über die sonderbare geschichte schwätzten ganz schönau regte sich darüber auf wer es gewesen sein könnte auch liebetraut dachte auf ihrem heimweg an die seltsame begebenheit und wie sie so durch den stillen wald schritt schaute sie sich unwillkürlich um als könne sie die verlorenen sachen der beiden buben erspähen dabei sah sie auf einmal im gebüsch etwas hängen wie ein großer bunter lappen sah es aus und da liebetraut nicht furchtsam war ging sie beherzt näher und wie sie so dicht an den büschen stand rief sie laut kasperle aber kasperle was machst du hier doch es kam keine antwort und nun erst sah liebetraut es war nur kasperles kittel der da zwischen den büschen hing der wind blähte ihn ein wenig auf darum schien es als stecke noch das kasperle drin doch von dem war weit und breit keine spur zu erblicken liebetraut fielen die buben ein die um hose und jacke geklagt hatten und ein ganz schlimmer verdacht stieg in ihr auf wenn kasperle ausgerissen war sie nahm hastig den kittel vom strauche und rannte so schnell sie nur konnte dem waldhäuschen zu sie riß dort die tür auf stürmte in die stube und rief ihrer mutter zu wo ist kasperle draußen beim vater antwortete frau manettchen die eben das abendessen richtete da rannte liebetraut zum meister friedolin der strich just seine letzte kasperle puppe an und sah ganz erstaunt rein als liebetraut nach kasperle fragte der ist doch drin ist doch wieder ins haus gelaufen doch kasperle war nicht drin er war auch nicht draußen liebetraut suchte das ganze haus ab sie guckte in alle winkel und ecken öffnete alle kästen und schränke und rief zärtlich den namen des kleinen schelms doch der gab keine antwort er war und blieb verschwunden liebetraut rannte in den wald hinaus meister friedolin folgte ihr sie suchten und riefen doch kein kasperle war zu finden die sonne war schon längst untergegangen die vögel schliefen bereits in ihren nestern da tönten immer noch die rufenden stimmen durch den wald kasperle kasperle komm doch wieder der mond kam herauf er warf silbernen schein auf das waldhäuschen und als er so hineinblickte sah er drinnen drei menschen traurig am tisch sitzen und alle drei klagten betrübt unser kasperle ist ausgerissen sie dachten nicht mehr an die vielen dummheiten die der unnütze kleine schelm gemacht hatte sie dachten nur daran dass sie ihn lieb gehabt haben liebetraut hielt die hände vor das gesicht sie weinte bitterlich um ihren schlimmen kleinen kameraden ach kasperle kasperle klagte sie warum hast du uns nur verlassen und wie wird es dir in der welt ergehen ende des dritten kapitels viertes kapitel von kasperle auf reisen von josephine siebe diese librivox aufnahme ist in der public domain im protzendorf beim bauer strohkopf wo aber war das kasperle hingelaufen das war in fritzl's hosen und peterl's jacke vergnügt in den wald gerannt froh über seine neue freiheit in seiner freude vergaß der strick alles gute was er im waldhäuschen gehabt hatte und er beschloss in die weite welt zu wandern und weil er wusste dass auf den straßen die nach schönau und lindendorf führen manchmal menschen daherkamen die im waldhaus einsprachen rannte er den weg nach protzendorf entlang der wurde von den bewohnern der anderen dörfer gern vermieden und kasperle traf auch wirklich an diesem schönen sonnigen tag keinen menschen darauf vor freude über das gelingen seiner flucht begann er auf dem wege purzelbäume zu schlagen wie eine kugel fast rollte er die straße entlang und beinahe wäre er so nach protzendorf hineingepurzelt doch da lag ein großer stein auf dem wege an dem stieß sich kasperle es krachte ordentlich und ein weilchen blieb der kleine kerl erschrocken liegen doch der stein sagte nichts es kam auch niemand da rappelte sich kasperle auf und sah sich um vor ihm ein wenig tiefer im tale lag protzendorf stattlich und wohlhebig sah es aus aus den essen stieg rauch empor denn die protzendorfer bäuerinnen bugen alle miteinander pfingstkuchen kasperle reckte seine große nase in die luft und schnupperte hm das roch fein und gleich fühlte er auch ein gewaltiges rumpeln in seinem mäglein und er sperrte seinen übergroßen mund auf wie ein junger rabe seinen schnabel doch es fiel keiner protzendorfer bäuerin ein etwa zu kommen und dem kasperle frischen kuchen zu bringen das gab es nicht kasperle seufzte zwar sehr schließlich aber stand er doch auf reckte und streckte sich und tabte dann ins dorf hinein der dicke bauer matthias strohkopf der reichste mann von protzendorf hatte an diesem tage früh feierabend gemacht er tat das oft denn er war so faul daß selbst die protzendorfer die alle ein bißchen träge waren ihn den faulen matthias nannten der bauer saß vor seiner haustüre neben sich auf einem tisch hatte er sein vesperbrot stehen er stopfte gerade ein butterbrot in den mund und dazu blickte er auf einen teller mit frischen kuchen den seine frau ihm just gebracht hatte da kam kasperle anspriziert der sah den dicken bauern und den frischen kuchen und da der kuchen ihm wohl gefiel besann er sich nicht lange lief er zu und steckte eins zwei drei ein stück in den mund und noch eins und ehe der bauer strohkopf sich von seinem erstaunen erholt hatte war der halbe teller leer gegessen potz tausend noch mal so etwas war dem bauer sein leben lang noch nicht widerfahren du frechdachs schrie er hob seine dicke hand und wollte kasperle schlagen doch der nicht faul tat einen sprung über tisch und bauer hinweg und blieb ein paar schritte entfernt auf der erde sitzen ich hatte so argen hunger klagte er und dabei schnitt er ein so jämmerliches verschmitztes gesicht daß der faule matthias trotz seinem ärger lachen mußte so einen wunderfitzigen schnurrigen kleinen kerl hatte er noch nie gesehen woher kommst du denn schrie er ihn an da rutschte kasperle auf fritzles rosenboden ein stückchen näher und klagte von weit 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 her bin ein armes verlassenes büble hab niemand mehr auf der weiten welt und so kläglich sah dabei das schlimme kasperle drein daß der dicke bauer ganz gerührt wurde er brummte zwar das ist noch kein grund um andern den kuchen wegzufressen aber er winkte doch mit der hand kasperle solle näher kommen der kleine strick kam auch heran er ließ die nase hängen als könnte er nie ein wässerlein trüben doch wie seine kleinen schwarzen spatzenaugen glitzerten und funkelten das sah der bauer strohkopf nicht der sagte gnädig du bist zwar sehr frech vorhin gewesen doch will ich dir nicht nachtragen ich brauche gerade einen gänsejunge dazu will ich dich meinetwegen nehmen geld das hättest du dir nicht träumen lassen daß der reiche strohkopf dich aufnimmt da sperrte kasperle nun wirklich seinen mund wie ein scheunentor auf denn was ein gänsejunge war das wußte er nicht er sagte nicht ja und nicht nein und der dicke bauer fragte auch nicht weiter der dachte wenn einer als gänsejunge zum strohkopf kommt der kann froh sein potz hundert noch mal das ist eine ehre und weil gerade sein großknecht florian aus dem hause kam rief er dem zu florian wir haben einen neuen gänsejungen da nimm ihn mit der gute florian nun tat seinen mund eigentlich nur zum essen auf er dachte auch mit einem gänsejungen macht man nicht viele umstände und schwipp schwapp backte er kasperle beim genick und zog ihn mit sich er zerrte ihn zum gänsestall tat ihn auf brummte da schob kasperle hinein und schloss die türe hinter ihm zu die müssen sich erst befreunden dachte florian bis zum nachtessen ist dazu zeit da saß nun kasperle im gänsejungen und seine weißen und grauen schützlinge umringten ihn schnatternd das gefiel dem kleinen kerl ganz und gar nicht in einem gänsestall war er noch niemals gewesen und als die gänse ihre schnäbel so weit auftaten und gar so arg schnatterten begann er sich zu fürchten er schnitt fürchterliche gesichter und weil die gänse auch noch nie ein lebendiges kasperle gesehen hatten kam ihnen der gast in ihrem stall höchst sonderbar vor sie schnatterten immer lauter dem kasperle wurde es himmelangst und er sah sich nach rettung um in einer ecke des stalles stand ein hohes gestell wie ein schrank sah es fast aus und kasperle nicht faul schwang sich hinauf in den einzelnen fächern des gestelles aber saßen dicke brave gänse auf ihren nestern und brüteten die erschraken nun gewaltig als kasperle ihren nesterschrank erkletterte zischend fuhren sie von ihren nestern auf kasperle erschrak und hielt sich an dem leichten gestell fest das wankte und padauz fiel es um da lag kasperle da lagen nester und eier und zischend und schnatternd fuhren die gänse wütend auf kasperle los so etwas sie im brüten zu stören das war doch unerhört zwack biss eine kasperle ins bein zwick die andere ins ohr zisch hieb ihm eine mit dem schnabel über die nase kasperle brüllte die gänse schnatterten lauter und lauter es war ein höllenlärm jemine was ist im gänse stall los rief draußen auf dem hof die magd carline sie dachte es ist vielleicht gar ein marder eingebrochen und rasch rannte sie herbei riß die türe auf und sah in allem wirrwarr das schreiende kasperle am boden sitzen seinen mund hatte er ungeheuerlich weit aufgerissen und carline klappte erschrocken die türe zu ein kobold ein kobold ist im gänse stall schrie sie draußen der lärm hatte die bäuerin herbeigelockt bertha die jungmacht kam an florian lief herzu und der stürzte in den gänse stall hinein und zerrte das schreiende kasperle heraus herrje was ist das rief die bäuerin sie schlug die hände über dem kopf zusammen und bertha kicherte in ihre schürze hinein wie der aussieht sagte sie ein kobold ist's ein popanz kreischte carline ne unser neue gänsejunge ist's und jetzt kriegt er haue brummte florian und klitschklatsch schlug er auf kasperle ein ein spaß war es nicht wenn florian zuschlug kasperle verging hören und sehen er brüllte ganz mörderlich und endlich kam auch der dicke bauer selbst herbei und wollte wissen was geschehen war da redeten seine frau und die drei mägde durcheinander kasperle kreischte im stall schnatterten die gänse florian aber zeigte nur auf den stall nachsehen brummte er und klitschklatsch klitschklatsch prügelte er weiter auf kasperle los bis die bäuerin ihm endlich den kleinen entriß du zerschlägst ihn ja ganz schalt sie der hat's verdient knurrte florian ja schon kuckuck der hat's verdient schrie der bauer strohkopf er hatte in so einem gänsestall gesehen was kasperle angerichtet hatte und er wollte schon mithauen doch die bäuerin hielt mitleidig seine hand fest ihr tat das arme kasperle leid und dem dicken bauern erging es wieder sonderbar als er dem kasperle so recht in sein klägliches gesicht sah legte sich sein ärger her er mußte lachen das kasperle sah zu trollig aus und auf einmal erging es den andern auch so sie mußten lachen selbst florian grinste das arme kasperle mochte seinen rücken noch so viel reiben und noch so betrübt seufzen es wurde doch nur ausgelacht da dachte es an liebetraut die hätte er nicht gelacht nur freilich jetzt würde sie traurig sein weil er sein versprechen nicht gehalten hatte und fortgelaufen war kasperle ließ die nase hängen ach nein zurücklaufen konnte er nun nicht mehr ins waldhaus und vor der dunklen nacht allein im walde fürchtete er sich auch und so folgte er still der bäuerin ins haus und als ihm drinnen ein so gutes düftlein nach frischem kuchen entgegenzog da wurde er gleich wieder vergnügt heissa es war doch ganz fein beim reichen bauer strohkopf und das gänsehüten war gewiß nicht so schwer beim abendessen in der großen wohnstube saß der neue gänsejunge ganz unten am langen tisch oben saßen der bauer und die bäuerin neben ihnen florian dann kamen kaline und die anderen knechte und mägde sie waren alle fleißig gewesen und sie dachten eigentlich alle nur an das essen erst sah keines recht den neuen gänse jungen an bis bertha plötzlich leise lachte da blickte der paul neben ihr auf und er sah unwillkürlich auch den neuen gänse jungen an nein so ein spaßiger kleiner kerl wie das war paul lachte ganz laut und da blickten auch kaline und mine auf und alle sahen kasperle an wie der seinen mund auf und zuklappte und mit einem male lachten alle am tisch am lautesten aber lachte der dicke bauer selbst und kaum merkte kasperle daß alle über ihn lachten fling fing er an gesichter zu schneiden er zappelte auf seinem stuhl hin und her und kasperte bis sogar der schweigsame florian mit lachte die bäuerin bekam angst dem bauer könnte der bauch platzen so sehr lachte der sie mahnte ein paar mal hör auf lachte ich nicht krank aber dann lachte sie selbst wieder laut und lauter zuletzt fiel kaline unter den tisch und paul purzelte mit seinem stuhl um da nahm florian kasperle am jackenzipfel und rief jetzt ist genug für heute sonst platzt wirklich noch wer und florian zog kasperle aus der stube brachte ihn in eine kleine kleine kammer die ein vergittertes fensterlein hatte und in der gerade platz für ein bett war kasperle durfte hineinkriechen das tat er gern und er kümmerte sich gar nicht mehr darum daß florian brummte morgen müßt die gänse hüten florian drehte sich erschrocken um was war denn das auf einmal klang es wieder und nun merkte florian der neue gänsejunge weiß der so ganz erschrecklich schnarchte dummheit ist's brummelte florian und schüttelte den kleinen er konnte aber viel rütteln und schütteln kasperle schnarchte nach kasperleart wie eine große säge holender fuchs mit dem ist's nicht richtig knurrte florian und er verriegelte sorgfältig die kammer er traute dem kasperlein nicht recht und dachte bei sich der bauer hätte gut einen anderen gänsejungen annehmen können ende des vierten kapitels am nächsten morgen weckte florian kasperle in aller herrgottsfrühe und als kasperle nur knurrte und murrte und nicht gleich zum aufstehen bereit war goß ihm florian schwaps einen krug wasser über den kopf da sprang nun freilich kasperle flink heraus und als er den langen florian mit seinem bärbeißigen gesicht vor sich stehen sah begann er sich schrecklich zu fürchten ganz brav und still tat er alles was der ihm sagte er folgte ihm zum gänsestall und stand dort wie ein armes sünderlein als seine schnatternden feindinnen alle nacheinander aus dem stalle spazierten florian gab ihm einen langen stab in die hand und sagte geh hüt kannst mit dem schäfer gehen der schäfer nun war ein bruder des florian noch viel stiller und brummiger als dieser er hieß damian und im dorf nannten sie nur damian ohne maul und damian tat auch an diesem morgen seinen mund nicht auf er winkte nur und das kasperle folgte ihm mit seinen gänsen es ging zum dorf hinaus über wiesen da kam ein lustiges bächlein gerannt und hier stieß damian seinen stock auf den boden flugs machte kasperle der dachte das gehöre dazu es ihm nach aber als damian mit seinen schafen weiterzog da folgte er ihm wieder erst merkte es damian gar nicht bis die gänse gar zu laut schnatterten unwirsch drehte er sich um und zeigte stumm mit seinem stock nach dem bächlein kasperle erhob ebenso geschwind seinen stab und zeigte auch hin da wurde damian ohne maul fuchswild nun musste er am frühen morgen reden das war doch wirklich zu anstrengend dort bleiben brüllte er kasperle an der kleine erschrak er taumelte nach rückwärts und die gänse denen er beinahe auf die füße trat nahmen dies gewaltig übel sie schnatterten zornig los und wollten ihrem hirten erst gar nicht folgen doch kasperle hatte jetzt mit seinem langen stock mehr mut er fuchtelte damit grimmig in der luft herum und schnitt dazu ein bitterböses gesicht da bekamen die gänse angst und sie spazierten ganz brav eine hinter der anderen dem bächlein zu dort schnatterten sie vergnügt sie meinten nun könnten sie schmausen und sich gütlich tun doch kasperle meinte das gar nicht dem hatte es gefallen wie die gänse so brav vor ihm hergelaufen waren und er gedachte sich an späßlein zu machen er begann die gänse zu jagen kaum stand eine schwipp traf sie der lange stab die guten tiere mochten schnattern so viel sie wollten rundum und wieder rundum jagte sie ihr hirte er selbst hopste und sprang dabei als sollte er seinen gänsen etwas vorkaspern die armen gänse konnten kaum noch laufen ihr schnattern wurde immer kläglicher aber schwipp schwapp traf kasperles langer stab sie und weiter ging es immer rundum rundum damian ohne maul pflegte sonst sich um weiter nichts als seine schafe zu kümmern heute aber dachte er doch an den neuen gänse jungen weil sein bruder ihm gesagt hatte pass auf und da er nicht allzu weit seine schafe weidete ging er einmal nachsehen eipods wetter das war ein spiel das er da sah kasperle hopste rundherum die gänse rannten rundherum damian aber sah wohl dass denen das rennen wenig gefiel dabei sollten die armen watlchen nun fett werden schwipp schwipp kasperle schlug die dickste gans gerade auf den kopf da packte ihn jemand am hosenboden und damian ohne maul hielt sich nicht mit reden auf nun machte sein stock schwipp schwipp und kasperle spürte das sehr genau er schrie mörderlich und die gänse schauten mit weit offenen schnäbeln zu eia es ging ihrem kleinen hirten gar übel wenn die älteste gans hätte reden können sie hätte jetzt gewiß das sprüchlein gesagt was du nicht willst daß man dir tu das füg auch keinem andern zu endlich meinte damian sein stock wäre nun lange genug auf kasperle herumgewippt kasperle fand viel viel zu lange und er heulte jämmerlich als damian ohne maul ihn ins gras setzte der sagte wieder nichts aber so klug war das kasperle schon um zu wissen was die prügel bedeutet hatten ganz verdattert blieb er still im grase sitzen und weil die gänse alle müde und hungrig waren dachten sie nicht ans fortlaufen es ging darum ganz friedlich am bächlein zu kasperle streckte sich lang aus er hielt seinen stock kerzen gerade in die luft und nahm sich vor er würde bald wieder in die welt hineinlaufen in protzendorf hatten sich die leute von dem putzigen gänse jungen des bauern strohkopf erzählt und zwei buben waren blitz neugierig den zu sehen die beiden hießen august und weil des einen vater der windmüller und der des anderen der wassermüller war wurden beide im dorf nur windgustel und wassergustel genannt unnütz waren alle beide und gute freunde waren sie auch ihre väter zankten sich manchmal der eine schallt auf den wind der andere auf das wasser aber windgustel und wassergustel machten alle ihre dummheiten zusammen an diesem pfingstsonnabend nun gingen sie kasperle suchen vielleicht wußte der späße und dummheiten die sie noch nicht kannten sie fanden strohkopf neun gänse jungen im grase liegend und als sie ihn anriefen tat er erst als höre er sie nicht aber windgustel und wassergustel wußten schon wie man einen buben zum reden bringt sie zogen ihn an seinen beinen auf dem rasen entlang da sprang kasperle auf mitten in seine gänse hinein himmel ertragen die sie dachten nun geht das rumgelaufe wieder los doch stattdessen gab es ein lautes gelächter windgustel und wassergustel fanden nämlich das herumspringende kasperle höchst komisch und windgustel dachte gleich oje könnte ich doch so feine gesichter schneiden am lachen merkte kasperle dass die beiden nicht als feinde gekommen waren und blitzschnell verwandelte sich sein böses gesicht in ein sehr vergnügtes nach zwei minuten waren die drei die allerbesten kameraden obgleich die beiden dorfbuben dachten einen so sonderbaren jungen hätten sie noch nie gesehen was konnte der für grimassen machen wie arme und beine verrenken da mußte einer schon wirklich ein solcher sauertopf sein wie damian ohne maul um nicht zu lachen doch windgustel und wassergustel waren keine sauertöpfe die lachten beinahe barsten sie auseinander und nachher schimpften sie kasperle erzählte ihnen nämlich von dem schäfer und da sagten die beiden unnützlinge das sei von dem grub gewesen und das mit den gänsen sei fein mach noch mal bat windgustel erst nachsehen wo der damian ist rief wassergustel er sprang auf sah nach und kam nach einem weilchen grinsend zurück und verkündete den kameraden er schläft das war schon ein rechtes glück für die gänse kasperle wollte nämlich gern dem schlafenden damian einen streich spielen und alle drei ließen die gänse wo sie bleiben wollten und schlichen sich zum schäfer der lag nun wirklich unter einem großen feldbirnbaum und schlief und ein stückchen weiter weideten die schafe von flick dem treuen hund bewacht die drei freunde standen vor damian schauten ihn an und überlegten was sie ihm wohl antun könnten einen frosch aufs gesicht setzen schlug windgustel vor ihm die knöpfe abschneiden sagte wassergustel kasperle aber sah den kleinen abhang hinter dem birnbaum da konnte sich einer verstecken und er dachte ich schlage purzelbaum über ihn weg gerade über seinen bauch kasperles äuglein glitzerten vor lauter schelmerei er wollte gerade den kameraden sagen was er vorhatte als plötzlich flicklaut bellte der sah es wohl die drei die da neben seinem herrn standen hatten nichts gutes im sinn hui da bekamen die drei schelme aber beide rutsch sausten sie den abhang hinab weg waren sie und als damian ohne maul erwachte sah er sich erstaunt um warum hatte denn sein treuer flick so laut und warnend gebellt umsonst tat flick doch so etwas nicht vielleicht galt es gar dem gänsejungen dem schlimmen strick der schäfer stand auf und ging nachschauen und da fahrende alle drei buben ganz still und einmütig am bachrand sitzen kasperle hatte seine rute in der hand wie ein richtiger gänsejunge die gänse selbst aber weideten still auf dem rasen es sah alles sehr friedlich aus und damian kehrte wieder um an diesem abend trieb kasperle seine gänse heim als hätte er schon immer gänse gehütet und der großknecht florian der ihn kommen sah dachte ne vielleicht wird's mit ihm nur sein gesicht ist gar zu unnütz und dann sah er wie sein bruder damian den kopf schüttelte und das war immer ein schlimmes zeichen windgustel und wassergustel hatten kasperle versprochen sie wollten ihm morgen am feiertag das ganze dorf zeigen jeden winkel darin denn sie dachten boah strohkopf lässt doch sicher am feiertag seine gänse im stall aber florian trieb kasperle wieder in aller herrguts frühe aus dem bett er dachte ein gänsejunge der einen tag im dienst ist der braucht keinen feiertag feiertagskuchen ist genug als kasperle noch halb verschlafen auf den hof stolperte hielt dort schon damian mit der herde dem taten die schafe leid warum sollten die um den schönen frühlingstag kommen also zogen beide wieder einträchtig hinaus und am bächlern hob damian drohend den stock da hob auch kasperle flugs den seinen empor und machte genau so ein drohendes gesicht wie der schäfer das war dem doch zu toll so ein frechling der ihn auch noch verhöhnen wollte er sprang auf kasperle zu der nicht faul wutschte ihm zwischen den langen beinen durch und plums lag damian ohne maul so lang er war im bächlein da spritzte hoch auf die gänse flohen vor schreck und flieg am eiligst herbei um zu sehen was eigentlich seinem herrn geschehen war kasperle aber trieb seine gänse so schnell er konnte ein stücklein abwärts er rannte die armen watschelchens mußten auch rennen bis er an einen leeren schuppen kam da hinein trieb er die gänse pflockte die türe von außen fest zu und dann lief er selbst einmal wieder in die weite welt hinein gänsejunge sein hatte er satt doch damian ohne maul war rasch hinter dem ausreißer her er sah von weitem wie kasperle die gänse versteckte da machte er noch längere schritte und kasperle hörte ihn kommen und merkte wohl er mochte flink purzelbaum schlagen mochte sich rollen und kugeln damian erwischte ihn doch er sprang eine böschung hinauf oben ging die landstraße entlang vielleicht gelang ihm da die flucht aber damian kam näher und näher doch da zur rechten zeit rollte ein schöner wagen heran vier pferde waren davor gespannt neben dem kutscher saß ein stattlicher diener und kasperle besann sich nicht lange er sprang so rasch er konnte hinten auf dem wagen auf da gab es freilich nur einen schmalen sitz aber besser war es schon so als dem damian in die hände zu fallen der schäfer schrie laut dem wagen nach er rannte auch noch ein stück hinter drein aber niemand hörte auf ihn eine biegung kam weg waren wagen und kasperle und damian kehrte zornig zu seinen schafen zurück die mußten nun mit den gänsen zusammen weiden mittags ging's heim und auf dem hofe rief damian ohne maul zornig ausgerissen wer ein scharf fragte der bauer der das gerade hörte nein damian schüttelte den kopf kasper ausgerissen mein neuer gänsejunge der bauer riß die augen weit auf wie war denn so etwas möglich bei ihm riß doch sonst niemand aus warum denn fragte er erzähl doch zum feiertag auch noch eine geschichte erzählen müssen das war zu viel für damian er schüttelte den kopf und tippte an seine stirne das sollte heißen bei kasperle sei es nicht richtig dann ging er und legte sich in sein bett und verschlief den schönen pfingstnachmittag windguskel und wasserguskel aber erhoben ein großes geschrei als sie von dem verschwinden ihres neuen freundes hörten sie redeten laut nur damian sei daran schuld und klagten wie der den armen kasper gehauen habe das rundumjagen der gänse verschwiegen sie der bauer strohkopf wurde bitterböse auf den schäfer und bis zum dritten feiertag sagten alle im dorf damian ohne maul habe den armen kleinen weißen jungen gar so schlecht behandelt nur florian sagte es nicht doch am dritten feiertag den man in protzendorf noch recht behaglich feierte geschah etwas seltsames es kam ein mann mit einem grünen wäglein angefahren der stellte geschäftig mitten auf dem dorfplatz ein kasperletheater auf aber eins das sich sehen lassen konnte auf dem größten jahrmarkt hätte es seinen besitzer zeigen können so schön war es die puppen waren ziemlich groß und sehr prächtig angezogen am allerbesten gefiel aber allen das kasperle wie der anfing seine späße zu machen staunten alle auch die erwachsenen kamen hinzu und auf einmal rief da der bauer strohkopf das ist ja mein gänsejunge potzwetter ja jetzt sahen es die anderen alle das war kasper der gänsejunge genau so hatte er ausgesehen wenn er abends am tisch seine gesichter schnitt da kletterte der räuberhauptmann im kasperletheater empor und nun schrien windgustel und wassergustel das ist er auch genau so bitterböse hatte kasperlethreingesehen als er am wasser gelegen hatte es war zu sonderbar alle puppen glichen etwas dem gänsejungen die zuschauer umdrängten immer aufgeregter die kleine bude und der kasperlemann hörte hinten den lärm er kam heraus und fragte was geschehen sei und da erfuhr er die geschichte von der wunderlichen ähnlichkeit der dicke bauer strohkopf erzählte von dem ausgerissenen gänsejungen heider spitzte der kasperlemann seine ohren er ist's er ist's schrie er laut den muß ich fangen wohin ist er gelaufen schnell schnell sagt's der kasperlemann packte damian ohne maul beim jackenknopf da erhobte er eine hand zeigte nach westen brummelte hm und mehr war nicht aus ihm heraus zu bekommen der dicke bauer strohkopf aber schrie ha nun merk ich ausgerissen war der strik wo stampft er denn her was hat er denn ausgefressen da erzählte der kasperlemann den staunenden protzendorfern die geschichte von kasperle der so viele viele jahre im schrank geschlafen habe und wie ihn meister friedolin wiedergefunden er selbst sagte er kenne den namen des meisters friedolin schon lange der sei unter den puppenspielern im lande weit und breit berühmt vor einiger zeit nun habe er neue puppen gebraucht und als er die gekauft sei ihm aufgefallen dass diese noch viel viel besser gewesen seien als früher da habe er gedacht er solle doch einmal diesen geschickten meister friedolin aufsuchen und weil er jetzt gerade in der nähe gewesen sei habe er gestern im waldhäuschen vorgesprochen alle darin seien sehr traurig gewesen und auf sein befragen habe ihm meister friedolin von dem wiedergefundenen und verlorenen kasperle erzählt der liefe nun in fremden hosen und fremder jacke in der weiten welt herum und er selbst habe sich vorgenommen den ausreißer zu suchen und den meister zurückzubringen denn dahin gehöre er ist recht schrie der bauer strohkopf sucht ihn nur und nachher muss ihn mir der meister friedolin manchmal borgen so habe ich in meinem leben nicht gelacht wie über den schnurrigen kauz na ja er ist doch auch ein richtiges kasperle sagte der puppenspieler der versteht das kaspern schon und der war ihr freund gewesen windgustel und wassergustel sahen sich an ein bißchen gruselig war ihnen eigentlich die geschichte aber dann erklärten sie doch beide wir helfen suchen wir ziehen mit dem kasperlemann schwapp bekam windgustel von seinem vater einen katzenkopf und wassergustels mutter stieß ihren buben an bist denn närrisch du bleibst zu hause und gehst in die schule der windmüller sagte das gar nicht aber sein bube merkte schon was er dachte also blieben die beiden daheim der kasperlemann aber packte sein crämchen zusammen und zog davon um kasperle zu suchen der bauer strohkopf rief ihm noch nach ich gebe taler fürs finden dem tat es doch bitter leid daß kasperle nicht mehr am tisch seine späße machte ende des fünften kapitels sechstes kapitel von kasperle auf reisen diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz kasperle auf reisen von josephine siebe sechstes kapitel kasperle im schloss kasperle fuhr inzwischen sehr vergnügt durch das land der lustige sitz gefiel ihm gut und je schneller es ging desto froher wurde er da konnte ihn meister fridolin nicht so leicht finden und vor allem nicht damian vor dem schweigsamen schäfer hatte er nämlich arg viel angst wenn leute dem wagen begegneten dann nickte und winkte kasperle und die leute nickten und winkten wieder und der herr graf der im wagen saß nickte auch freundlich und er wunderte sich dass die leute immer so lachten kinder liefen wohl immer noch ein stückchen hinter drein weil der lustige kleine kerl der da hinten aufsaß ihnen gar so gut gefiel dorf reihte sich an dorf immer weiter ging die fahrt einmal fuhr der wagen auch durch den wald da rauschten die bäume und die vögel sangen kasperle sah in der ferne ein kleines haus liegen und er dachte an das waldhäuschen und an liebe traut aber so schnell ihm der gedanke kam so schnell lief er ihm auch wieder davon es kam nämlich jemand angegangen mit seinen kleinen mauseohren hörte kasperle die schritte der da kam war ein sehr würdiger gelehrter herr der an diesem pfingstsonntag in den einsamen wald gegangen war um über ein sehr gelehrtes buch nachzudenken als er den wagen kommen sah blieb er stehen und weil er ein höflicher herr war grüßte er höflich und der herr graf dankte ebenso höflich und beugte sich dabei auch noch aus dem wagen heraus und da sah er wie der gelehrte herr zurückwich und entsetzt die hände hob als erblicke er ein gespenst na was war denn das der graf wunderte sich ungemein kasperle aber zappelte vor vergnügen auf seinem sitz hin und her er hatte nämlich dem würdigen herrn soeben eine lange nase gezogen und dazu sein räubergesicht gemacht da konnte einer schon erschrecken der gelehrte herr starrte auch noch eine weile ganz verdattert dem wagen nach er dachte dies war doch der graf von singerlingen was fällt in dem ein sich so einen kobold auf seinen wagen zu setzen una hört so etwas da war der wald zu ende ein dorf kam und über dem stieg auf mäßiger anhöhe ein helles schloß empor von seinen türmen flatterten fahnen lustig im winde und die fenster glitzerten und blinkten im sonnenschein im schloß war morgen hochzeit zu der fuhr der graf es war schon mancher schöne wagen an diesem tage zum schloß hinaufgerollt und die dorfkinder harrten darum alle an der straße sie waren neugierig wer noch angefahren käme als der wagen des grafen von singerlingen vorbei rollte gab es plötzlich ein lautes lachen auf der dorfstraße und schreiend und jauchzend stürmten alle kinder hinter drein die pferde wurden fast scheu bei dem gebrüll und der graf schüttelte in seinem wagen immer mehr den kopf das war doch sonderbar heute der kutscher und der diener ärgerten sich aber alle drei merkten noch nichts von kasperle der hinten aufsaß der kutscher des grafen dachte als sie dem schlosse immer näher und näher kamen vor einem schloß muß man gut vorfahren er ließ darum erst die pferde etwas langsam gehen damit sie sich ausruhen konnten denn zuletzt trieb er sie an sie fuhren im trab vor dem schlosse vor ruck da hielten sie an so etwas hatte kasperle freilich nicht gedacht der hatte gemeint daß gefahre ginge so weiter und bei dem jähen ruck verlor er darum das gleichgewicht und sauste im weiten bogen von seinem sitz herab vor dem schloß stand rosemarie die tochter des schloßherrn in einem rosenfarbenen kleid die hatte dem grafen von singerlingen einen schönen willkommen sagen sollen sie schrie stattdessen aber laut da fällt ein junge vom wagen kasperle war mitten in ein schönes blumenbeet hineingefallen da blieb er drin liegen steif und stark und rührte sich nicht der graf von singerlingen aber rief erstaunt wo ist denn der hergekommen vom wagen ist er gefallen sagte das kleine rosenmädchen ach und nun ist er tot der hat hinten aufgesessen so was machen jungens schon brummelte der alte diener des grafen darum haben die leute auch so über uns gelacht und tot ist er sicher nicht nein tot war kasperle nicht aber etwas verdöst und als ihn zwei diener aufhoben machte er ein schrecklich dummes gesicht das alle um ihn herum lachten der graf dem das schloss gehörte seine frau die gäste alle kamen und staunten das dumme dumme kasperle an der graf von singerlingen aber betrachtete ihn durch sein augenglas und sagte immerzu komisch sehr komisch wo er herkäme wollte der schlossherr wissen kasperle kniff die augen zusammen machte ein sehr betrübtes gesicht und erzählte genau wie dem dicken bauer daß er ein armes verlassenes waisenbüble sei das in die weite welt hinaus wolle o du schelm dachte der alte diener dem das kasperle nicht geheuer vorkam er hätte auch gerne seinen herrn vor dem kleinen gewarnt aber dem grafen ging es wie dem dicken bauer strohkopf ihm gefiel das kasperle ungemein er bat darum die schlossfrau sie möchte den kleinen aufnehmen bis zu seiner heimfahrt das sagte ihm die gräfin zu bei sich dachte sie freilich wo er schlafen soll weiß ich nicht es waren so viele gäste im schloss um die hochzeit der ältesten grafentochter mit zu feiern und in einer stunde sollte auch noch ein richtiger herzog kommen da war jeder winkel besetzt und in der ganzen nachbarschaft hatte die gräfin betten borgen müssen sie sagte aber zu einem diener er solle den kleinen zur hausverwalterin führen die würde schon für ihn sorgen die wird sich über den knirps freuen dachte der diener er nahm kasperle am arm und führte ihn etwas unwirsch in die große vorküche in der gerade frau emma die hausverwalterin die kuchen ansah die aus der backstube gekommen waren fein hier gefällt's mir dachte kasperle und schnupperte vergnügt herum wie die kuchen gut rochen ja so ein schloss war noch besser als ein bauernhaus doch frau emma sagte nicht fein und nicht der gefällt mir als sie kasperle sah sondern sie rief sehr geärgert was soll ich mit dem popanz so einen jungen habe ich überhaupt noch nicht gesehen weg mit ihm den kann ich hier nicht gebrauchen er mag meinetwegen helfen kartoffeln schälen mag ich nicht rief kasperle aber da wurde frau emma gleich sehr böse und sie befahl zornig er soll kartoffeln schälen und schwupps nahm eine magd kasperle und zerrte ihn in einen nebenraum hinein dort saßen drei junge dirnen zu denen sagte sie da ist einer der soll euch helfen der uns helfen die drei kicherten laut und dann nahm eine eine riesenweite küchenschürze band die kasperle um die zweite reichte ihm eine schüssel die dritte gab ihm ein messer in die hand und alle drei riefen nun hilf uns ei da waren sie aber an einen flotten helfer geraten potztausend das ging schnippel schnappel schnippel schnappel hierhin flog ein stück kartoffel dahin eins kasperle hatte gleich die ganze kartoffel zerschnitten und dann wickelte er sich die küchenschürze um die beine warf schüssel und messer auf die erde und schrie ich hab hunger die mägde lachten aber dann liefen gleich zwei um etwas für das kasperle zu holen die dritte aber streichelte ihn und fragte woher er käme und dann schmauste kasperle und erzählte und zuletzt schnitt der gesichter so etwas hatten die drei mägde noch nie gesehen als frau emma nach einem weilchen in die nähe der türe kam lauschte sie ärgerlich so ein gelächter zornig tat sie die türe auf da saßen die drei mägde lachten und lachten und kasperle kasperte auf dem küchentisch herum die kartoffeln aber waren alle ungeschält frau emma verstand keinen spaß sie fuhr drein wie ein hagelwetter und die mägde duckten erschrocken die köpfe das kasperle aber trieb die frau aus dem raum geh geschirr waschen herrschte sie ihn an da hinein sie schob den kleinen in einen großen raum in dem gewaschen und geputzt wurde hier führte die herrschaft die alte liesetrine und die machte gleich ein schiefes gesicht als sie den kleinen helfer sah so einen drei käse hoch kann ich nicht brauchen schrie sie raus mit ihm raus der schlägt mir nur alles kaputt na dachte kasperle gekränkt versuchen kann sie es doch erst mit mir und er wollte zeigen wie geschickt er sei er nahm also flink ein reines tuch von denen ein großer stoß auf einem tisch lag dann wollte er von einem gestell einen teller nehmen um ihn säuberlich zu putzen er hatte oft gesehen wie liebetraut das machte da schrie die alte liesetrine halt halt vergreif dich nicht da dran die teller klirr da sausten sämtliche teller von oben herab noch ehe liesetrine mit ihrer warnung fertig war heißer das gab eine aufregung liesetrine klagte die allerbesten teller sind es die allerbesten ein paar mägde schnatterten durcheinander und da tat sich auch noch die türe auf und ein diener streckte den kopf herein und fing an über den lärm zu schelten von der anderen seite guckte frau emma durch ein schiebefensterchen und schallte auch in all dem lärm entwischte kasperle ganz heimlich husch war er draußen er drückte sich an der wand entlang und geriet in einen halb hellen kühlen gang hier verhaltete lärm etwas und kasperle sah dass vier türen auf den gang mündeten jede hatte ein kleines fensterchen und kasperle konnte gerade auf den zehn stehend hindurch sehen eipotz tausend war das fein was er da erblickte er sah in die speisekammer des schlosses hinein in denen die leckersten dinge standen dem kleinen schelm lief das wasser im munde zusammen er merkte jetzt erst wie hungrig er war er klingte an einer türe an der andern an der dritten sie waren alle verschlossen die vierte aber ging auf die hatte frau emma in der eile dieses tages nicht zugeschlossen und gerade in dieser kammer standen die süßen speisen fruchtschalen kuchen und torten kasperle besann sich nicht lange er fing an zu schlecken und zu lecken wie das schmeckte viel viel besser dachte er als das käsebrot beim bauer strohkopf in einer ecke stand ein ganzer kübel schlagsahne kasperle wusste erst nicht was dieser weiße schaum war und weil er im waldhäuschen einmal neugierig an seifenschaum geleckt hatte dachte er es könnte wohl etwas ähnliches sein aber natthaft wie er war steckte er doch sein fingerlein hinein und versuchte das war fein er leckte den finger ab tauchte wieder ein steckte die ganze hand hinein und weil der kübel etwas hoch stand kletterte er schließlich auf den rand um besser lecken zu können da sagte auf einmal draußen jemand was ist denn das hier steht ja eine türe auf kasperle erschrak mächtig er wollte sich flink in die ecke flüchten doch dabei verlor er das gleichgewicht und gerade als frau emma in die speisekammer trat plumpste kasperle in die schlagsahne hinein die spritzte hoch auf und frau emma die nur etwas zappeln und krabbeln sah hielt kasperle für eine katze sie stürzte schreiend aus der speisekammer und rief um hilfe da war kasperle geschwinder wieder aus dem kübel heraus als er hineingekommen war und er wutschte flink aus der kammer doch frau emma sah ihn und merkte auch daß das zweibeinige ding keine katze sein konnte sie wollte ihn greifen aber kasperle der von oben bis unten voll schlagsahne war entglitschte ihren händen türen gingen auf menschen kamen und kasperle sah einen großen steinernen pfeiler hinter den rutschte er von da aus hörte er frau emma klagen mägde und diner schelten und plötzlich riefen alle es waren wieder gäste vor da rannten alle weg und kasperle kroch aus seinem versteck heraus satt war er nun hätte er gern geschlafen aber er wagte nicht jemand zu fragen wo denn das kämmerlein sei das er bekommen sollte beim umschauen entdeckte er eine schmale treppe die nach oben führte ei vielleicht war es dort stiller und er fand wohl ein plätzchen zum ausruhen oben geriet er in einen kleinen flur auf dem mündeten viele türen der kleine schelm strich etwas an der wand entlang so recht gemütlich war es ihm nicht der schmale flur lief in einen breiten hinein da war wieder tür an tür alle waren sie weiß und hatten goldene verzierungen ganz prächtig sah es aus eine dieser türen stand ein ritzchen auf und das neugierige kasperle konnte nicht widerstehen es steckte seine nase hindurch das war aber ein feines zimmer in das er blickte selbst die wände waren mit seide bekleidet und an der einen wand stand ein breites goldenes bett kein mensch war im zimmer und das bett lockte kasperle arg in dem mußte es sich doch sicherlich gut schlafen sachte schlüpfte er ins zimmer und eins zwei drei war er in dem schönen bett das war ganz von seide und kasperle rollte sich wie ein igel darin herum ei da lag sich's besser als in bauer strohkopfskammer doch freilich in protzendorf hatte ihn bis zum morgen niemand gestört aber hier kasperle richtete sich erschrocken auf viele stimmen erklangen draußen und er bekam angst mit einem satz war er aus dem bette heraus strich es schnell ein wenig glatt und kroch dann flink darunter es war aber auch die höchste zeit denn gleich darauf tat sich die türe auf und ein älterer herr gefolgt von einigen dienern trat ein die redeten miteinander allerlei was kasperle nicht recht verstand und dann trat der herr an das bett und sagte seufzend ich bin heute sehr müde ich wollte der tag wäre erst zu ende bei diesen worten strich er etwas über die seidenen kissen weil er sich wunderte dass diese nicht so ganz gerade lagen was ist denn das rief er auf einmal erstaunt der herzog denn das war der ältere herr zog verdutzt seine hand zurück er betrachtete sie schüttelte den kopf strich wieder über das bett und rief dann entrüstet friedrich in meinem bett ist schlagsahne schlagsahne friedrich riß den mund vor erstaunen weit auf und kam eilfertig herbei er strich über das bett leckte ein bisschen am finger und rief verdutzt schlagsahne und dann lief er zur klingel läutete heftig und es dauerte nur ein paar augenblicke da kam ein kammerdiener daher der verbeugte sich dreimal und fragte dreimal was der herzog wünsche da deutete dieser auf das bett und sagte was ist das drüber streichen der kammerdiener strich erstaunt über das bett wich dann erschrocken zurück und strich noch einmal darüber leckte auch ein wenig am finger und rief ebenfalls schlagsahne und dann rannte er holte den haushofmeister herbei der graf kam selbst und alle standen sie um das bett herum und riefen schlagsahne der herzog schüttelte immer zu den kopf so erstaunt war er über die seltsame geschichte und bei diesem kopfgeschüttelte sah er auch einmal in den großen spiegel der dem bett gerade gegenüber hing darin sah er das ganze bett und der herzog schrieb plötzlich laut auf und sank in einen stuhl da 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 rief er zitternd und deutete unter das bett und auf den spiegel denn in dem hatte er kasperle erblickt der neugierig seine große nase etwas weit vorgestreckt hatte es steckt jemand unter dem bett rief der haushofmeister zuerst da krochen auch schon zwei diener hinunter und das kasperle konnte sich noch so klein machen es wurde doch erwischt an den beinen zogen es beide hervor und beide riefen entrüstet er klebt ja ganz und gar er ist doch voller schlagsahne ach sagte der herzog verwundert als das kasperle vor ihm stand nach der nase hat er nämlich gedacht ein großer ausgewachsener räuber stecke unter dem bett rief auch der graf zornig das ist der den mein herr vetter von singerlingen mitgebracht hat und der bis jetzt nichts wie dummheiten gemacht hat haue muß er kriegen jawohl und eingesperrt werden sagte der haushofmeister und der herzog nickte dazu nur weil er gerade sehr müde war flüsterte er aber erst morgen hauen ja morgen soll er haue bekommen jetzt wird er in den keller gesperrt rief der graf streng die sache stand schlimm für das kasperle arg schlimm es war wohl am besten er bettelte gleich recht eindringlich um gnade vielleicht verziehe ihm der herzog doch und es war gut daß er glitschig war da gelang es ihm einen augenblick den händen der diener zu entwischen er tat einen riesen sprung auf den herzog zu und kreischte mit weinerlicher stimme bitte 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 doch der herzog war ein etwas schreckhafter herr er lehnte sich ängstlich weit weit in seinen stuhl zurück und auf einmal purzelten stuhl und herzog hinten über um gottes willen der graf der haushofmeister die diener alle griffen erschrocken zu und da schoß das kasperle plötzlich einen riesigen purzelbaum über alle hinweg und draußen war er die türe flog dem einen diener der nacheilen wollte so unsanft an den kopf daß er zurückwich aber dann lief er doch in den flur der kammerdiener folgte und schrie laut hilfe hilfe haltet ihn haltet ihn ja wen sollten alle diener halten die angelaufen kamen von dem kasperle war keine spur zu sehen hatte denn den der erdboden verschluckt er war spurlos verschwunden auf dem langen langen flur rannte kein kasperle dahin die türen waren alle verschlossen er hatte also auch in kein zimmer schlüpfen können weg war der schelm ganz weg die diener rannten die flure entlang die treppen auf und ab das ganze schloss geriet in aufregung alle fingen an zu suchen und die gäste wussten gar nicht was sie suchten und dann rief der graf nach dem herzoglichen leibarzt weil er dachte der herr herzog hätte sich vielerlei gebrochen aber der hatte sich glücklicherweise gar nichts gebrochen nur der stuhl hatte seine beine gebrochen doch seufzte und stöhnte der herzog wirklich als wäre er selbst entzwei gegangen es war eine schreckliche aufregung im ganzen schloss schließlich aber sagte der herzog nun möchte er zum mittag essen er habe hunger und da dachten alle gott sei dank sie hatten nämlich alle hunger denn es war schon spät und um diese zeit tranken andere leute die nicht gerade auf einem schlosse wohnten ihren nachmittagskaffee der graf befahl noch alle drei nachtwächter die er hatte sollten überall suchen und sollten kasperle gefangen nehmen wenn sie ihn kriegten und dann wurde zum mittag gegessen das schmeckte allen sehr gut und alle wurden wieder ganz vergnügt sie sagten aber doch alle mit dem fremden jungen das sei sicher nicht mit rechten dingen zugegangen siebentes kapitel von kasperle auf reisen von josephine siebe diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz rings um das schloss wachten die wälder die großen hunde umliefen es kasperle fanden sie aber doch nicht wo war der nur wie weggeblasen war er die diener und mägde durchsuchten wirklich das ganze schloss sie schauten sogar in verschlossene kisten und schränke hinein der unnütze schelm war nicht zu finden nur eine im ganzen schloss wußte wo das kasperle steckte rosemarie die hatte am fenster gestanden als von unten herauf ein lautes lärmen erklungen war da hatte sie erstaunt hinaus gesehen und kasperle erblickt der wie eine reife pflaume am baum in dem geäst des uralten efeus hing der die schlossmauer bedeckte der fremde junge rosemarie hatte es verwundert gerufen und da purzelte kasperle auch schon in ihr zimmer denn weiter konnte der nicht klettern er war ohnehin vor angst und eile schon ganz außer atem unten war das rufen lauter und lauter geworden und kasperle war auf einmal zu rosemaries größter verwunderung unter das sofa gekrochen von dort her jammerte er kläglich sie hängen mich auf rosemarie hatte sehr viel mitleid mit dem kleinen schelm gehabt sie hatte ihn vorgelockt und ihn in ihrer großen puppenstube versteckt das war ein kleines zimmer in dem alles für rosemaries puppen eingerichtet war in das bett der größten puppe ging kasperle gerade noch hinein ein bißchen zusammenkrümmen mußte er sich freilich wie ein igel aber rosemarie sagte das schadet nix hier findet dich niemand es war auch niemand im ganzen schloss auf den gedanken gekommen in rosemaries puppenstube nachzusehen ihre lehrerin dachte sie hätte die ganze zeit mit ihren puppen gespielt weil sie so still in der stube gesessen hatte als rosemarie hinausging schloss sie sorgsam die vorhänge am puppenbett und das kasperle lag in dem weißen mullbettchen von himmelblauen seidenvorhängen umgeben das bettchen war fein und weich nur für so einen kleinen strampeligen unnützen kasper zu zart und fein der seufzte dennoch arg als rosemarie gegangen war am liebsten wäre er aufgestanden und hätte in der puppenstube alles umgekramt er hatte aber doch große angst man könnte ihn finden darum blieb er still liegen endlich kam rosemarie wieder die hatte den gästen gute nacht sagen müssen und sollte nun selbst bald zu bett gehen sie sollte sich ausschlafen denn morgen war die hochzeit die wollte sie ganz und gar mit feiern leise zog sie den vorhang auseinander begierig ob der fremde kasper wohl schlief kasperle sah sie betrübt an er seufzte kläglich und murmelte ich kann in dem bett nicht liegen du musst aber drin bleiben flüsterte rosemarie ängstlich ach kasper klagte sie was hast du angerichtet der herzog ist bitterböse und es sind schon dreißig landjäger gekommen die sollen das schloss bewachen damit niemand hinaus kann und morgen früh soll noch einmal alles alles abgesucht werden dann kommen sie gewiss auch hier herein und wenn sie dich finden wirst du ins gefängnis gesteckt kasperle schüttelte sich dazu war er doch nicht in die weite welt gelaufen um eingesteckt zu werden ich fliehe brummte er dann fassen dich die hunde oder fangen dich die landjäger rosemarie seufzte bekümmert auf einmal aber hält sich ihr gesichtchen wieder auf ich weiß was sagte sie ich gebe dir den turmschlüssel gleich neben dem turm geht es hinaus und vielleicht ist gerade da kein landjäger komm jetzt sitzen alle beim essen da zeige ich dir flink den weg sie packte fürsorglich noch ein stück torte ein das sie selbst hätte essen sollen und steckte es kasperle zu und dann lief sie ganz ganz leise voran kasperle folgte ihr die schuhe in der hand rosemarie stieg eine schmale schmale treppe hinab dann ging sie einen gang entlang und öffnete am ende eine türe und beide betraten ein rundes gemach ein tisch stand in der mitte stühle darum es war noch nicht so hell dass kasperle alles sehen konnte aus dem runden zimmer führte ein schmales treppchen abwärts und rosemarie belehrte kasperle dort müsse er hinabsteigen die tür unten aufriegeln dann sei er am parkende und komme vielleicht hinaus wie sie das sagte erfasste sie ein tiefes mitleid mit dem armen fremden jungen sie fand er hätte doch gar nichts schlimmes getan du armer kasper flüsterte sie und über ihr liebliches gesicht liefen helle tränen in diesem augenblick kam sich das kasperle selbst sehr sehr arm und verlassen vor und er fing an ganz erschrecklich zu heulen rosemarie hielt ihm rasch mit beiden händchen den mund zu denn kasperle hatte eine stimme die selbst durch eine dicke turmmauer hindurch schallte er schwieg dann aber auch gleich wieder und sah rosemarie erschrocken an doch als die sagte nun muss ich gehen da purzelten dem kasperle wieder die tränen wie ein bächlein aus den augen er war jedoch still versprach auch er wolle fein brav alles befolgen was rosemarie ihm geraten hatte und dann hielt er ein weilchen die feine kleine hand des grafen kindes fest ach wie himmel gern wäre er jetzt hier geblieben in dem schönen schloss und wäre rosemaries spielkamerad geworden er legte den kopf auf die seite und schielte rosemarie traurig an da sagte die plötzlich weißt du wie du aussiehst wie wie meine kasperle puppe und ganz je begann sie sich ein wenig vor dem fremden hässlichen jungen zu fürchten und sie sagte rasch ich muss gehen sie nickte kasperle noch einmal zu und glitt dann leise aus dem zimmer kasperle hörte sie zuschließen dann war er allein er blieb noch ein paar minuten still sitzen weinte bitterlich und vergaß darüber rosemaries gute lehren statt sachte das trepplein hinabzusteigen und unten die turmtüre aufzuschließen wollte er erst einmal durch das fenster hinausschauen er öffnete das kleine fensterchen das klirrte und knarrte arg und dann streckte kasperle den kopf hinaus und sah sich um ach war das eine schöne frische luft draußen kasperle schaute in die höhe und schaute nach rechts und nach links und dann schaute er auch hinab ging es plötzlich unten los ein großer hund stand da und bellte zu kasperle hinauf ganz drohend klang seine stimme kasperle wollte schnell den kopf zurückziehen doch so schnell ging das nicht das fensterchen war eng und kasperles kopf dick und ehe der wieder drin war tauchte draußen ein landjäger im gebüsch auf gab das ein hallo er steckt im torm schrie der mann und dann drohte er hinauf nur warte du dich fange ich er maß schnell das kleine fenster mit seinem blick nein da konnte selbst ein kleiner junge nicht hindurchkriechen und weil er zu den pförtlern unten keinen schlüssel hatte und auch wußte dass dies immer verschlossen war lief er eilig in das schloss hinein seinem hund aber rief er zu sultan pass auf kasperle hörte ihn davonlaufen und er besann sich einen augenblick was zu tun sei dann nahm er flink rosemaries kuchen vom tisch rannte blitzschnell das treppchen hinab und schloß unten auf wau 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 bellte ihn sultan zörlig an das kasperle aber nicht faul warf dem hund geschwinde den kuchen in den rachen rapsch sultan vergaß das bellen so ein feiner kuchen flog ihm nicht oft ins maul er schleckte und schluckte und da hatte kasperle auch schon die kleine türe erreicht sie knarrte und quietschte da war sie schon auf aber inzwischen hatte auch sultan seinen kuchen verschluckt und er besann sich auf seine wächter pflicht doch kasperle war flinker draußen als er am türchen das schlug ihm vor der nase zu und draußen kollerte kasperle vor lauter eile den schlossberg hinab in einen kleinen bach hinein das wasser spritzte hochauf dem bächlein gefiel dies hineingeplumpse gar nicht oben auf dem schloss wurde der lärm lauter und lauter jetzt bellte nicht sultan allein auch die anderen hunde fingen an zu bellen stimmen wurden laut rufe ertönten und kasperle begann vor angst zu zittern er rannte in seiner furcht eine weile in dem bach weiter bis er an ein gebüsch kam da schlüpfte er hinein er kroch hindurch und sah vor sich eine weite wiese liegen dahinter stand dunkel der bergwald dort konnte er sich vielleicht verstecken aber statt über die wiese zu laufen fing kasperle an purzelbaum zu schlagen das ging so geschwinde wie tauwasser einen berg da war der wald und kasperle tauchte in seinen dunklen schatten unter es war aber auch die höchste zeit auf dem schloß hatten sie den turm leer gefunden und die landjäger schlugen einen gewaltigen lärm den hörten der graf und seine gäste und als der herzog vernahm daß kasperle gesehen worden war verlangte er man solle ihn eilig verfolgen er war noch immer bitterböse auf den kleinen kerl dem der ihn finden würde versprach er eine hohe belohnung da rannte alles was beine hatte um kasperle zu suchen man fand auch bald wo er ausgerissen war denn sultan stand und bellte die kleine mauerpfarte immerzu wütend an den haben wir bald sagte der landjäger sultan findet ihn schon doch sultan fand ihn nicht der stand plötzlich am bach still schnupperte und schnupperte aber das wasser hatte kasperles fährte hinweggespült wo war das kasperle landjäger hunde mägde diener alles rannte im schloß umher um das schloß herum kasperle fanden sie nicht er ist noch im schloß sagten die einen nein er ist entwischt behaupteten die landjäger man muß im walde suchen die mägde meinten kasperle sei ein gespenst ein kobold aber die hausverwalterin sagte ein gespenst schlecke nicht so viel schlagsahne und sie sah zehnmal in den speisekammern nach sie dachte kasperle hätte sich gewiß darin versteckt kasperle kletterte unterdessen den hohen waldberg am por der steil in die höhe stieg der wald war hier so dicht daß sich ein kleiner schelm schon darin verstecken konnte aber vor den landjägern und den hunden hatte kasperle doch eine jämmerliche angst darum rannte er so schnell er konnte und das war nicht immer leicht dürre äste knorrige wurzeln auch einmal ein umgestürzter stamm erschwerten das fortkommen sehr kasperles nase war zuletzt ganz zerschunden so oft hatte er sich daran gestoßen und je höher er hinauf ging desto schlechter wurde der weg steingeröll bedeckte den boden und ein menschenbube wäre wohl nicht so schnell in die höhe gelangt aber kasperle stieg und stieg immer höher bis auf einmal vor ihm eine grüne bergwiese lag es war abend geworden und am dunkelblauen himmel stand schon ganz blass und fein der mond auch ein sternlein glitzerte aber kasperle sah es gar nicht der sank müde am waldrand nieder er kniff die augen zu und da schlief er auch schon und die großen waldbäume hatten mitleid mit dem armen verirrten kleinen kerl sie die immer nach oben schauen zum himmel empor haben gütige fromme gedanken sie haben mitleid mit den kleinen die sich quälen müssen auf der erde und der kleine kerl der da so müde und abgehetzt unter ihnen schlief tat ihnen leid sie rauschten ihm ein schönes feierliches schlummerlied erzählten ihm geschichten und kasperle schlief auf dem weichen waldboden besser als der herzog im seidenen bett er hörte nicht wie weiter unten im wald die hunde bellten und wie die landjäger mit husageschrei den flüchtling suchten bis zur bergwiese stieg keiner hinauf denn der weg war so steil und beschwerlich dass niemand dachte kasperle könnte denselben gegangen sein kasperle schlief noch süß und fest da kehrten die landjäger schon in das schloß zurück und sie sagten nun auch der hat sich im schloß versteckt und sie bewachten das schloß weiter und die hausverwalterin hütete ihre speisekammer und doch fehlte darin am nächsten tag ein großes stück torte sie sagte das war der junge und die mägde sagten es auch bertha und dörte aber die beiden jüngsten die leckten sich heimlich den mund ab sie hatten nämlich die torte gegessen sie schrien aber am lautesten der fremde junge sei es gewesen der herzog wurde vor ärger und weil er so furchtbar erschrocken war am tag nach der hochzeit krank vielleicht hat er auch zu viel kuchen gegessen wer kann das wissen und der graf rief immerzu schafft mir nun den jungen her damit ihn der herzog bestrafen kann der herzog soll sich doch in meinem schlosse nicht krank ärgern der kleinen rosemarie war das herzchen bitter schwer die hätte gern ihren eltern alles gestanden aber sie wagte es nicht sie fürchtete der herzog könnte dann auch so bitterböse auf sie werden und sie wußte doch sie konnte nicht einmal sagen es tut mir leid dazu freute sie sich viel zu sehr über kasperles rettung aber sie ließ tief betrübt ihr näslern hängen und ging still und blass einher und ihre mutter begann sich recht um sie zu sorgen der herzog krank rosemarie krank es war gar nicht gemütlich im schloss in diesen tagen der gute graf von singerlingen dachte das muss ein bisschen lustiger werden ich muss mir etwas vergnügliches ausdenken und als er hörte unten in dem winzigen städtchen das am fuße des schlossberges lag sei ein puppenspieler angekommen schickte er hinab der puppenmann möchte heraufkommen ich habe eine überraschung sagte der graf von singerlingen bei tisch und dann erzählte er von dem puppenspieler der herzog der etwas verdrießlich am tisch saß musste lachen das ist freilich eine schnurrige überraschung für große leute sagte er doch der mann mag kommen auch ein puppenspiel kann lustig sein so gab es am nachmittag eine vorstellung im schloss der kasperlemann aus dem städtchen kam herauf er stellte seine kleine bühne auf und dann streckte kasperle seine große nase heraus und ja was er sagen wollte das hörten die zuschauer gar nicht alle riefen der fremde junge genau so sah er aus kasper ist's dachte auch rosemarie erschrocken und ganz je begann sie bitterlich zu weinen sie schluchzte so herzbrechend dass der kasperlemann seine reden und der herzog seinen ärger vergaß der fragte milde nach rosemaries kummer und da bekannte die kleine alles und sie war froh es sagen zu können zu sehr hatte das geheimnis ihr herz bedrückt o rosemarie rief die gräfin ganz erschrocken warum hast du geholfen und den schlimmen buben ausreißen lassen mit verlaub redete da der kasperlemann hinter seiner bühne hervor das ist gar kein junge das ist ein kasperle ein lebendiges kasperle potzwetter noch einmal der herzog sah den kasperlemann ganz grimmig an und rief was redet er da für einen unsinn ein lebendiges kasperle so etwas habe ich in meinem leben noch nicht gehört der kasperlemann aber kam geschwind näher und verbeugte sich immerzu ganz tief er stippte mit der nase beinahe auf dem boden auf bis der herzog endlich rief genug genug jetzt will ich wissen was das mit dem kasperle für eine geschichte ist da erzählte der puppenspieler vom waldhaus und von protzendorf und dass er kasperle fangen wolle und wenn er wer weiß wie weit ziehen müsste war das eine sonderbare geschichte der herzog ließ sie sich dreimal erzählen und dann musste der puppenspieler auch noch heilig versichern alles sei bestimmt wahr ein kasper also war der fremde junge gewesen die kleine rosemarie dachte daran wie sie sich im turm vor ihm gefürchtet hatte und daß sie sich jetzt nicht mehr fürchten würde er war ja nur ein kasperle und ihr kleines herz brach fast vor mitleid als sie jetzt den herzog sagen hörte der muss gefangen werden so einen seltsamen kauz will ich besitzen wer ihn fängt der soll eine hohe belohnung haben mit dem puppenschnitzer im waldhaus werde ich schon einig werden der muß mir das kasperle überlassen schnell schnell es sollen zehn landjäger mit hunden ausreiten und es soll überall nachgeforscht werden das kasperle will ich haben und der puppenspieler vergaß dass er dem meister friedolin versprochen hatte er nur er allein solle kasperle bekommen die hohe belohnung verlockte ihn und er gelobte dem herzog ihm das kasperle zu bringen wenn er es erst hätte der herzog aber sagte er würde kasperle in einen goldenen käfig stecken er dürfe ihm nicht mehr ausreißen wenn er ihn erst hätte und die landjäger sprengten davon unten im städtchen erzählte es einer dem anderen wer das richtige kasperle findet der bekommt viel viel geld manche leute rannten da gleich flink in die weite welt hinein um kasperle zu suchen die dachten gar der sitze nun wohl mitten auf der landstraße und lasse sich fangen wie ein schmetterling die kleine rosemarie aber lag in ihrem bett und weinte bitterlich als ihre mutter noch einmal zu ihr kam da war das kopfkissen der kleinen nass von den vielen tränen und rosemarie klagte der mutter wie leid ihr das arme verfolgte kasperle truhe das in einen käfig gesetzt werden solle die mutter tröstete linde noch sei das kasperle ja nicht gefangen vielleicht findet er noch heim in das waldhaus mir scheint das ist seine beste heimat sagte sie ich will beten das kasperle heim findet flüsterte rosemarie und faltete fromm ihre hände und dann schliet sie ein und träumte kasperle saß in einem goldenen käfig und da kam ein vogel sang und sang und plötzlich war um den käfig herum der grüne wald und kasperle spazierte vergnügt hinein er nickte ihr noch fröhlich zu und dann war er verschwunden auf einmal aber kam der herzog gelaufen und die landjäger und viele viele leute und alle riefen wo ist kasperle da fing die kleine rosemarie an zu lachen sie lachte und lachte und wachte schließlich von ihrem eigenen lachen fröhlich auf vielleicht wird kasperle wirklich nicht gefangen dachte sie getröstet ein neues heimathaus auf der bergwiese lag das kasperle und schlief der kleine schelm hörte kein hundegebell kein hussageschrei nichts in die einsame höhe drang kein laut von unten herauf und als kasperle endlich erwachte da lag die ganze wiese im sonnenglanz und viele feine zarte bunte blüten waren aufgeblüht wie ein grünseidenes festgewand mit edelsteinen bestickt breitete sich die wiese vor dem kasperle aus das rieb sich staunend die augen wie wunderschön war es hier im halbkreis umschloss der hohe tannenwald die wiese und über ihr stiegen steile bergspitzen himmel an darüber glänzte der himmel tiefblau und ein feines summen und schwirren erfüllte die luft bienen käfer fliegen und bunte falter flogen von blüte zu blüte und hoch in der luft kreiste ein vogel ein adler war es doch das wußte kasperle nicht sonst hätte er sich wohl vor dem könig der vögel gefürchtet kasperle schaute und schaute er vergaß darüber seine not bis auf einmal sein mäglan mit einem lauten gerumpel mahnte frühstückszeit ist lang vorbei ja frühstück woher das nehmen kasperle fuhr in seine taschen die waren leer und es half ihm nichts dass er an die gefüllten speisekammern im schloss dachte und an den kuchen den sultan gefressen hatte und beeren mit denen er wenigstens ein kleines loch im magen hätte ausfüllen können gab es auch nicht vom blumenduft aber kann kein kasperle satt werden er erhob sich also und beschloss weiter zu wandern über die berge hinüber dachte er bis dahin würden sie ihm doch vom schloss aus nicht nachkommen wie hoch die berge waren ahnte er gar nicht er begann tapfer zu laufen überquerte die schöne blumenwiese und dann ging das klettern los wohl eine stunde mochte er gestiegen sein als er einen schmalen pfad sah der am berge dahin lief dem weg war freilich anzusehen dass er nicht oft begangen wurde ein weg führt aber meist zu einem ziel und kasperle rannte so schnell er konnte den pfad entlang sein hunger war inzwischen riesen groß geworden und auf einmal meinte er er könne nicht weiter er setzte sich auf einen stein und begann bitterlich vor herzeleid und hunger zu weinen da ertönte plötzlich ein feines klingen es schwoll an wurde stärker und stärker und das kasperle dachte so klang es doch immer sonntags im waldhaus wenn sie in schönau zur kirche läutet heißa da mußte eine kirche in der nähe sein und wo eine kirche war wohnten menschen da rannte kasperle auch den glockentönen nach er brauchte nicht weit zu gehen nur um einen felsen herum da sah er schon tiefer unten ein dorf liegen um eine große weiße kirche scharrten sich häuser friedsam und behaglich sah das aus aus jedem schornstein aber stieg lustig ein feines rauchwölkchen zum himmel empor da merkte kasperle es war mittagszeit und die glocke läutete diese ein sie rief und lockte und kasperle wäre am liebsten kopfüber den berg hinab gekugelt um da unten mit zu schmausen er blieb aber doch still auf dem berge sitzen weil er sich fürchtete unter die menschen zu gehen wenn nur nicht der schreckliche hunger gewesen wäre kasperle bog sich ganz zusammen so hungrig war er und weinend sah er auf das dorf hinab och die hatten es unten alle gut die waren nicht so mutterseelen allein und verlassen wie das arme kasperle von dem dorf stieg just um diese zeit ein mann zu den hohen bergen empor es war dies herr habermus der schullehrer der wollte auf der schönen bergwiese über die kasperle vorhin gelaufen war blumen suchen dort wuchsen seltene heilkräuter und herr habermus war ein kräuterkundiger mann in das einsame dorf das den namen waldrast führte kamen wenig menschen und wenn krankheit herrschte war es mühsam und beschwerlich einen arzt herbeizuholen da gingen dann die dörfler lieber zu ihrem schullehrer der half ihnen mit seinen kräutertränklein so gut es ging an diesem schönen hellen tag nun gedachte herr habermus seine grüne botanisierbüchse voll kräuter zu füllen und fand dafür das weinende kasperle jemmi ne schrie er als er den kleinen erblickte was ist denn das er dachte wirklich es sei ein berggeistlein oder so etwas obgleich er eigentlich nicht an solche dinge glaubte aber das kasperle kam ihm doch zu sonderbar vor auch war dieser bergpfad gar kein weg auf dem sonst fremde daherkamen he da rief er und packte das weinende kasperle wo kommst du denn her wo willst du hin warum weinst du denn drei fragen auf einmal das war ein bisschen viel kasperle sagte schluchzend wieder sein sprüchlein her er sei ein armes verlassenes weisenbüble und wolle in die weite welt gehen herr habermus hatte ein gutes mitleidiges herz dem tat kasperle gleich ungemein leid nun nun sagte er da musst du nicht so schrecklich weinen in der weiten welt wird schon noch platz für sein büble sein ich hab doch hunger schrie kasperle so laut und kläglich dass herr habermus gleich ganz erschrocken seine grüne büchse um und um drehte die hatte ihm seine liebe frau mit butterbroten und pfingstkuchen wohl gefüllt und der schullehrer drückte kasperle brot und kuchen in die hände und wollte ihn gerade ermahnen ist da schrepp schrapp hatte kasperle schon beides in seinen großen mund gesteckt schluck schluck hinunter war es vor zwetter schrie herr habermus du kannst das essen gut er füllte wieder kasperles hände und wieder schluckte der eins zwei drei alles hinab es wird nicht reichen dachte herr habermus bekümmert aber es reichte kasperle wurde plump satt und der schullehrer sagte nun erzähl mir mal wo du eigentlich her kommst das war eine schwere sache kasperle erzählte verlegen von protzendorf er klagte damian und florian bitter an und der gute herr habermus dachte der kleine schelm sei wer weiß wie lange dort gänsehirt gewesen bist du denn auch ordentlich dabei in die schule gegangen fragte er mitleidig in die schule kasperle riss seinen mund vor erstaunen noch weiter auf als zuvor aus hunger denn dass er ein kasperle jemals in eine schule gehen sollte daran hatte er nie gedacht nie rief er und schüttelte immer zu den kopf in die schule nie na nun bist du denn überhaupt noch nicht in eine schule gegangen fragte herr habermus ordentlich entsetzt nie das ganze kasperle wackelte nun hin und her und her habermus schüttelte auch den kopf das war doch wirklich eine schlimme geschichte hier musste geholfen werden der bube musste in die schule gehen das wäre doch etwas ein büble in der weiten welt herumlaufen zu lassen immer an der schule vorbei das geht nicht rief er mein sohn du mußt in die schule gehen hätte der gute herr habermus gerufen kasperle ich muß dir die ohren abschneiden dann hätte es den nicht minder erschrecken können im waldhaus hatte meister friedolin manchmal gedroht na warte ich schicke dich in die schule und windgustel und wassergustel seine freunde im protzendorf hatten ihm gesagt an der schule seien nur die ferien gut und kasperle glaubte dies den beiden faulpelzen mehr als herrn habermus der jetzt sagte ei ein rechter junge muß in die schule gehen und muß sich darauf freuen denn in einer schule ist es wunderschön und dann legte herr habermus den finger an die nase er dachte nach wie dem kasperle zu helfen sei und als er eine weile nachgedacht hatte sagte er mein sohn ich nehme dich mit nach waldrast wir haben nur zwei kinder also ist platz im schulhause du kannst der frau in der küche helfen und mir beim kräuter suchen doch wenn ich schule halte spazierst du hinein du sollst etwas ordentliches lernen so nun marsch jetzt gehen wir nach hause das kräuter suchen lasse ich heute sein na meine frau wird augen machen wenn sie den gast sieht den ich mitbringe dem kasperle war es zumute als hätte ihn ein wirbelsturm rundum gedreht auf einmal sollte er das richtige echte kasperle in eine schule gehen wie würde denn das sein ganz verwirrt ging er hinter dem schullehrer her der auf einem schmalen zickzackweg ins tal hinab stieg so kamen sie beide am dorf an und gleich am ersten haus unter einer großen tanne saßen etliche buben und mädel die staunten über den seltsamen buben der da mit hängendem kopf hinter ihrem schullehrer hertrabte flink liefen sie nach um sich das kasperle genauer anzusehen dies angeschaue verdross kasperle er drehte sich auf einmal blitzschnell um und machte ein räuberhauptmannsgesicht die mädel kreischten laut die buben lachten herr habermus aber drehte sich ärgerlich um was soll denn der lärm fragte er der da macht so ein komisches gesicht lauter kleine zeigefinger streckten sich aus und deuteten auf kasperle doch da wurde herr habermus ernstlich böse schämt euch rief er was kann denn der arme junge für seine große nase ein armes waisenkind ist's dem es arg schlecht gegangen ist in der welt komm nur kasper morgen in der schule werden sie sich schon mit dir vertragen und herr habermus stapfte wieder voran und das kasperle hinterher nach drei schritten drehte der sich um und schnitt sein aller dümmstes kasperle gesicht die kinder kreischten laut vor vergnügen und der schullehrer drehte sich wieder um aber kinder mahnte er strenge was soll der lärm und wieder streckten sich lauter kleine zeigefinger aus und wieder ertönte es im chor der da macht so ein komisches gesicht kasper herr habermus sah seinen kleinen schützling fragend an doch der sah so unschuldig drein als könne er kein wässerlein trüben dumm dumm rummte der schullehrer und ging weiter denn das schulhaus lag ganz am anderen ende des dorfes trapp trapp folgte kasperle ihm da kam eine schar gänse angewatschelt und flugs schnitt kasperle auch denen sein räubergesicht gab das ein geschnatter und geschrei die gänse wuselten erschrocken durcheinander die kinder lachten und herr habermus drehte sich wieder ärgerlich um da sah er wieder das kasperle mit gesenktem kopf ganz bescheiden hinter sich gehen und er schallt auf kinder und gänse geht heim gebot er den kindern lasst mir den kasper in frieden dann nahm er selbst kasperle an der hand und führte ihn seinem hause zu denn so ganz traute er dem kleinen schelm doch nicht die frau schulleiter sah arg erstaunt drein als ihr mann so bald schon mit einem so sonderbaren kerl zurückkehrte jemine rief sie was bringst du da für einen popanz mit der sieht ja aus wie ein kasperle aus ner jahrmachtsbude herr habermus war sehr gekränkt er erklärte seiner lieben frau wie er kasperle gefunden habe und der schlingel stand trübselig dabei und machte ein so unschuldiges gesicht daß er der frau die von heiterer güte war bitter leid tat sie nahm den kleinen freundlich an der hand und führte ihn in das haus hinein drinnen gab es freilich geschrei und arg böse blicke bei kasperles anblick für das geschrei sorgten lenchen und lorchen habermus die drei und vierjährigen noch ein bisschen dumm waren sie hörten freilich bald wieder auf zu schreien als kasperle ein lustiges gesicht aufsetzte ja sie jauchzen ihm vergnügt zu in das laute gelächter stimmte nur die base mummeline nicht ein sie war es die das arg böse gesicht machte wie eine gewitterwolke sah sie drein ihr passte nicht der gast im hause der unnütze esser und ihr gefiel das ganze kasperle nicht wie ein spatzen schreck sieht er aus behauptete sie und sah den kleinen scheel an dem kasperle gefiel die base mummeline auch recht wenig er merkte gleich an der hatte er keine gute freundin drum machte er blitzschnell als ihn die base beim abendessen so unwirsch ansah sein räubergesicht ach kreischte die base wie sieht der bengel aus man muss sich fürchten weil aber kasperle der schelm wohl aufgepasst hatte dass just niemand anders sein räubergesicht sah und er dann flink wieder ganz unschuldsvoll reinblickte schallt die lehrerin aber base das büble tat doch nichts sei nicht so ungut ach die base fiel fast vom stuhl vor schreck jetzt hat er wieder so ausgeschaut jammerte sie o du meine güte mit dem gibt's noch ein unglück der gute herr habermus sah etwas bedenklich drein es fiel ihm ein wie die kinder gekreischt und gelacht hatten als er mit kasperle durch das dorf gegangen war er sah auch in kasperles augen den schall glitzern und funkeln da dachte er ich muss wohl aufpassen und als die base mummeline mal wieder hoch und ach schrie sagte er streng nun ist's genug kasper geht ins bett er soll sich heute ausschlafen morgen fängt die schule wieder an da muss er tüchtig lernen und dummheiten werden nicht gemacht fügte er drohend hinzu ich mache doch nie dummheiten dachte kasperle betrübt als er sich im bette ausstreckte ich doch nicht und dann lauschte er und hörte wie nach einem weilchen die base mummeline in ihre kammer ging die lag neben der seinen da stieg das kasperle flink auf das fensterbrett nahm einen langen stock der in einer ecke lehnte und bumms bumms schlug er an der base fenster die hatte gerade ihre haube abtun wollen und fiel vor schreck mitsamt ihrer haube kopfüber in die waschüssel sie pustete und ächzte und meinte nicht anders als ein gespenst sei draußen vor ihrem fenster doch plötzlich besann sie sich nahm ihr licht und rannte in kasperles kammer hinüber doch da lag das kasperle im federbett ganz still und friedlich und war anzuschauen als schliefe es die base mummeline schüttelte den kopf das war doch wohl ein gespenst gewesen und nicht der fremde bube hum 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 bummelte sie und ging zur türe hinaus da aber drehte sie sich noch einmal um und hoch kreischte die base wieder und stolperte vor eile über ihre pantoffeln das licht fiel ihr aus der hand sie rannte an ihre türe an und fand nicht in die kammer der schullehrer und seine frau kamen angerannt und fragten erschrocken was der lärm bedeuten solle da drin liegt ein gespenst jammerte die base und zeigte nach kasperles kammer es ist ein gespenst unsinn herr habermus tat die türe auf und sah hinein da lag kasperle fromm und friedlich im bett und schlief er schneischte sogar ein wenig was die base nur hat brummte herr habermus ärgerlich und schloß sachte kasperles kammer türe ach dessen bitterböses räubergesicht hatte eben nur die base mummeline zu sehen bekommen und die schlief die halbe nacht nicht vor grausen über den unheimlichen kleinen gast kasperle in der schule am nächsten tag ging kasperle zum ersten male in die schule er war sehr brav aufgestanden hatte still am frühstückstisch gesessen und selbst die base mummeline hatte gedacht er ist doch gar nicht so schlimm dann wanderte kasperle an herrn habermus hand hinüber in die schulstube und der schullehrer sagte hier bringe ich euch einen neuen mitschüler ein wildes geschrei erhob sich herr habermus sah ganz verdutzt rein so waren doch sonst seine schulkinder nicht er sah die an er sah kasperle an der stand ganz still mit einem sehr dummen gesicht neben ihm aber stille doch rief herr habermus kasper sage nun einmal allen guten tag guten tag brüllte kasperle sehr vernehmlich und sofort erhob sich ein allgemeines jauchzendes gelächter buben mädel kleine große alle lachten sie manche quiekten hoch wie kleine schweinchen manche brummten wie bären dazwischen gar nicht aufhören konnten sie und kasperle lachte mit der riß seinen mund auf als sollte eine kutsche mit vier pferden bespannt hineinfahren herr habermus stand ganz verdutzt da er wußte nicht recht lachte kasperle weil die kinder lachten oder lachten die über kasperle aber kinder kinder rief der lehrer mahnend der nicht ahnte dass eben kinder immer über ein echtes kasperle lachen müssen sie mögen wollen oder nicht und herr habermus erging es sonderbar er wollte heftig schelten und konnte nicht das lachen steckte an wenn er das lachen der kasperle ansah dann zuckte es ihm um die mundwinkel er mußte immer fortsehen jetzt setze dich einmal da gleich vorn hin sagte er endlich und kasperle ging gehorsam an den platz und setzte sich da ebte das lachen ab denn nun konnten die kinder alle kasperle nicht von vorn sehen herr habermus atmete auf endlich trat stille ein und die schule konnte beginnen erst sangen die kinder ein lied und kasperle hörte fein andächtig zu das gefiel ihm gut danach sollten die kleinen schreiben und die großen biblische geschichten erzählen herr habermus trat zu kasperle und zeigte dem wie er schreiben müsste auf ab und kasperle fuhr flink auf und ab über die ganze tafel dazu nahm er noch die linke hand linkshänder schallte herr habermus nimm die rechte er nimmt wieder die linke rief plötzlich jemand von hinten vor das dicke jaköble hatte es gerufen und gleich schrien ein paar nach er nimmt immer die linke die rechte hand sollst du nehmen kasper mahnte herr habermus kasperle grinste und drehte sich um und gleich fing die ganze klasse zu lachen an da wurde der lehrer ärgerlich kasper rief er weißt du nicht was links und rechts ist nie sagte kasperle er wußte das wirklich nicht in seinem schlaf hatte er vielerlei vergessen darunter auch dies und die waldhausleute hatten es ihm noch nicht wieder beigebracht ei du lieber himmel herr habermus seufzte die kinder lachten und kasperle lachte mit da war es wieder so laut wie nie zuvor im schulzimmer und der lehrer wollte böse werden und konnte nicht bleib ganz still sitzen kasper gebot er und höre zu da blieb kasperle steif sitzen und sperrte wieder den mund himmelweit auf herr habermus erzählte und fragte die kinder hoben die hände und antworteten das gefiel kasperle ganz ungemein und auf einmal hob er auch seine hände empor beide zugleich na was weißt du denn fragte der lehrer er wollte gerade den namen der zwölf jünger wissen und nickte kasperle zu da schrie der laut windgustel was herr habermus meinte nicht recht gehört zu haben die kinder jauchzten wieder und kasperle sah sich strahlend rund um und brüllte vernehmlich so ja er ist jünger als wassergustel so ein scharfskopf herr habermus dachte es nur er hätte es aber beinahe gerufen er sagte jedoch streng still jetzt und du kasper hebe die hände nicht mehr hör zu da wurde es wieder stiller das fragen ging weiter die kinder wußten gut bescheid die hände flogen nur so hoch kasperle fand das wieder sehr spaßhaft er hätte gerne mitgetan aber die hände sollte er ja nicht hochheben doch warum nicht die beine das ging doch auch und hops pendelten plötzlich kasperles beine in der luft herum so etwas war noch nie vorgekommen die ganze klasse schrie lernte und lachte und der sonst so geduldige lehrer wurde schlimm böse rausche bausche packte er kasperle und setzte den recht unsanft auf die bank nieder es krachte ordentlich und kasperle sah tief erschrocken drein er hatte doch nichts arges tun wollen und für ein kasperle ist das beine in die luft strecken kein schlimmes ding er blieb ganz steif und starr sitzen es wurde wieder ruhe im zimmer und der unterricht ging weiter nach ein paar minuten aber ertönte ein ganz helles stimmlein das rief er weint die kleine bärbe hatte es gerufen und flugs schauten alle waldraster mädel und buben zu kasperle hin denn nur der konnte gemeint sein und kasperle weinte wirklich aber wie die tränen rannen stromweise über sein gesicht und auf einmal fing kasperle ein gebrüll an als heulten mindestens sechs buben zusammen so jämmerlich klang es daß gleich ein paar mädel auch zu weinen begannen da mußte der gute herr habermus trösten er sagte zu kasperle sei nur still ich bin nicht mehr böse wenn du so heulst kommt ja noch die ganze stube unter wasser weg waren da kasperles tränen gleich war er wieder putzvergnügt er grinste schaute nach rechts schaute nach links schaute hinter sich und wieder brach die ganze klasse in ein jubel helles lachen aus es war zum verzweifeln an diesem tag zum ersten mal wurde herr habermus mit seiner klasse nicht fertig ja und dabei merkte er es doch niemand war eigentlich ungezogen niemand wollte ihn ärgern es war wie verhext wir wollen singen sagte er endlich er dachte darüber vergessen sie am besten das lachen und die kinder klappten auch alle vergnügt ihren bücher zu singen taten sie alle gern also zuerst der mai ist gekommen sagte herr habermus kasper kennst du das lied nie schrie kasperle vergnügt wir sagen es ihm vor riefen ein paar stimmen sagt mal zuerst das lied her gebot herr habermus das taten die kinder und nun geschah etwas wunderbares kasperle stand auf und sagte ihnen gleich das ganze lied nach da staunten alle und der lehrer dachte halt der schelm hat es gekonnt sagte ihm schnell ein paar andere verse vor und kasperle wiederholte die gleich herr habermus sah auf das schreckliche gekraxel das der bube auf seiner tafel angestellt hatte und er wunderte sich sehr er hatte gedacht der kasperle ist ja fürchterlich dumm jetzt fand er ihn doch nicht so beschränkt wer so fix auswendig lernen konnte der würde schon vorwärts kommen meinte er er nickte kasperle ganz freundlich zu dann nahm er seine geige und die singerei sollte beginnen singen kann aber kein kasperle nur brüllen und kasperle brüllte mit der allerschrillsten stimme in den gesang hinein und je wurde aus der singerei ein lautes gelächter kasperle schweig rief herr habermus du lernst in deinem leben nicht singen ach du lieber himmel das hat er schon liebetraut immer gesagt kasperle schwieg traurig er hätte doch so gern mitgesungen aber dann saß er ganz andächtig da hörte zu und sah wieder so unschuldig drein als könne er keine kleinen dummheitle machen herr habermus dachte wieder er ist nicht schlimm ja eigentlich ist sein lieber lustiger kerl ich will schon geduld mit ihm haben er war an diesem tage froh als die schule zu ende war während die kinder alle gerade heute noch himmel gern geblieben wären sie drückten sich sehr langsam aus den bänken heraus und da der lehrer nicht wie sonst wartete bis alle hinaus waren sondern zuerst hinaus ging vergaßen die kinder alle miteinander das heimgehen herr habermus saß schon ein ganzes weilchen in seiner stube und ordnete pflanzen ein als seine frau kam und sagte drüben im schulzimmer ist ja so rager lärm sind denn die kinder nicht heimgegangen der schullehrer lief eiligst hinüber schon draußen hörte er die kinder lachen und als er mit einem ruck die türe aufriss sah er das kasperle auf dem katheter sitzen der hatte ein bein drüber hängen ein bein untergeschlagen und so erzählte er die geschichte wie damian ins wasser gefallen war die kinder umstanden alle das katheter wie eine jahrmarktsbude und das kasperle schwätzte auch wie auf einem jahrmarkt und niemand sah und hörte den lehrer kommen nur das kasperle sahen die kinder und immer von neuem gelte ihr lachen auf aber wie spaßig das kasperle auch war was es für gesichter schneiden konnte potzwetter so ein bube herr habermus musste an sich halten um nicht mitzulachen und ein paar minuten schaute er stille zu dann rief er in den lärm hinein wollen wir wohl heimgehen der schreck kasperle rutschte blitzschnell vom katheter herunter und die buben und mädel standen verwirrt und betroffen sie wußten gar nicht recht wo sie eigentlich waren sie hatten nur das kasperle gesehen nur an ihn gedacht doch herr habermus sah eigentlich nicht böse drein nur ein bisschen betrübt er dachte nämlich ja was habe ich da für einen kleinen narren ins haus gebracht wie soll das mit ihm werden er nickte den kleinen zu und sagte noch einmal geht nun aber heim und da lehrte sich das schulzimmer im umsehen auf einmal hatten es alle sehr eilig heim zu kommen sie purzelten beinahe über ihre eigenen beine draußen schauten ein paar bauern verwundert zu die sagten zueinander da hat's doch was gegeben und wie spät die schule aus ist gar haben sie alle nachsitzen müssen die kinder liefen alle eiligst ihren heimstätten zu und die meisten fingen schon draußen vor der türe an von dem wunderlichen neuen schulgefährten zu erzählen den holte herr habermus inzwischen unter dem katheter hervor setzte ihn vor sich hin und sagte streng doch nicht böse kasperle was bist du für ein unnützer strick kasperle schaute betrübt zu dem lehrer auf ich hab doch nur gekaspert antwortete er kläglich ja du bist doch herr habermus stockte er wollte sagen kein kasper da sah er seinen schützling an und dachte erschrocken er sieht doch wirklich wie kasperle aus jemine wen habe ich mir da ins haus gebracht aber da steckte kasperle zutraulich seine hand in die seine und sah ihn so traurig bittend an daß all sein ärger verging nun komm nur mit du schelm sagte er auf dem katheter darfst du mir aber nicht mehr kaspern nie versprach kasperle treuherzig und dann nahm er seine neue schiefertafel die der lehrer ihm geschenkt hatte unter den arm und schlitterte vergnügt hinter herr habermus drein er schlitterte in die wohnstube hinein und prallte unversehens mit der base mummeline zusammen die hatte gerade eine schüssel milch in den händen und da lagen dann plötzlich base milch kasperle und schiefertafel auf der erde und es gab ein allgemeines zetergeschrei er hat's mit absicht getan kreischte die base die sich aus dem milchsee aufrichtete ach jetzt sieht er mich wieder so an er konnte nix dafür sagte die frau lehrerin ich hab's gesehen nur ein bisschen geschwinde ist er zur türe hereingekommen er hat's mit absicht getan ach das schreckliche gesicht die base mummeline stand wütend und schelternd auf und bitterböse saß sie dann am tisch da wagte kasperle gar nicht aufzusehen sein räubergesicht machte er auch nicht denn er hatte angst vor der base mummeline nach tisch gab es ein ruhestündchen für den lehrer auch lenchen und lorchen sollten schlafen obgleich sie heftig verlangten sie wollten mit kasperle spielen zudem sagte die lehrerin geh du und tummle dich draußen herum mach aber keinen lärm um das schulhaus herum bei sich dachte die gütige frau es ist ihm schon zu gönnen dass er etwas spielt und hier im hause möchte die base mummeline doch immer zu schelten kasperle sprang vergnügt hinaus und kaum war er draußen da packten ihn ein paar buben komm mit du mußt uns noch was vorkaspern baten sie nicht hier sagte kasperle ängstlich ich soll keinen lärm machen komm wir gehen in lappenmeiers alten schuppen da sieht uns niemand schlug der lange blasi vor das fanden die anderen gut und so zogen sie dem alten schuppen zu und das trüpplein war wie eine lawine es wuchs und wuchs unterwegs buben und mädel fanden sich dazu und dann verschwanden sie alle in lappenmeiers alten schuppen der lag abseits vom dorf mitten auf einer wiese an diesem nachmittag wunderten sich allerlei leute im waldrass ein paar frauen sagten zueinander warum die kinder heute nur nicht in die schule gehen wo stecken sie denn ja wo sind sie denn fragte die krämer frau die das hörte da trat herr habermus aus dem schulhaus heraus und fragte wo sind denn die kinder und seine liebe frau trat neben ihnen und schwang und schwang immerzu die schulglocke die bimmelte zuletzt ganz zornig ins weite die schule fängt an die schule fängt an doch niemand hörte darauf keine bubenbeine keine mädelbeine kamen angetrabt es blieb alles still nur von den erwachsenen kamen mehr und mehr ein paar erzählten sie hätten die kinder alle miteinander laufen sehen aber wohin das wußte niemand sie sind vielleicht in den wald gegangen sagte frau veronika lappenmeier aber es ist doch schule rief herr habermus entrüstet in den wald konnte man schon gehen in waldrast denn der dehnte sich vom dörf entlang bis tief tief ins tal hinein viele stunden weit in dem kam ein bursche mit einem heuwagen angefahren der rief frau lappenmeier was ist denn in ihrem schuppen auf der wiese los da drin brüllt es ja fürchterlich die kinder sind's mit kasper herr habermus dachte das nur er rannte aber gleich los die dörfler folgten ihm und alle miteinander drängten sie ihm nach als er die scheunentüre aufriß da waren sie wirklich kasperle saß hoch oben unter dem gebälk und unten standen mädel und buben und starrten lachend hinauf zu dem neuen gefährten der sich drehte und verrenkte und den allergrößten unsinn schwätzte bimelim 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 die frau lehrerin war ihrem mann mit der schulglocke nachgelaufen und in das lachen und jauchzen der kinder hinein ertönte der wohlbekannte klang alle erschraken alle schauten sich verwirrt um war es wirklich schon schulzeit bimelim 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 die glocke gellte ihnen in den ohren und ein paar schrien wir müssen in die schule und dann rannten sie an den erwachsenen vorbei rannten ihren lehrer beinahe um und sahen vor lauter eile und eifer niemand und nichts und kasperle sprang plötzlich von oben herab in einem weiten bogen auch er sah und hörte nichts auch er raste den anderen nach und im umsehen war der schuppen leer die erwachsenen sahen sich ganz verdutzt an die kinder sind ja wie besessen rief die krämerin die anderen stimmten ihr zu herhabermus aber kehrte bedrückt nach dem schulhaus zurück kasperle war daran schuld nur er allein was war das für ein schlimmer junge er darf nicht mehr in die schule dachte er und betrat das schulzimmer da saßen alle brav auf ihren bänken rechts die großen links die kleinen und kasperle saß wieder auf der vorderen bank sein gesicht strahlte er sah so unschuldig drein als könnte er nicht das kleinste dummheitle machen doch herr habermus ging mit gefurchter stirn zum katheter dort sagte er streng ihr seid alle zu spät gekommen darum müßt ihr alle nachsitzen da senkten sich erschrocken und schuldbewusst alle blonden und braunen Buben und Mädelköpfe nur das kasperle sah höchst verwundert drein es krähte mit seiner lauten stimme es hat ja eben erst geklingelt sei du still du verläßt sofort die schule rief herr habermus streng du bist an allem schuld mach hinaus du darfst nicht mehr in die schule kommen ich schicke dich überhaupt wieder fort einen augenblick herrschte tiefes erschrockenes schweigen im schulzimmer kasperle saß ganz verdattert da er war sich keiner schuld bewusst dann erhob sich aber jäh ein lautes geheule so ein tief betrübtes jämmerliches geheule wie es herr habermus noch nie vernommen hatte und nicht nur die Mädel weinten die Buben schluchzten auch alle und alle miteinander riefen flehend kasper hat keine schuld kasper soll dableiben bitte 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 auch bitte kasper soll nicht wieder fort der lehrer sah seine schulkinder ganz verdutzt an und deren gebitte wurde immer lauter und dringlicher und je mehr sie flehten je lauter heulte das kasperle es ist reil als hätte er die kinder verhext brummte herr habermus vor sich hin und mich dazu dachte er als er das kasperle ansah und der kleine kerl ihm einmal wieder herzlich leid tat böse nein böse war er eigentlich gar nicht mehr auf ihn also mag er bleiben weil ihr alles so bittet sagte er schließlich das nachsitzen sei euch auch geschenkt aber eine strafarbeit gibt es ein stück zu schreiben und wehe wer sie nicht gut macht und nun stille jemini kasper was ist denn nun wieder los das kasperle war unter die bank gerutscht und von dort ertönte wieder sein furchtbares jammergebrüll ich kann doch nicht schreiben klagte er ich kann nicht schreiben dummer bube brummte herr habermus du brauchst natürlich nicht die strafe beizuschreiben du brauchst bloß striche zu machen und nun potzwetter sei still sonst da kam kasperle auf die bank ehe der lehrer noch ausreden konnte und dann saß er da mit dem allervergnügtesten gesicht das ihm die schule spaß machte war ihm an der nasenspitze anzusehen er gab kreuzdumme antworten und immer wieder durchbrauste ein lautes lachen die schulstube herr habermus wollte schelten und konnte es nicht denn eigentlich tat kasperle gar nichts böses da klingelte es die schule war aus sonst atmeten die kinder meist alle auf waren froh hinauszukommen heute bettelten selbst die allergrößten faulpelze ach bitte bitte wir wollen noch bleiben es ist so wunderschön in der schule und der gute lehrer tat ihnen wirklich den willen er erzählte ihnen von den blumen und bäumen von felsen und bergen von den feinen schmetterlingen und den dicken brummkäfern und alle lauschten still am aufmerksamsten aber das kasperle und der schrie dann auch am lautesten schon als er habermus sagte nun ist es aber wirklich genug nun geht heim nicht zu laut und vergesst eure arbeit nicht und dann verließen die waldraster kinder das schulhaus und sie kamen so vergnügt heim wie noch nie trotz der strafarbeit und an diesem abend brummten allen vätern und müttern in waldrast die köpfe so viel schwätzten die kinder von ihrem neuen schulgefährten Ende des neunten kapitels Zehntes kapitel von Kasperle auf reisen von josephine siebe Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Eine neue Gefahr Kasperle schlief an diesem Abend putzvergnügt ein Paar Doubts, fiel er ins Bett und Bums, da schlief er auch schon Der gute Schullehrer von Waldrast aber, Herr Habermus, sagte noch sorgenvoll zu seiner lieben Frau Mit dem fremden Buben werden wir viel Sorge und Verdruss haben, hätte ich ihn doch lieber nicht mit heimgebracht Doch die Frau Schullehrerin antwortete heiter Mach dir keine Sorgen, Mann Ein lieber kleiner Kerl ist der Kasper doch und mit der Zeit wird er schon ein rechter braver Schulbube werden Danach sah es freilich am anderen Morgen nicht aus Kaum betrat das Kasperle die Schulklasse, gleich ging der Lärm los Alle schrien Du musst uns was vorkaspern, bitte, bitte, bitte Doch Kasperle dachte an das Verbot des Lehrers Auf dem Katheder dürfe er nicht Kaspern und darum kletterte er, eins, zwei, drei, auf den großen braunen Schulschrank hinauf Die Buben schrien laut Hallo Und die Mädel rissen vor erstaunend den Mund weit auf Jemine, so flink war noch nie jemand auf den Schulschrank gekommen Das war ein Spaß Herr Habermus hörte das Geschrei drüben in seiner Wohnung Und noch ehe die Base Mummeline die Klingel geschwungen hatte, lief er schon hinüber Er riss die Türe auf und schrie Oh, Zwitter, was ist das für ein Lärm? Platsch, fiel Kasperle vor Schreck vom Schulschrank herab Er fiel auf einen Tisch, gerade auf Heine Fistelmeiers neue Schiefertafel Die nahm das Übel und ging mit einem lauten Krach kaputt Kasperles Beine zappelten in der Luft herum Sie trafen Fritz Schrumps Nase Trafen ein Tintenfass, das sauste in einem weiten Bogen herab Und auf der Mädelbank gab es ein lautes Gekreisch Fünf gute Schulschürzen bekamen dicke, schwarze Tintenkleckse Ihre Besitzerinnen heulten Ihre Freundinnen heulten zur Gesellschaft mit Heine Fistelmeier heulte Fritze Schrumps heulte Kasperle heulte Etliche lachten und jauchzten Es war wieder einmal ein Lärm wie bei Teufels Großmutter Da verlor der sonst so nachsichtige Lehrer die Geduld Klatsch, 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 ging es Kasperle bekam seinen Teil Die ärgsten Schreier bekamen etwas ab Und schnell merkten es alle Mit ihrem Schullehrer war heute nicht gut Spaß zu machen Nach und nach trat Ruhe ein Nur die fünf Mädel, die bekleckste Schürzen hatten, weinten ganz leise Und Kasperle heulte laut Himmel konnte der brüllen Selbst die fünf Mädel verstummten schließlich Alle staunten sie das heulende Kasperle an Und allmählich erfasste sie alle ein tiefes, tiefes Mitleiden mit dem kleinen Irrwisch Herr Habermus faßte den am Kragen, zog ihn vor und stellte ihn in eine Ecke So, sagte er streng, da bleibst du stehen, bis du vernünftig geworden bist Ach du lieber Himmel, heulte das Kasperle Auf der Mädelbank hob ein leises Weinen an Eine nach der anderen, weinte, dann schluchzte einer auf der Bubenbank Erst heulten alle Kleinen, dann fielen die Großen ein Und nach ein paar Minuten weinte und schluchzte die ganze Schule mit Kasperle Herr Habermus schüttelte erstaunt den Kopf So etwas war ihm noch nie vorgekommen, dass alle heulten, weil einer gestraft wurde Er wollte streng sein und nicht darauf achten Aber merkwürdig Kasperles Weinen und das klägliche Echo rührten ihn sehr Er sagte endlich ganz freundlich Nun hört aber auf, Kinder, und du, Kasper, komm wieder an deinen Platz Seid jetzt endlich stille Flink trocknete Kasperle seine Tränen Er flitzte aus der Ecke heraus Und auf einmal begannen alle Kinder zu lachen Selbst Herr Habermus lächelte ein wenig Er seufzte aber auch und dachte Ach je, was wird es heute noch geben? Kasperle wollte nun sehr artig sein Und er war es auch Aber er gab wieder blitzdumme Antworten Und wenn er nur seinen Mund auftat, lachten wieder die anderen Kinder Und in der Schulstube gab es wieder Lärm und Unruhe Und nachher hallte die Dorfstraße wieder vom jauchzenden Lachen der Kinder Und von den Müttern sagten etliche Den Buben hätte der Schullehrer nicht aufnehmen sollen Ein schlimmer ist's, ein arger Unnützling Die Base Mummeline hatte nämlich im Dorf allerlei herumgeredet Wie schlimm der kleine Gast im Leverhause sei Kein gutes Herrchen hatte sie an dem armen Kasperle gelassen Und manche glaubten ja alles, manche die Hälfte Ein wenig Schäl sahen in die Erwachsenen alle an Und dann fingen auf einmal alle Kinder an zu kaspern Dummheiten hatten auch sonst die Waldrasterkinder genug gemacht Aber solche Hanswurstsprünge Ein solches Gesichterschneiden War sonst nicht Mode gewesen Da fing zum Beispiel Fritze Schrumps bei Tisch an zu zappeln Hielt die Beine in die Luft und überschlug sich samt seinem Stuhl Seine Mutter dachte, er hätte Bauchschmerzen Aber sein Vater gab ihm eins auf den Hosenboden Darüber vergaß er das Kaspern Am Abend aber kam Frau Bimmelmann, die nächste Nachbarin, gelaufen Und flehte, Frau Schrumps möchte mitkommen Ihr Peter habe die Krämpfe Er schneide fürchterliche Gesichter Und auf der Gasse trafen sie Fistelmeiers alte Mume Trine Die jammerte, bei ihnen sei der Heine übergeschnappt Sie wolle vom Schullehrer einen Tee holen Was auf den Hosenboden, schrie Vater Schrumps Das wird schon helfen Das Mittel von Vater Schrumps erwies sich in diesen Tagen als äußerst heilsam Und bald bekamen es die Waldraster Väter und Mütter heraus Ihre Buben und Mädel, aber besonders die unnützen Buben Wollten alle Kaspern, wie des Schullehrers kleiner Schützling tat Das gab viel Ärger und Geschälter im Dorf Und der arme Herr Habermus bekam manches ungute Wort zu hören Die Base Mummeline schürte noch das Feuer Im Lehrerhaus selbst gab es alle Tage Lärm Immer hatte der Kasper dies und das getan So sagte wenigstens die Mume Und dabei wollte Kasperle wirklich brav sein Weil es ihm nämlich in Waldrast sehr gut gefiel Er ging furchtbar gern in die Schule Und das Spielen mit seinen Kameraden machte ihm besonders Vergnügen Über das Geschrei der Base Mummeline wunderte er sich sehr Er fand es nur spaßig, wenn sie über den Scheuereimer purzelte Oder wenn alle Hühner in ihrer Stube herumgackerten Weil Kasperle sie hineingetrieben hatte Auch brauchte die Base nicht so mörderlich zu schreien Weil sechs dicke Kröten in ihrem Bett saßen Und allerlei Getier, Käfer und Tausendfüßler in ihrem Strickkorb herumkrabbelten Oder gar ein Regenwurm sich in ihrer Kaffeetasse warnt Das war doch alles nur Spaß Und über das Räubergesicht brauchte die Base auch nicht so zu erschrecken So meinte wenigstens Kasperle Und seine Kameraden stimmten ihm zu Doch die Base zeterte und schrie Herr Habermus schallt, Frau Habermus schallt Aber beide hatten dabei den unnützen kleinen Schelm von Herzen lieb Der Schullehrer bekam es auch nicht fertig zu sagen Kasper, geh wieder in die weite Welt Dazu tat ihm der in seiner Verlassenheit zu leid So ging ein Tag nach dem anderen hin Und Kasperle blieb in Waldrast Die Dorfbuben lernten das Kaspern immer besser Und der gute Herr Habermus plagte sich weidlich mit den Kindern ab Und daheim hörte er auch noch die Base Mummeline den ganzen Tag schelten Er war daher sehr froh, als die eines Tages sagte Ich geh morgen in die Stadt Es war eine große Sache, wenn in Waldrast jemand in die Stadt ging Der musste dann viele Stunden abwärts steigen Und zurück wieder lange, lange den Berg hinauf steigen Wenn darum jemand sagte Ich geh in die Stadt Dann kamen gleich die Nachbarn Und hatten diesen und jenen Wunsch Wollten allerlei gekauft haben Und sagten auch Pass gut auf, was es Neues in der Welt gibt In jenen Tagen stiegen die Briefboten Noch nicht täglich in das entfernteste Dorf Und in Waldrast empfing höchstens einmal im Jahr Irgendjemand einen Brief In das Schulhaus kamen darum auch noch Am gleichen Mittag etliche Nachbarinnen Eine wollte gewürzt, die andere Nähnadeln Die dritte einen Kupfertopf besorgt haben Und so ging es weiter Und zuletzt hatte die Base Mummeline einen langen Zettel Auf dem alle Wünsche verzeichnet standen Das wird zu viel zu tragen Sagte die Lehrersfrau Base, da tust du dir Schaden Nimm den Kasper mit, der kann dir helfen Ei, du lieber Himmel zeterte da die Base los Mit dem schlimmen Buben sollte sie gehen Na, da würde sie sicher vor Ärger unterwegs sterben Behauptete sie Der Kasper sollte ihr nur fernbleiben Und die Base Mummeline rüstete ihren Korb Und Kasper blieb daheim Der war arg froh darüber Ja, schlimm genug Als er die Base in aller Morgenfrühe aufstehen hörte Schaute er ihr vom Fenster aus vergnügt nach Zog ihr eine lange Nase und schnitt Als sie sich noch einmal umdrehte Sein allerbösestes Räubergesicht Meine Güte Erschrak die Base Sie kollerte fast mit ihrem Korb den Berg hinab So rannte sie davon Und erst als Waldrast schon ein Stück hinter ihr lag Wagte sie es aufzuatmen Na, warte du Sie drohte mit der Faust dorthin, wo das Schulhaus lag Und dann wanderte sie bergab Und dachte dabei Könnte ich nur den Kasper aus Waldrast vertreiben Die Base Mummeline ging auf einsamen Wegen durch tiefen Wald Über grüne Wiesen an Felsen entlang Bergab nach der fremden Stadt In Waldrast aber kasperten die Buben an diesem Tag schlimmer als je Und das Kasperle war purzellvergnügt Beim Mittagessen schallt keine Base Er hörte kein böses Wort Ja, die Frau Schullehrerin lachte ein paar Mal herzhaft Über seine trolligen Gesichter Der Schullehrer sah auch freundlich drein Und Kasperle dachte Wenn die Base doch nie wieder käme Aber die Base Mummeline dachte gar nicht ans Fortbleiben Die erlebte in der Stadt eine höchst seltsame Geschichte Und sie stieg am nächsten Tag Als sie alles eingekauft hatte So schnell es nur ging Wieder nach Waldrast hinauf Zu später Nachmittagsstunde Kam sie im Dorf heran Die Lehrersfrau war mit Länchen und Lorchen Bei der Pate Schönlein Der Lehrer saß in seiner Stube und arbeitete Und Kasperle wollte gerade aus dem Hause gehen Zu seinen Kameraden Als er die Base daherkommen sah Die sei nicht Sie schritt aus Als hätte sie eine Schlacht gewonnen Und Kasperle schlüpfte ein wenig erschrocken In die Wohnstube Als er draußen den Schritt der Base vernahm Da kroch er flink in einen dunklen Winkel am Ofen Die Hölle genannt Warum er das tat Wusste der kleine Schelm selbst nicht genau Der Gedanke an die lange Nase Und das Räubergesicht bedrückte ihn etwas Und dann war die Base dahergekommen Als trüge sie den schönsten Rohrstock im Korb Ein paar Minuten später Tönte auch ihre Stimme durch das Haus Und der Lehrer kam eiligst aus seinem Zimmer heraus Der Base erste Frage war Wo ist Kasper? Kasperle in der Hölle erschrak Und ganz leise schob er ein paar Holzscheite vor Damit ihn die Base nicht sehen sollte In dem kam die Lehrerin zurück Sie begrüßte die Base Als wäre die von einer langen, langen Reise heimgekehrt Aber die Base fragte auch sie flink Wo ist Kasper? Ach, die Buben spielen alle am Bach Da wird er wohl dabei sein Meinte die Frau Sie hatte Kasperle erlaubt Zu seinen Gefährten zu gehen Doch die Base begann erst Sich im Zimmer umzusehen Sie guckte unter das Sofa Schloss den großen Schrank auf Und sah auch in die Hölle hinein Da lagen die Holzscheite vorne dran Und die Base sah Kasperle nicht Er ist nicht da, rief sie Nun will ich euch erzählen Wer eigentlich der Kasper ist Na, ihr werdet staunen Alle guten Geister Ja, da staunten Schullehrers wirklich Als die Base zu erzählen anfing Und dem Kasperle im Ofenwinkel Wurde es Wind und Weh Denn was hörte er? Seine ganze Geschichte erzählte die Base Da war unten in der Stadt Ein Kasperlemann gewesen Der hatte ein geschnitztes, hölzernes Kasperle gezeigt Und laut verkündet Wenn ihr einen findet, der so aussieht Dann fangt ihn Der Herzog von Es gibt dafür eine hohe Belohnung Und dann hatte er erzählt Dass Kasperle ein urechtes, lebendiges Kasperle sei Und was der alles auf dem Schlosse angerichtet habe Seht ihr, schrie die Base Mummeline Ich habe es immer gesagt Mit dem Buben ist es nicht richtig Es ist gut, wenn er gefangen und fest eingesperrt wird So will es der Herzog Da seufzte der Schullehrer Und seine liebe Frau sagte mitleidig Armer kleiner Kerl Dem Kasperle im Ofenwinkel liefen die Tränen über die Backen Am liebsten wäre er vorgelaufen Und hätte sich an die gute Frau angeschmiegt Ach, gewiß Die Schullehrers Leute gaben ihn nicht her Aber da sagte die Base Mummeline wieder laut und hart Der Kasperlemann kommt mir gleich nach Er bringt noch einige Landjäger mit Sie wollen das Kasperle gleich mitnehmen Ich habe es nämlich gesagt Wo der Popanz steckt Und da den schönen Goldgulden habe ich gleich bekommen Ei, nun freue ich mich, dass der heillose Schelm aus dem Hause kommt Und eingesperrt wird Wir müssen nur sorgen, dass er nicht gern noch vorher ausreist Na, die Landjäger werden schon aufpassen Und wieder sagte die gute Lehrersfrau Armes, armes Kasperle Und ihr Mann seufzte mitleidig Die Base aber stand auf Sagte, nun wolle sie flink ihren Korb auspacken Und dann aufpassen, wann Kasperle heimkomme Der Schullehrer möge aber zum Schulzen gehen Damit der wisse, warum die Landjäger kämen Das tat der Schullehrer auch Er und die Base verließen die Stube Nur die Lehrerin blieb darin zurück Kasperle in seinem Ofenwinkel zitterte vor Angst Ach, wenn er nur fliehen könnte Dachte er Irgendwo sich verstecken Bis der Kasperlemann und die Landjäger wieder fort waren Aber dazu musste er aus der Stube heraus Denn in die Hölle würden die Verfolger sicher schauen Die Lehrersfrau saß still am Tisch So mild, so gütig sah sie drein Dass Kasperle dachte Sie verrät mich nicht Und plötzlich kam er schnell aus seinem Loch hervor Und die Frau am Tisch schrak zusammen Kasper, rief sie Da bist du ja Hast du alles gehört? Kasperle nickte traurig Er kam leise näher Umschlang die gute Frau Und sah sie flehend an Ausreißen Bettelte er Ausreißen Ja 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 Ich kann mir's schon denken Dass du gern ausreißen möchtest Du armer kleiner Schelm Du Und sacht streichelte sie das Kasperle Sie sah ein paar Minuten nach Dann nahm sie vom Tisch ein großes Stück Brot Steckte dem Kleinen die Taschen voll Gab ihm noch ein paar Batzen Und sagte schnell Versuche dann heil Geh hinten zur Küchentüre hinaus Mein guter Mann wird's mir schon verzeihen Dass ich dir geholfen habe Sie gab dem Kasperle noch einen Kuss Und ließ ihn in die Küche witschen Von dort aus führte eine Türe in den Garten Neben dem lag der Kirchhof Und wie Kasperle so hastig davon rannte Sah er Dass die Kirchtüre aufstand Ich versteck mich auf dem Turm Dachte er Und husch War er schon drinnen Es war aber auch die höchste Zeit Denn vom Schulhause her Erklang Base Mummelines Stimme Sie kommen Sie kamen wirklich Der Kasperle Mann voran Drei Landjäger hinten drein Und die Dorfleute Die sie kommen sahen Rannten eilig herbei Was war geschehen Warum kamen die Landjäger In ihr friedliches Dorf Sie fragten es alle ganz erschrocken Und es gab ein lautes Hin- und Hergerede Bis die Base etlichen sagte Kasper werde geholt Ob sie den nicht gesehen hätten Die Buben spielen am Bach Rief jemand Und gleich liefen ein paar hin Um dort das Kasperle zu fangen Denn die Base tat Als wäre der kleine Schelm Ein schlimmer, schlimmer Bösewicht Aber wo war denn Kasperle Die Buben hatten ihn nicht gesehen Der Schulze hatte ihn nicht gesehen Der Schulleiter wusste nichts von ihm Niemand hatte das Kasperle gesehen Er ist ausgerissen Riefen die Base und der Kasperlemann Wir suchen Sagten die Landjäger Platz da Erst suchen wir das Haus ab Alle müssen suchen helfen Schrie der Schulze Na das wäre doch eine Schande Wenn einer aus Waldrast ausreißen könnte Den unser Herzog fangen will Vorwärts Alle müssen suchen Und alle suchten Kasperles Schulgefährten Suchten am eifrigsten Und jeder dachte bei sich Wenn ich ihn finde Lasse ich ihn ausreißen Nur die Frau Schullehrerin Suchte nicht Und niemand fragte sie Still brachte sie Länchen und Lurchen ins Bett Und als die bitterlich Um ihren lieben Kasper weinten Tröstete sie die Kleinen Und sagte Linde Es wird ihm schon nichts geschehen Die Bauern und Landjäger Suchten in allen Häusern Scheunen und Stellen Aber vergeblich Kasperle war nicht zu finden Nun müssen wir noch In der Kirche nachsehen Sie ist ja verschlossen Sagte er an Andra Und die Fenster sind auch alle zu Der alte Küster hatte nämlich Inzwischen die Kirche verschlossen Und weil er alt und müde war Kümmerte er sich nicht Um den Lärm im Dorf Er saß in seinem Lehnstuhl Und schlief Und die Landjäger Gingen alle um die Kirche herum Und sagten Darin kann er nicht sein Er ist sicher ausgerissen Aber wohin War er in den Wald geflohen Saß er oben in den Bergeinöden Auf dem Weg zur Stadt Hätten sie ihn doch alle sehen müssen Morgen früh Wird die ganze Gegend abgesucht Alles was Beine hat Muss mitlaufen Sagte der Schulze Na die Schande Wenn der Kasper entwischt wäre Ja Gleich bei Tagesanbruch Wird gesucht Riefen alle Und heute muss das Dorf Bewacht werden Keine Katze darf hinaus Und das Kasperle erst recht nicht Und im Schulhaus Sagte die Base Mummeline Ich bin zwar rechtschaffen müde Aber ins Bett gehe ich nicht Ich wette Der Kasper geistert im Haus herum Und ich erwische ihn doch Ende des zehnten Kapitels Elftes Kapitel von Kasperle auf Reisen Von Josefine Siebe Diese LibriVox-Aufnahme Ist in öffentlichem Besitz Abenteuer über Abenteuer Allmählich wurde es stiller Und stiller im Dorf Kasperle hörte drinnen Im Kirchturmwinkel Den Lärm verklingen Und nun wagte er sich erst einmal Recht umzuschauen Wo er eigentlich war Er saß in einer dunklen Vorkammer Eine Treppe neben ihm Führte zum Turmaufgang Und von oben strömte noch Ein matter Lichtschimmer herab Gerade dachte Kasperle Es wäre gut bis hinauf zu steigen Als jemand draußen sagte Aber morgen müssen wir doch einmal In der Kirche nachsehen Es waren die zwei Landjäger Sie gingen vorbei Um mitten auf der Dorfstraße Wache zu halten Da glätterte ihnen Kasperle Angst erfüllt Die ganz schmale, steile Treppe Zum Turm hinauf Er dachte Dort oben suchen sie vielleicht nicht Im Turm der Waldrasterkirche Wohnten seit vielen, vielen Jahren Eulen Eine alte Eulen-Urgroßmutter Die gerade zur Zeit lebte Erzählte Schon ihre Urgroßmutter Habe erzählt Dass ihrer Urgroßmutter Urgroßmutter Im Turm gewohnt habe Niemand störte je die Eulen Wenn unten die Waldrasterbuben Den Strick zogen Um die Glocke zu läuten Immer die Bräfsten durften das tun Dann huschelten sich die Eulen Nur tiefer in ihre Nester hinein Die Glockenklänge waren ihnen vertraut Und wenn die Glocke auf- und abschwang Dann freuten sie sich nur Nie stieg jemand in den Turm hinauf Denn die Treppe war morsch Und das Hinaufklettern gefährlich Davon wusste Kasperle nichts Er stieg immer höher Und die Eulen Die sich gerade ihren Tagesschlaf aus den Augen rieben Sagen erstaunt auf den kleinen, sonderbaren Kerl Der da die Treppe heraufkam Sie erschraken sehr Die alte Urgroßmutter schrie heiser Nehmt euch in Acht Der hat es auf die Kleinen Die Nestlinge abgesehen Da schrien alle Eulen Unheimlich klang es Und alle schwirrten empor Und auf einmal flatterte Und rauschte es Kasperle um den Kopf Und er sah in viele funkelnde Böse Eulenaugen Er schrak ganz fürchterlich Eine ganz unbeschreibliche Angst Vor diesen fremden, unheimlichen Vögeln Ergriff ihn Und er wollte die Treppe eiligst wieder hinabsteigen Doch er trat fehl und fiel Die Eulen kreischten laut Und das purzelnde Kasperle Erfasste in seiner Angst den Glockenstrick Der ihm vor der Nase herumbaumelte Bum, bum, bum Tönte es dumpf Nun erschraken auch die Eulen Denn Glockenklänge um diese Zeit Waren ihnen ganz ungewohnt Sie flatterten immer aufgeregter hin und her Kasperle klammerte sich fester an den Strick Und die Glocke geriet ins Schwingen Bum, bum, bum Bim, bam, bim, bam Die Glocke begann lauter und lauter zu rufen Kasperle wollte den Strick loslassen Aber die Glocke schwang heftiger hin und her Die Eulen flatterten wild Und Kasperle hing am Strick Und flog hin und her Flog zum Turmfenster hinaus Er konnte seine Füße nicht mehr auf den Boden setzen Bum, bum, bum Bim, bam, bim, bam Über das schlafende Dorf rauschten die Glockenklänge Die Hunde begannen zu bellen Die Menschen fuhren erschrocken in ihren Betten empor Die Glocke läutete Was war das? Der Schneidermeister Pimperling sprang zuerst auf die Dorfstraße hinaus Feuer! schrie er Feuer! Feuer! Der Ruf fand Widerhall Aus den Häusern stürzten die Leute Und alle schrien sie Feuer! Feuer! Und alle sahen sich um Wo es denn eigentlich brennen könnte Die Wassereimer her! Die Wassereimer her! schrie der Schulze Denn eine Feuerspritze gab es damals noch nicht in Waldrast Und alles lief und rannte Um Wassereimer zu holen Und einer fragte den anderen Wo denn das Feuer sei Bis einer auf den Gedanken kam Das müsste doch der wissen Der die Glocke läutet Ja, wer läutet sie denn? Dem Kasperle aber im Glockenstuhl War es Himmelangst geworden Er hielt sich schließlich verzweifelt am Gebälk fest Ließ den Strick fahren Und sauste nun etwas unsanft die Treppe hinab Auf halber Höhe Blieb der zuletzt liegen Ganz verdattert von dem Geschehenen war er Und als er von draußen Von der Dorfstraße her Lärm hereindringen hörte Wußte er erst gar nicht Was der bedeuten sollte Bis dem dummen Kasperle endlich einfiel Die Glockentöne hatten alle aus dem Schlafe geweckt Er hörte Feuer, Feuer schreien Er hörte lautes Rufen und Fragen Vor der Kirchtüre und da Kasperle kugelte gleich die ganze Treppe hinab Jemand hatte draußen laut gerufen Ich wette, das ist der Kasper gewesen Der hat sich in der Kirche versteckt Es war die Base Mummeline, die das rief Die Türe ist aber verschlossen Rief jemand anders Man muss den Küster holen Er muss aufschließen Verlangten ein paar Stimmen Flink, holt ihn Bim-bam, bim-bam Das Läuten oben wurde schwächer Aber Kasperle hörte immer noch Die Eulen oben kreischen und flattern Wohin sollte er fliehen? Auf dem Turm waren die Eulen Die hackten ihm wohl gar die Augen aus Unten standen die Dorfleute Wehe, wenn die ihn erwischten Er hörte jemand rufen Da kommt der Küster Nun aufgepasst Jetzt müssen wir den Kasper fangen Es war wieder die Base Mummeline, die so rief Und das Kasperle sah sich ganz verzagt um Wohin sollte er denn nur fliehen? Da sah er plötzlich neben sich eine lange Stange stehen Und ein ganz unnützer Gedanke kam dem Kasperle Der Schlüssel knirschte im Schloss Die Türe ging auf Oje, ist hier aber dunkel Holt flink ein paar Laternen Rief jemand Und dann gab es einen Plumps Ein lauter Schreierklang Die Base Mummeline war über die Stange gefallen Die Kasperle quer vor die Türe hielt Out unner Wetter Da lag der dicke Schulze Himmelhagel, was ist das? Der eine Landjäger fiel dem Schulzen nach Und der Schneidermeister Pimperling Quiekte Potz, Rosenknopf und Ellenmaß Hier spukt's Ich werde totgedrückt Kreischte die Base Mummeline Laternen her, Laternen her Einer nach dem anderen Fiel in den Vorraum hinein Und in diesem allgemeinen Gepurzele In dem lauten Lärm Gelang es Kasperle Sich sacht an der Wand hin Ins Freie hinaus zu schleichen Er drückte sich ganz eng an die Mauer an Und wutschte um den Turm herum Und er war gerade auf der anderen Seite angelangt Als etliche Leute mit Laternen daherkamen Das ganze Dorf versammelte sich am Turm Mit den Laternen wurden die hinabgepurzelten Leute beleuchtet Und alle riefen Das ist ein Streich von Kasper Man muss den ganzen Turm absuchen Sagte der Schulze Der sich stöhnend aufgerichtet hatte Und die Base kreischte Der wird uns nicht entwischen Dieser heillose Bösewicht Der Schneidermeister Pimperling Der sehr klein, dünn und mutig war Er bot sich auf den Turm zu steigen Er nahm einen alten Nachtwächterspieß Und eine Laterne Und kletterte vorsichtig die Treppe hinauf Er schaute gerade in jede Mauerritze Unter jede Treppenstufe Ob sich das Kasperle da nicht versteckt hätte Und unterdessen suchten unten etliche Den Vorraum, die Kirche, alles ab Kein Kasperle war zu finden Die Eulen erschraken, als das Licht in ihre Wohnstuben drang Das blendete sie und sie versteckten sich scheu Die Glocke zitterte noch hin und her Aber so viel der Meister Pimperling auch herumleuchtete Kasperle fand er nicht Unten sagte der Kasperlemann Wir müssen ihn finden Er muss doch da sein Und er erzählte von der hohen Belohnung Die der Herzog geben wollte Und alle suchten noch eifriger Alle sagten Er muss doch da sein Wer soll sonst die Glocke geläutet haben Inzwischen rannte Kasperle sehr eilfertig dem Walde zu Weil alle nach der Kirche liefen Bewachte keiner die Wege, die nach auswärts führten Und Kasperle gelangte ungesehen in den Wald Er schlug nicht den Weg ein, der zur Stadt hinabführte Sondern lief seitwärts Dort, wusste er, dehnte sich der Wald viele, viele Stunden weit aus Durch diesen Wald hindurch Führte der Weg in ein anderes, fremdes Tal In das die Leute aus Waldrast nie gingen In der tiefen Dunkelheit Verlor Kasperle nun bald den Weg Er mußte wieder mühsam über Steine klettern Und viel über Wurzeln und umgestürzte Bäume Und als er so ein paar Stunden dahin gelaufen war Sank er todmüde zu Boden Er schlief auch gleich ein Und als er erwachte Sah er die Sonne durch das Gezweig Uralter, hoher Tannen glitzern Soweit er blicken konnte War dichter Wald um ihn her Und ganz still war es Kasperle setzte sich auf einen moosbewachsenen Stein Und sah sich traurig um Nun war er wieder Mutterseelen allein in der weiten, weiten Welt Nun hatte er keine freundlichen Pflegeeltern mehr Und keine lustigen Kameraden Er dachte an das Waldhaus Ach, wäre er doch dort geblieben und nicht fortgelaufen Dort war er doch seine Heimat Er wäre gern zurückgekehrt Aber wie sollte er den Weg finden? Er mußte dann doch an dem Schloss vorbei In dem die liebliche Rosemarie wohnte Aber dort kannten ihn alle Man würde ihn fangen und ins Gefängnis setzen Kasperle hatte davor eine schreckliche Angst Der Herzog und die Base Mummeline Das waren seine Feinde Und als er nur an sie dachte Sprang er gleich wieder auf Und lief weiter durch den Wald Er wanderte und wanderte Viele Stunden lang Der Wald nahm kein Ende Ganz undurchdringlich schien er zu sein Endlich setzte sich Kasperle wieder müde Auf den Boden nieder Er zog das Brot heraus Das ihm die gute Lehrersfrau noch gegeben hatte Und begann traurig zu essen Und wie er so saß Vernahm er ein Plätschern und Rauschen Ein Bächlein mochte nicht allzu ferne fließen Weil Kasperle durstig war Stand er auf Und ging dem Rauschen nach Nach einem Weilchen Sah er den Wald sich lichten Und er kam an einen Bergbach Der kam mit viel Gebrause Aus einer hohen, hohen Felsplatte herabgestürzt Am Bach war der Wald etwas zurückgetreten Nur Himbeerbüsche wuchsen dicht an seinem Rand Von ihnen waren viele reife Früchte In das Wasser gefallen Sie schimmerten rot aus den weißen Kieselsteinen heraus Und hohe Stauden blauen Eisenhutes Standen am Bachrand Mitten im Wasser aber lag eine winzige Insel Da wuchsen große weiße Blütendolden Auf denen lauter schimmernde goldbraune Schmetterlinge saßen Und im schäumenden Wasser Das aus der Felsspalte stürzte Glitzerte die Sonne Das leuchtete, funkelte und glänzte In allen Farben Und Kasperle staunte verwundert Wie ein Märchenwinkel kam es ihm vor Auch schien alles zu rufen und zu locken Komm Kasperle, komm Das Wasser spritzte ihm an die Nase Die Himbeerbüsche bogen sich unter der Last ihrer reifen Früchte Und da war Kasperle denn auch nicht faul Er setzte sich hin und schmauste Trank erst vom klaren Wasser Aß dann zum Brot die Himbeeren Und wurde plump satt Da legte er sich an das Ufer des Baches Lauschte dem Tosen Mit dem der aus der Felsspalte hervorstürzte Und ließ sich die Sonne auf das Bäuchlein scheinen Sehr lange dauerte es nicht Bis Kasperle schlief Er schlief und schlief In die warme Sommernacht hinein Einmal wachte er auf Da stand eine ganz schmale Mondsichel Gerade über dem Waldwinkel Und das Bächlein rann wie ein Silberstrom Aus seiner Felsspalte hervor Ein Weilchen sah Kasperle zu Er sah die silbernen Lichter Auf dem Wasser glitzern Und sah über sich am dunklen Nachthimmel Die feine Sichel Und viele, viele Sterne Das war schön und friedsam Kasperle reckte und streckte sich Und schlief weiter Auf einmal tönte laut Eine Stimme in seinen Schlaf hinein Hallo, hey, aufgewacht, du? Kasperle richtete sich erschrocken auf Und sah sich verwirrt um Da stand neben ihm ein Bub Nicht viel größer als er Der trug ein Hemd und ein Höslein Geflickt wie eine Musterkarte Auf seinem Kopf saß ein verbeultes Verbliechenes Hütlein Mit einem mächtigen Busch Hanenfedern dran Es sah beinahe aus Wie der Kopfschmuck Den der Räuberhauptmann Im Kasperletheater zu tragen pflegte Des Buben Augen blitzten lustig Der ganze kleine Kerl Sah überhaupt so vergnügt in die Welt Dass Kasperle auch gleich lachen musste Und wenn Kasperle lachte Das steckte an Erst machte der fremde Bube Kulleraugen vor Erstaunen Als Kasperle seinen Mund Von einem Ohr zum anderen zog Aber dann lachte er laut heraus Sein Lachen steckte wieder das Kasperle an Und so lachten sie eine gute Zeit Um die Wette Und die Felswand gab vergnügt Das Echo zurück Sonst hörten es nur noch Eine Anzahl Geißen Die kamen zierlich über die Steine geklettert Und umringten die beiden Buben Aber plötzlich sprang der fremde Bube auf Und schrie Rosemarie fehlt Und dann rannte er mit schnellen Sprüngen davon Rosemarie Kasperle vergaß das Lachen vor Staunen War das liebliche Grafenkind hier im Walde Und war er gar wieder dem Schlosse näher gekommen Die Geißen umschnupperten ihn ganz zutraulich Aber er saß da Als wäre er aus allen Wolken gefallen Doch da kam der fremde Bub schon wieder zurück Er trieb ein schneeweißes Zicklein vor sich her Und rief schon von weitem Das ist Rosemarie Beinahe hätte sie sich verlaufen Kasperle schüttelte den Kopf Nee Rummelte er entrüstet Rosemarie ist eine Grafentochter Keine Geiß Der fremde Bube lachte hell auf Freilich Ein Geißenname ist das nicht Rief er Rosemarie stammt auch von einem Schlosse Die alte Einöderin Bärbe hat sie dort geholt Ist das weit? Fragte Kasperle scheu Er dachte gar Das Schloss müsste ihm vor der Nase liegen Weit? Das Schloss? Der fremde Bube sah ihn erstaunt an Die Frage kam ihm sehr schnurrig vor Was ging den anderen das Schloss an? Weitest schon Sagte er Die Einöderin braucht immer ein paar Tage dazu Sie stammt von dort Da war Kasperle wieder zufrieden Nun fiel ihm auch ein Es war eigentlich längst Frühstückszeit vorbei Und er kramte sein letztes Stück Brot aus der Tasche Ich hab Hunger Sagte er seufzend Ich auch Der fremde Bube zog auch ein Stück Brot aus der Tasche und sagte Ich komm hierher wegen der Himbeeren So schön sind sie nirgends Und niemand weiß den Ort Selbst der brummige Matthias nicht Wer ist denn das? Kasperle setzte sich auch an einen Himbeerbusch Wie es der andere tat Beide schmausten los Und dabei erzählte der fremde Bube Der brummige Matthias sei ein Förster Er wohne neben des Herzogsjagdschloß Hirschsprung Das ganz nahe sei Und der Herzog hier? Kasperle ließ vor Schreck eine dicke Himbeere Und sein Brot dazu ins Wasser fallen Und er fischte erst beides wieder heraus Als der fremde Junge sagte Bist du aber dumm? Der Herzog wohnt doch in seiner Residenzstadt Weit weit von hier Er kommt nur alle Jahre zweimal hierher Sonst steht das Schloss immer leer Du weißt aber auch gar nichts Woher kommst du eigentlich? Wie heißt du? Wer bist du? Kasperle seufzte tief Er wollte schon wieder sein Sprüchlein sagen Aber des fremden Buben Helle klare Augen Schauten ihn so ernsthaft an Da senkte er verwirrt seine Nase Hast du was Schlimmes getan? Fragte plötzlich der andere fast streng Kasperle schüttelte den Kopf Und dann erzählte er dem Buben Wer er sei Alles erzählte er Und der andere lachte mit Und sah mit traurig drein Und als Kasperle zu Ende war Streckte er ihm seine kleine braune Hand hin Und rief Armes Kasperle Aber weißt du Ich will dein Freund sein Ich bin das Geißenmichele Und wohne in Hochdorf Da willst du mein Brot? Michele wußte in aller Geschwindigkeit Nämlich nicht, was er aus Mitleid dem Kasperle Gutes antun sollte Darum gab er ihm sein Brot Dabei war des Michels Brotvorrat Für seinen rechtschaffenen Bubenhunger Gerade nicht sehr groß Michele meinte aber Für einen Freund, den man so unversehens im Walde finde Müsste man auch einmal hungern können Kasperle aber sah Mehr Brot war nicht im Säcklein Und schlug vor Sie wollten teilen Also teilten sie Schmausten viele, viele Himbeeren dazu Und berieten dabei Was aus Kasperle werden sollte Michele hätte das Kasperle Am liebsten mit heimgenommen Doch das ging nicht Er hatte nämlich selbst kein rechtes Zuhause Er war einer armen Witwes Sohn Die wohnte stundenweit Ab in einem kleinen Dorf Und er hatte sich als Geißenbub verdingt Um der Mutter zu helfen Die noch für drei kleinere Kinder sorgen musste Bei einem Bauern schlief er auf dem Heuboden Dahin durfte er keinen fremden Buben mitbringen Und Kasperle tat einen tiefen Seufzer Und sagte traurig Ich muss weiterziehen Doch da kam wie ein Blitz Der Michele ein guter Gedanke Und er überkugelte sich gleich einmal vor Freude Und schrie dabei Hurra, das wird fein, 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 fein Kasperle wollte natürlich gleich wissen Was fein würde Und da vertraute ihm Michele an Das Schloss sollte seine Wohnung sein Und als Kasperle darob vor Erstaunen So steif und stumm wie ein Bäumlein wurde Erzählte Michele Im Schlosse wohne niemand Und der böse Matthias und seine Frau Gingen selten hinein Auch sei das dann ja zu hören Er aber wusste Dass eine ganz kleine Seitenpforte Seit langer Zeit unverschlossen sei Wohl, weil der brummige Matthias Den Schlüssel verloren habe Ich bin schon manchmal drin gewesen Fein ist's drin Tuschelte Michele seinem neuen Freunde Geheimnisvoll zu Du kannst drin wohnen Und dann treffen wir uns alle Tage Und hüten die Geißen zusammen Wenn ich sage Ich hab arg großen Hunger Dann gibt mir die Bäuerin schon mehr Brot Dann langt es für uns beide Aber der Herzog Kasperle sah so ängstlich drein Als spaziere der Herzog schon um die Ecke herum Michele lachte ihn aus Bist ein Hasenfuß Der Herzog kommt höchstens zweimal im Jahr Nach Hirschsprung Na, und das merkst du ja vorher Komm jetzt rasch Ich zeige dir die Türe Er sprang auf Und sah nach den Geißen Die zeigten keine Lust Zu großen Klettereien Satt und faul Lagerten sie auf einem Wiesenfleck Und die beiden Freunde Konnten beruhigt zum Schlosse wandern Weit war das nun wirklich nicht Kasperle staunte Ein paar Schritte ging es durch den Wald Da waren sie da Auf einer Wiese Rings vom Wald umschlossen Lag ein graues Schloss Es hatte einen dicken Turm Und sah etwas düster aus Unweit davon Am Wiesenrand Lag ein kleines Haus Die Försterei Alles war wie ausgestorben Nicht einmal ein Hund bellte Als sich die Buben dem Schlosse näherten Michele führte seinen Freund Nun um die grauen Mauern herum Und zeigte ihm neben dem Turm Ein Pferdlein Das fast ganz hinter Gebüsch Verborgen war Da hinein geht's Sagte er Und ihr kannst du gleich In den Wald schlüpfen Und niemand sieht dich Sie krochen beide Durch das Gebüsch Und Michele drückte Auf die rostige Klinke Sie gab nach Und da standen die beiden Wirklich im Schloss Ein schmaler Weißgetöntigter Gang Nahm sie auf Und Michele schritt ihn ganz keck entlang Kasperle folgte etwas zaghaft Weil sich aber wirklich niemand Und nichts im Schloss erregte Wurde er auch mutiger Die beiden Freunde Schlossen Tür um Türe auf Sie gingen durch alle Gänge Stiegen alle Treppen am Po Und Michele war ganz empört Als Kasperle auf einmal sagte Im Grafenschloss war's noch feiner Was Feineres gibt's nicht Rief Michele und riss eine Türe auf Die führte in einen Saal hinein Der nicht wie die anderen Zimmer Etwas düster eingerichtet war Sondern hellen heiteren Hausrat zeigte Die Sofas und Stühle Waren alle mit rosafarbener Seite Überzogen An den Wänden gab es In breiten goldenen Rahmen Heitere Bilder Und Engel die Rosenkränze trugen Schwebten oben an der Decke Da sagte auch Kasperle Dies sei feiner als im Grafenschloss Und Michele, der schon ganz wütend Gewesen war, gab sich zufrieden Kasperle war nun auch sehr vergnügt Dass er im Schloss bleiben sollte Und als sie beide beim Herumwandern In ein sehr schönes Zimmer kamen In dem ein breites goldenes Bett stand Sagte er, hier möchte er schlafen Ich glaube, das ist dem Herrn Herzog sein Zimmer Flüsterte Michele etwas scheu Darin kannst du doch nicht schlafen Aber plums, da lag Kasperle schon In dem mit Seite überzogenen Bett Und rief Hurra, hurra, hier schlafe ich Das ist fein, fein, fein Michele hätte sich am liebsten Auch in das goldene Bett gelegt Aber er dachte an die armen Geisen Die er verlassen hatte Ich muss gehen Sagte er betrübt Und flugs sprang Kasperle wieder Aus seinem Bett heraus Und erklärte Ich geh mit Einträchtig verließen beide wieder das Schloss Auf einmal sagte Kasperle ängstlich Aber der Herzog, wenn der in sein Schloss kommt Ach, der kommt ja erst im Herbst Michele schnippte mit der Hand Als könnte er damit den Herzog davon weisen Und Kasperle war beruhigt Mit seinem neuen Freund zusammen Trieb er dann die Geisen an Zum Heimgehen Und als das Schloss sichtbar wurde Trennten sich beide Kasperle schlüpfte wieder durch das Gebüsch Öffnete die kleine Türe Und stand dann allein in dem Schloss Sein Schritt hallte laut auf dem Flur wieder Und da begann sich der kleine Hasenfuß zu fürchten Am liebsten wäre er wieder umgekehrt Und dem Michele nachgelaufen Aber dann dachte er doch an das schöne seidene Bett In dem er schlafen wollte Und er lief geschwind die Treppe hinauf Und durch die Gänge Bis er das Zimmer erreichte Dort schlüpfte er sehr eilig in das goldene Bett Zog sich die Decke über die Ohren Und schlief wirklich nach fünf Minuten ein Nichts störte ihn in dem einsamen Schlaf Nur einmal hörte er ein fernes Blasen Aber so recht wachte er darüber nicht auf Draußen auf der Waldwiese stand der Förster Den Michele den brummigen Matthias nannte Und blies auf seinem Hifthorn ein Abendlied Feierlich tönte das durch den stillen Wald Und danach schwieg alles Nur die Bäume rauschten Sie erzählten sich, im einsamen Schloss Sei ein wunderlicher kleiner Gast eingekehrt Von dem selbst der Förster nichts wisse Ende des elften Kapitels Kasperle wird ein Gespenst Als Kasperle im seidenen Bett wieder erwachte Schimmerte es ganz golden durch die herabgelassenen Vorhänge Er sprang aus dem Bett heraus Und lugte durch ein Ritzlein hinaus Obgleich Michele ihn sehr gewarnt hatte, dies zu tun Draußen lag die Waldwiese im ersten Frühsonnenschein Und selbst in das verschlossene Zimmer hinein Drang das Singen und Jubilieren der Vögel, die den neuen Tag grüßten Wie lustig es klang Kasperle erhob purzelvergnügt sein Stimmlein und sang mit Es war schon gut, dass in dem einsamen Schloss ihn niemand singen hörte Denn vor dem Gesang konnte schon einer davonlaufen Es klang, als quietschten zehn schlecht geölte Türen Und drei verrostete Wetterfahnen dazu Doch Kasperle fand seinen Sing-Sang schön Und singend lief er in dem Schlosser Trepp auf, Trepp ab Und dabei kam er auch in die Küche Und da merkte er, dass er schrecklich hungrig war Und das Singen verging ihm Er begann neugierig in alle Töpfe und Schränke zu schauen Doch nirgends fand er etwas Essbares Er dachte seufzend an die gefüllten Speisekammern im Grafenschloss Und gerade wollte er die Küche wieder verlassen Als er in einer Ecke eine Türe entdeckte Rasch schloss er sie auf Ein halbdunkler Raum gehnte ihm entgegen In dem es merkwürdig gut roch Kasperle schnupperte und schnupperte Sah sich um und sah auf einmal von der Decke herab lange Würste hängen Auch ein paar Schinken und Speckseiten waren dabei Kasperle war in die Räucherkammer geraten In der es noch Vorräte vom letzten Besuch des Herzogs her gab Portswetter staunte da Kasperle Und lange besann er sich nicht, ob er zugreifen dürfe oder nicht Er sprang hoch, sprang, bis er eine Wurst erwischte An der zerrte er, bis er sie in seinen Händen hielt Dann verschloß er die Kammer wieder Und lief vergnügt mit seiner Wurst Bis zur kleinen Pforte, an der Michele pfeifen sollte Das dauerte noch ein Weilchen Und Kasperle biss inzwischen herzhaft in die Wurst hinein Und als Michele kam, hatte er schon ein gutes Stück verschmaust Der Kamerad machte große Augen, als Kasperle ihm von der Wurstkammer erzählte Das darfst du nicht, die Würste, aufessen Sagte er bedrückt Sie gehören doch dem Herzog Doch Kasperle war ein leichtsinniger Strick Der fand nichts Unrechtes am Wurstraub Sagte, die hätte der Herzog gewiss längst vergessen Und Michele glaubte ihm dies nur zu gern So schmausten sie Wurst zu ihrem Brot Aßen tüchtig Himbeeren und verlebten mitsammen einen sehr vergnügten Tag Die Geißen waren brav, die machten ihnen weiter keine Mühe Ja, als Kasperle dem Michele seine Gesichter vorschnitt Da stellten sie sich alle dazu und meckerten erstaunt So etwas hätten sie doch noch nicht gesehen Sie meckerten Und Michele lachte Der streckte Arme und Beine von sich, so arg musste er lachen Zuletzt kriegte er Bauchweh vor Lachen und er legte sich flink in die Sonne Kasperle tat es ihm nach und beide ließen sich von der Sonne halb braten Bis Kasperle wieder kaspern und Michele wieder lachen konnte So verging der Tag Am Abend trieb Michele die Geißen heim und Kasperle kehrte in das stille Schloss zurück Er sah sich nicht mehr viel um, sondern kroch gleich in sein seidenes Bett Darin schlief er, bis ihn wieder das goldene Scheinen hinter den Vorhängen weckte Da war wieder ein neuer, heiterer Tag für ihn aufgegangen Er lief wieder durch das Schloss, holte wieder ein Würstlein aus der Räucherkammer und stand schon an der kleinen Pforte, als Michele daherkam Der sputete sich arg und rief schon von weitem dem Kasperle halblaut zu Verstecken, verstecken! Kasperle witschte flink in das Gebüsch und als Michele herankam, tuschelte er ihm zu Der brummige Matthias steht vor seinem Hause, lass dich nicht sehen Der Förster wunderte sich ein wenig darüber, dass der Geißenbub seine Härte so dicht am Schloss vorbeitrieb Aber Kasperle sah er nicht Der flitzte unter die Geißen, lief auf allen Vieren und war geschwinde im Wald verschwunden Und wieder verging den beiden Kameraden der Tag wie ein schöner Traum Es wurde Abend, es wurde wieder Morgen Und so folgte ein Tag dem anderen, alle waren sie sonnenreich und voll heiterer Lust Über eine Woche war so vergangen, da wachte Kasperle eines Morgens auf Und er wunderte sich, wie dunkel es war Vielleicht ist's noch Nacht, dachte er, aber dann vernahm er ein unablässiges Plätschern und Rauschen Und als er durch das Ritzchen im Vorhang hinaus spähte, merkte er, es regnete In wahren Bächen ran es vom Himmel herab Plitsch, Platsch, immer zu Düster, grau hingen die Wolken tief herab Der Wald sah aus, als schliefe er noch Nichts rührte und regte sich ringsum Es kam auch kein Michele mit seinen Geißen Der saß bei der Bäuerin und half Gemüseputzen Und er dachte dabei sehnsüchtig an seinen Freund Kasperle Dessen Sehnsucht nach Michele war nicht minder groß Er langweilte sich arg in dem einsamen Schloss Und weil er nicht wußte, was er anfangen sollte Begann er das Schloss von oben bis unten zu durchwandern Er setzte sich auf alle Polsterstühle Regelte sich auf allen Sofas herum Und zuletzt kam er wieder in des Herzogs Schlafzimmer In dem hingen allerlei Bilder Darunter das einer Schäferin, die ein Lämmchen an einem himmelblauen Bande führte Das Bild gefiel Kasperle besonders gut Um es besser zu sehen, rieb er ordentlich seine große Nase daran Ja, er fing an, das Lämmchen zu streicheln Dabei fühlte er an dessen Halsband eine kleine Erhöhung Und weil er wissen wollte, was dies bedeute Drückte er ordentlich fest darauf Da rauschte es plötzlich sacht Das Bild wich von der Wand Und Kasperle sah erstaunt in einen kleinen Raum hinein Kühl und dumpf wehte es ihm daraus entgegen Erschrocken sprang Kasperle gleich in das goldene Bett hinein Er kroch unter die Decke Und da lag er eine Weile zitternd vor Angst Aber alles blieb still Nur draußen rauschte und rauschte unablässig der Regen Kasperle steckte scheu den Kopf unter der Decke wieder hervor Die geheimnisvolle Türe, die das Bild verdeckte, stand noch halb offen Und in dem Raum dahinter war es auch ganz still Kasperle seufzte schwer Er hatte Angst, aber neugierig war er auch Endlich siegte doch die Neugier Und er kletterte wieder aus dem Bett heraus Und schaute hinter das Bild Eine ganz enge, schmale Kammer war es, die sich vor ihm auftat Aus der führte ein Trepplein in die Tiefe Die Kammer selbst war in ein grünliches Licht getaucht Und Kasperle sah, dass sie ein rundes Fensterloch hatte Vor dem der Efeu ganz dicht gewachsen war Man mochte wohl von draußen das runde Fenster Gar nicht sehen hinter der dichten Efeuwand In der kleinen Kammer selbst stand nur eine altmodische Kiste In die Kasperle eiligst seine Nase steckte Trotz tausend sah es darin aus Ein paar silberne und goldene Becher Und eine goldene Kette lagen drin Und ein dicker Beutel voll Gold Darüber war ein roter Samtvorhang gebreitet Der schon recht verblichen war Kasperle nahm ihn sich um Hängte sich die goldene Kette an den Hals Und spazierte so ein Weilchen hin und her Doch dann erwachte wieder die Neugierde Er warf alles in die Kiste zurück Und begann das Trepplein hinabzusteigen Stufe um Stufe Etwas bänglich war ihm doch zumute Und als ihm von unten herauf Eine feuchte Dunkelheit entgegen gähnte Da kehrte er rasch um Und schlüpfte wieder in das Schlafzimmer Er zog das Bild wieder zurück Ganz leicht ging es nicht Aber plötzlich schnappte es ein Und von der geheimnisvollen Kammer War nichts mehr zu sehen Kasperle suchte nun wieder den Knopf Am Halsband des Lammes Er fand ihn, drückte darauf Und wieder rauschte die Türe auf Das muss michelig sehen Dachte Kasperle, als er die Türe wieder schloss Er ging nun überall im Schloss herum Und untersuchte alle Bilder Weil er dachte, hinter jedem Bild Müsste eine geheime Türe sein Doch so fiel er den steifen Herren und Damen Deren Bilder die Wände schmückten Auch auf die Nasen, Münder, Augen und Bäuche drückte Keine Tür tat sich mehr auf Darüber wurde es Abend Und Kasperle kroch wieder ins Bett Er freute sich dabei auf den kommenden Tag Da würde doch sicher schönes Wetter sein Doch der Regen ran und ran Am nächsten Morgen war es noch grauer Noch düsterer sah der Wald aus Und wieder blieb Michele mit seinen Geißen daheim Kasperle langweilte sich und rumorte wieder im Schloss herum Das geheime Kämmerchen untersuchte er ganz genau Er ging auch ein paar Schritte die Treppe hinab Weit wagte er sich aber nicht Er holte sich wieder eine Wurst aus der Räucherkammer Doch die wollte ihm gar nicht mehr so recht schmecken Micheles Brot und die Himbeeren im Walde waren besser gewesen Und draußen regnete es weiter Immerzu ohne Unterlass ran es vom Himmel herab Und am nächsten Morgen war es wieder so Da blieb Kasperle vor lauter Kummer im Bette liegen Bis auf einmal ein helles Licht das Zimmer erfüllte Kasperle sprang auf und sah hinaus Draußen war soeben die Sonne hervorgekommen Sie hatte endlich die Regenwolken besiegt Hier und da schimmerte der Himmel tiefblau Und die grauen Wolken jagten davon Als hätten sie die allergrößte Angst Von Frau Sonne noch beim Schwänzlein genommen zu werden Heißsa, nun wurde morgen gewiss schönes Wetter Kasperle tanzte vergnügt im Zimmer herum Dann rannte er wieder im Schloss Trepp auf, Trepp ab Holte sich eine riesengroße Wurst Die er morgen mitzunehmen gedachte Und kroch dann vergnügt in sein seidenes Bett Morgen, morgen würde er seinen Freund Michele wiedersehen In dieser Nacht kam auch der Mond zum Vorschein Er war zwar noch blass Und es fehlte ihm ein ganzes Stück am Rundsein Doch ging schon ein feiner, wunderbarer Glanz von ihm aus Er stand gerade über der Waldwiese vor dem Schloss Als Kasperle einmal aufwachte und verschlafen dachte Nun regnet es schon wieder Er sah durch das Vorhang Ritzchen Da sah er den Mond glänzen Und das Rauschen, das er hörte, kam vom Wald herüber Aber noch etwas anderes hörte er Getrappel Und dann Stimmen Vom Försterhaus herüber tönte es Und im klaren Licht des Mondes Sah Kasperle einen Reiter vor dem Hause drüben halten Es wurde ihm ganz unheimlich Und rasch kroch er wieder in sein Bett Tief unter die seidenen Decke Da schlief er denn auch bald ein Als Kasperle am Morgen aufwachte Dachte er erstaunt Was ist denn das? Es rummelte, knarrte, klappte Und klirrte laut im Schloss Es war gar nicht so still wie sonst Ja, und auf einmal ertönte ein lautes Rufen Matthias, Matthias, jetzt wollen wir erst in dem Herzogszimmer scheuern Mit einem Satz war Kasperle aus dem Bett heraus Eine furchtbare Angst ergriff ihn Menschen waren im Schloss Wenn ihn die nun erwischten Ein paar Augenblicke wusste er vor Entsetzen gar nicht, was er tun sollte Doch da fiel ihm die Gamma hinter dem Bilde ein Flugs schlug er auf den Knopf Die Türe rauschte leise auf Kasperle nahm seine Sachen und die Wurst Und witschte in die Kammer Es war die höchste Zeit Denn draußen dröhnten schon schwere Schritte über den Flur Und kaum hatte sich die Bildtüre geschlossen Als der Förster und seine Frau das Zimmer betraten Kasperle vernahm einen lauten Schrei Die Försterin hatte das zerwühlte Bett erblickt Matthias, 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 rief sie Es ist wahrhaftig jemand im Schloß gewesen O du meine Güte Und in des Herrn Herzogs Bett hat er gelegen Wenn das unser gnädiger Herr wüßte Der Förster brummte und knurrte Kasperle hörte ihn sagen Es müßte gerade ein Gespenst gewesen sein Von einem lebendigen Menschen hätte er doch etwas merken müssen Auch seien ja alle Türen verschlossen gewesen Matthias, die kleine Pforte war ja auf Schrie die Försterin Weißt du, von der der Schlüssel verloren gegangen ist Jemine, Jemine, Jemine Wenn etwas gestohlen worden ist Die Försterin weinte und klagte Der Förster knurrte und brummte Und Kasperle hörte ihn sagen Daß er die kleine Pforte verriegeln wolle Nein, nein, rief seine Frau Unser großes Vorlegeschloss, tu daran Das hält besser Kasperle erschrak Wenn der Förster die Türe mit einem Schloß verschloß Dann konnte er nicht hinaus Und Da sagte die Försterin Und morgen kommt der Herr Herzog schon Sprute dich, Matthias Damit wir fertig werden Alle guten Geister Morgen wollte der Herzog kommen Und geschlossen sollte werden Wie sollte er denn da zu Michele kommen? Kasperle dachte Ich klettere in der Nacht Unten zu einem Fenster hinaus Und schlafe im Walde Damit tröstete er sich Über diesen Tag hinweg Den mußte er freilich In dem Kämmerlein verbringen Denn der Förster und seine Frau Wirtschafteten immerzu im Schloß herum Und er wagte es nicht Sein Versteck zu verlassen Doch als es dunkelte Wurde er still im Schloß Er hörte noch Türen klappen Dann schwieg alles Und endlich wagte er es Die Bildtüre zu öffnen Er nahm seine Wurst unter den Arm Die er schon halb aufgegessen hatte Und schlich sich leise Durch des Herzogs Schlafzimmer Drückte an der Tür Drückte an der Tür Die Klinke nieder Und merkte er war eingeschlossen Von außen war das Zimmer verschlossen Und als Kasperle versuchte Das Fenster zu öffnen Sah er erst Dass dies vergittert war Er konnte nicht hinaus Er war gefangen Kasperle stöhnte Und rannte verzweifelt Im Zimmer hin und her Es half ihm alles nichts Er konnte nicht hinaus Zuletzt kroch er wütend In des Herzogs Bett Das mit feinem Schneeweißen Linnen Überzogen war Und heulend Wühlte sich Kasperle In die Kissen Und er schlief In dieser Nacht Nicht wie ein Säcklein Sondern wachte immer Und immer wieder auf Am Morgen Vernahm er lauten Lärm Hörnerblasen Wagenrollen Hufschlag Und Stimmengewirr Und als er erschrocken Aufsprang Und hinaus spähte Sah er draußen Einen ganzen Zugreiter ankommen Ein paar Wagen dabei Der Herzog Hatte die Fahrt Zu seinem Jagdschloß In den frühesten Morgenstunden gemacht Weil es ein heißer Tag Zu werden drohte Das war der Herzog Sein Feind Ojemine Kasperle sah ihn Aus dem Wagen steigen Und da entwischte er Flink in sein Versteck Er zitterte vor Angst Und ganz verdattert Und bedrückt Hockte er auf der Geldkiste nieder Wie sollte er nun entfliehen Im Schloss wurde es laut Kasperle vernahm Schritte Und dann hörte er auch Wie in des Herzogs Schlafzimmer Die Türe aufgeschlossen wurde Und ein lautes Erschrockenes Rufen ertönte Himmel, das Bett Daran hatte das dumme Kasperle gar nicht gedacht In seinem Versteck Konnte er genau Alle Stimmen unterscheiden Jemand schallt heftig Das war der Herzog Und dann weinte jemand Das war die Försterin Sie schwor Das Zimmer sei ganz in Ordnung Und verschlossen gewesen Es müsse gerade ein Gespenst Im Schloss sein Und sie beschrieb Wie gestern so viele Türen Offengestanden haben Und auch das Bett Zerwühlt gewesen sei Nur ein Gespenst Habe das anrichten können Von den verschwundenen Würsten Sagte sie nichts Das hatte noch niemand gemerkt Auch von dem offenen Pferdlein Schwieg sie Weil sie ein schlechtes Gewissen hatte Als die Försterin Immer zu rief Ein Gespenst Ein Gespenst Muss im Schloss sein Bekam es Kasperle Mit dem Lachen Er hielt sich selbst Die Hand vor den Mund Um nicht laut hinaus zu platzen Weil er aber Irgendetwas tun musste Um seiner Lustigkeit Luft zu machen Schlenkerte er das linke Bein Hin und her Er traf dabei Einen der silbernen Becher Und der rasselte Mit großem Getöse Zu Boden Nebenan erhob sich Ein lautes Geschrei Der Herzog rief Was war das Was war das Und die Försterin Antwortete schluchzend Das Gespenst Das Gespenst Es muss alles Genau untersucht werden Befall der Herzog Auch soll das Schloß Ringsum bewacht werden Schnell, schnell Sucht alle Räume ab Dem Kasperle Schlug das Herz Er hörte Wie sich das laute Rufen weiter Im Schlosse fortsetzte Und er hörte auch Wie nebenan Jemand sagte Der Leibarzt Müsse kommen Der Herzog Sei vor Schreck Krank geworden O heiliger Bim Bam Wenn der Herzog Krank war Legte er sich Vielleicht ins Bett Und das Kasperle War noch mehr gefangen Und wirklich Der Herzog Legte sich auch ins Bett Er war nämlich An diesem Tag Zu früh aufgestanden Das war seine Schlimmste Krankheit Während der Leibarzt Kam Und der Kammerdiener Allerlei gute Dinge Herbeibrachte Für den Herzog Saß nebenan Kasperle Trübselig Auf der Geldkiste Er kaute An der Wurst herum Die schmeckte Im gar nicht mehr Denn er war Durstig geworden Und sehnte sich Nach dem schönen Quellwasser Das er mit Michele Zusammen getrunken Hatte Dazu wurde es Allmählich dunkel In dem Kämmerchen Das winzige Runde Fenster Mit dem dichten Grün davor Ließ wenig Licht ein Auch ging draußen Der Tag zu Ende Und zuletzt Umgab Kasperle Nachtschwarze Dunkelheit Doch auf einmal Kam ein feiner Schmaler Lichtstreif In die Kammer Und Kasperle Sah zu seinem Erstaunen An der Wand Ein rundes Helles Loch Er rutschte vorsichtig Von seiner Kiste Herunter Tappte sich Zu dem Loch Hin Und sah nun Zu seinem großen Erstaunen Durch die kleine Öffnung Gerade in des Herzogs Schlafzimmer Hinein An der stelle Hing innen In des Herzogszimmer Das bild Eines urahnen In seinem Schwertgnauf War das Kleine Guckloch Und es sah Niemand Im zimmer Kasperles Glitzernde Äuglein Neugierig Hereinspähen Der herzog Lag im Bett Der leibarzt Saß daneben Dabei Noch zwei Herren In dem Einen Erkannte Kasperle Gleich Den grafen Rosemaries Vater Sie sprachen Von der seltsamen Unordnung Die in dem Schlosse Geherrscht Hatte Der herzog Erzählte Davon Dem grafen Der erst Später Gekommen War Kasperle Spitzte Arg Seine Ohren Und dabei Drückte Er sich Fester An die Wand Da rief Drinnen Der herzog Was Raschelt Da So Kasperle Fuhr Erschrocken Zurück Verlor Dabei Das Gleichgewicht Und Purzelte Mit Ungeheurem Getöse Von der Kiste Herab Ujemine Gab das Wieder Einen Aufstand Es ist Nebenan Rief der herzog In dem Saal Schnell Schnell Man Muss Nachsehen Da rannte Und lief Alles Was Weine Hatte In Den Großen Speisesaal Der An Des Herzogs Zimmer Grenzte Die Wände Des Schlosses Waren Ungeheuer Dick Und Es Kam Niemand Auf Den Gedanken Hinter Den Riesigen Schränken Die Speisesaal Standen Könnte Die Mauer Ganz dünn Sein Die Schränke Wurden Abgesucht Geschirr Stand darin Wäsche Lag In den Fächern Von Einem Raschelnden Purzelnden Gespenst War Aber Nichts Zu Sehen Von Der Schmalen Kammer Zwischen Den Wänden Ahnte Niemand Etwas Dem Armen Herzog War Es Vor Schreck Ganz Übel Geworden Als Kasperle Endlich Wagte Wieder Durch Das Löchlein Zu Schauen Sah Er Den Herzog Kamillentee Trinken Und Gerade Hörte Er Den Kammerdiener Sagen Wenn Das Gespenst Nur Nicht Das Kasperle Ist Wer Was Das Kasperle Wie Kommst Du Darauf Der Herzog Richtete Sich Erschrocken Auf Und Machte Solche Böse Kulleraugen Dass Kasperle Sich Flink Zusammenduckte Ja Sagte Drüben Der Diener Ein Landjäger Hat Erzählt Sie Hätten Vor Einiger Zeit Das Kasperle Beinahe In Waldrast Gefangen Doch Sei es Da Wieder Auf Unglaubliche Weise Entwischt Und Nirgends Ist Das Kasperle Seither Gesehen Worden Waldrast Is Nahe Da Ist Es Doch Möglich Dass Sich Der Kleine Kobold Hier Versteckt Hat Ja Ja Rief Der Graf Aufgeregt So Wird Es Sein Sicher Steckt Dieser Unhold Hier Irgendwo Im Schloss Aber Der Herzog Meinte Doch Dies Sei Nicht Gut Möglich Beinahe Möchte Er An Mit Verlaub Sagte Da Der Haushofmeister Der Eben Eingetreten War Ein Gespenst Frisst Doch Nicht Die Räucherkammer Beinahe Leer So Etwas Habe Ich Noch Nie Von Einem Gespenst Gehört Da Riefen Alle Nein Nein Das Hätten Sie Auch Noch Nicht Gehört Und So Etwas Wäre Dem Kasperle Schon Eher Zuzutrauen Und Als Der Haushofmeister Nun Erzählte Wie Viele Würste In Der Räucherkammer Fehlten Da Befall Der Herzog Streng Man Muss Suchen Auf Dem Boden In Den Kellern Überall Auch In den Schornsteinen Und Wer Das Kasperle Findet Dem Gebe Ich Einen Hohen Orden Er Wird Auch Graf Wenn Er Das Nämlich Nicht Schon Ist Das Kasperle Den Unhold Will Ich Aber Streng Bestrafen Wehe Ihm Sie Redeten Alle So Viel Durcheinander Wo Wohl Der Kleine Unhold Stecken Könnte Dass Niemand Den Tiefen Seufzer Vernahm Den Kasperle Ausstieß Ach Es War Schon Schlimm Er War Gefangen Wurde Verfolgt Und Wer Weiß Wie Übel Es Immer Ging Wenn Er Entdeckt Wurde Als Alle Drinnen In Des Herzogs Zimmer Laut Redeten Legte Sich Kasperle Müde Auf Den Fußboden Nieder Vielleicht Konnte Er Seine Angst Verschlafen Und Kasperle Schlief Wirklich Ein Und Im Schloss Schliefen Nach Und Nach Auch Alle Ein Sie Hatten Sich Müde Gesucht Und Schließlich Sagten Alle Es Ist Sicher Ein Gespenst Ja Und Gespenster Findet Man Nicht Selbst Selbst Der Herzog War Eingeschlafen In Seinem Schönen Bett Um Das Kasperle ihn Sehr Beneidete Der Kleine Wachte Aber Mitten In der Nacht Auf Der Mond Schien ihm Gerade Auf Das Gesicht Ganz Wunderlich War Es Hinter Dem Runden Fenster Loch Stand Noch Schief Aber Glänzend Der Mond Und Erleuchtete Die Winzige Kammer Ach Dachte Kasperle Wäre Ich Doch Jetzt Auf Der Wald Wiese Und Weil Er Sich Sehr Arm Und Verlassen Vorkam Seufzte Er Recht Tief Und Vernehmlich Johann Schrie Nebenan Der Herzog Hörst Du Es Hat Geseufzt Jawohl Es Hat Geseufzt Antwortete Der Diener Verschlafen Es Ist Doch Ein Gespenst Das Kam Kasperle Spaßig Vor Dass Er Nun Wieder Ein Gespenst Sein Sollte Er Seufzte Noch Einmal Und Noch Einmal Und Da Schrie Drinnen Der Herzog Man Solle Flink Alles Ableuchten Um Zusehen Was Da Seufze Flugs Schwieg Kasperle Wieder Weil Aufs Neue Das Halbe Schloss Lebendig Wurde Diener Kamen Der Haushofmeister Kam Kammerherren Rannten Herbei Und Alle Lauschten Auf Das Seufzen Aber Kasperle War Mucks Still Da Wurde Es Auch Drüben Still Alle Gingen Wieder Zu Bett Der Herzog War Gerade Wieder Eingeschlafen Als Das Gesäufze Wieder Anfing Das Gespenst Seufzt Wieder Der Herzog Schrie Der Diener Schrie Und Wieder Rannten Alle Herbei Horchten Und Hörten Doch Nichts Kasperle Zappelte Vor Vergnügen Und Bums Klärte Und Dröhnte Die Alte Kiste An Die Er Gestossen War Das Gespenst Das Gespenst Nebenan Redeten Viele Stimmen Durcheinander Und Kasperle Verhielt Sich Nun Ganz Still Denn Auf Einmal Sagt Er Jemand Man Müsse Die Wand Morgen Abklopfen Vielleicht Sei Einmal Jemand Eingemauert Worden Und Der Geistere Nun Herum Das Ist Recht Antwortete Der Herzog Man Soll Morgen Gleich Den Hof Baumeister Holen Oh Weh Da Verging Dem Kasperle Wieder Der Übermut Wenn Der Hof Baumeister Die Wände Abklopfte Fahnte Er Sicher Die Geheime Türe Und Man Entdeckte Ihn Das Kasperle Es Wurde Muck Still Und Nichts Störte Fortan Den Herzog Mehr Dabei Schlief Kasperle Nicht Einmal Der Dachte An Die Flucht Und Er Beschloss Morgen Doch Die Treppe Hinab Zusteigen Vielleicht Fahnte Er Da Einen Ausgang Als Die Sonne Aufging Und Licht Durch Das Grüne Fensterloch In das Kämmerchen Floss Rüstete Sich Kasperle Zur Flucht Seinen Letzten Wurst Zipfel Nahm Er Mit Und Den Geldsack Aus Der Truhe Das Raschelte Und Klirrte Wieder Und Der Arme Herzog Nebenan Erwachte Von Dem Geräusch Weil Es Aber Alles Still Blieb Dachte Er Er Habe Geträumt Er Klingelte Nach Seiner Morgen Schokolade Das Hörte Kasperle Noch Als Er Das Schmale Trepplein In Die Tiefe Hinab Stieg Ach Lieber Himmel Er Hätte Auch Lieber Schokolade Getrunken Als In Die Finsternis Zu Steigen Er Tastete Sich Den Schmalen Gang Entlang In Den Die Treppe Mündete Feucht Und Kühl War Es Und Ein Paarmal Huschte Etwas Vor Dem Erschrockenen Kasperle Vorbei Es Mochten Ratten Sein Kasperle Ächzte Vor Angst In dem Augenblick Die Köchin Des Herzogs Die Morgenschokolade Fallen O Du Meine Güte Schrie Sie Nun Nun Geister Das Hier Auch Hört Nur Alle Küchenjungen Und Küchenmägde Hatten Das Geächte Vernommen Denn Kasperle War Gerade Unter Der Küche Hinweg Gewandert Endlos Schien Der Gang Zu Sein Er Ging Weiter Und Weiter Aber Auf Einmal Sah Kasperle Es In Der Ferne Hell Mit dem Geldsäcklein Vorwärts Kam Plötzlich Sah Er Dicht Vor Sich Dichtes Dichtes Gebüsch Er Kroch Hindurch Da Stand Er Im Wald Und Nicht Weit Davon Lag Das Schloss Kasperle Wollte Weiter Rennen Denn Er Dachte An Die Wächter Die Das Schloss Bewachten Doch Da Hüpfte Und Sprang Es Um In Herum Und Neben Ihm Schrie Michele Endlich Kommst Du Unendlich Kasperle Hielt Nicht An Er Packte Micheles Hand Zog Ihn Mit Sich Fort Die Geißen Folgten Und Erst Als Alle Weit Drinnen Im Walde Waren Begann Kasperle Seine Abenteuer Zu Erzählen Da Sagte Er Stolz Und Hielt Michele Den Geldbeutel Hin Den Habe Ich Mit Gebracht Aber Michele Griff Nicht Nach Dem Beutel Der Sah Den Freund Tiefer Schrocken Kasperle Sagte Er Leise Das Geld Gehört Dem Herzog Das Das Ist Gestohlen Nie Kasperle Riß Seine Augen Weit Auf Ich Habs Doch Gefunden Aber Das Schloß Gehört Dem Herzog Und Alles Was Drin Ist Gehört Dem Herzog Michele War Blutarm Und Er Wäre Himmel Gern Lieber Ein Geigenspieler Statt Ein Knechtlein geworden Und Doch Rührte Er Den Beutel Nicht An Du Musst Das Geld Zurück Tragen Sagte Er Es Gehört Dir Nicht Weißt Du Schon Die Würste Zunehmen Zunehmen War Böse Und Kasperle Mochte Sagen Was Er Wollte Michele Blieb Dabei Da Schaute Das Kasperle Seinen Freund Nachdenklich An Und Flüsterte Leise Du Du Bist Gut Er Ließ Den Kopf Hängen Denn Er Schämte Sich Dass Er Nur Ein Unnützes Kasperle War Er Wäre Auch Gern So Ein Braber Kleiner Menschen Junge Wie Das Michele Gewesen Und So Schrecklich Es Ihm War Noch Einmal Durch Den Langen Finstern Gang Zu Gehen Er Sagte Doch Er Wolle Es Tun Gleich Rieb Michele Ehe Der Hofbaumeister Die Tür Findet Er Kramte Aus Seiner Tasche Ein Stückchen Licht Und Eine Schachtel Streichhölzer Heraus Auf Den Besitz War Er Sehr Stolz Aber Für Den Freund Gab Er Die Herrlichkeiten Hin Und Kasperle Kroch Wirklich Durch Das Gebüsch In Den Unterirdischen Gang Hinein Innen Zündete Er Das Lichtlein An Da War Es Gar Nicht So Schlimm Er Kam Bis Zur Treppe Und Da Wurde Das Kasperle Wieder Unnütz Er Schleuderte Nämlich Den Geldsack Heftig Gegen Die Türe Der Herzog Sollte Noch Einmal Tüchtig Erschrecken Doch Was War Das Die Türe Ging Schreien Erscholl Und Kasperle Rannte Hals Über Kopf Die Treppe Hinab In Den Gang Hinein Das Licht Ging Ihm Aus Er Wagte Gar Nicht Es Wieder Anzuzünden Er Rannte Und Rannte Endlich Wurde Es Hell Er Kroch Durch Das Gebüsch Unweit Davon Weidete Michele Seine Geißen Aus Reißen Rief Kasperle Aus Reißen Michele Ahnte Es Herde An Und Die Armen Geißen Mussten Wieder Laufen Dass Innen Hören Und Sehen Verging Erst Als Sie In dem Ort Angelangt Waren An Dem Die Freunde Sich Zuerst Getroffen Hatten Hielt Michele An Kasperle Sank Ganz Atemlos Zu Boden Michele Brachte Im Wasser Gab Im Brot Und Erst Dann Konnte Der Kleine Schelm Erzählen Was Geschehen War Er Blickte Dabei Michele Verlegen An Was Würde Der Sagen Doch Michele War Eben Auch Ein Bube Mit Freude An Unnützen Streichen Er Lachte Und Meinte Der Herzog Habe Sich Gewiß Über Das Geldsecklein Gefreut Und Nun Wüßten Sie Auf Dem Schloß Doch Wo Die Geheime Schatzkammer Sei Aber Nun Heißt Du Keinen Unterschlupf Fügte Er Traurig Hinzu Hier Zwischen Den Felsen Ist Zwar Eine Kleine Höhle Aber Lange Drinausen Kannst Du Nicht Und Und Michele Tat Einen Ganz Tiefen Seufzer Was Machst Du Wenn Ich Nicht Mehr Komme Kasperle Riss Erschrocken Seine Augen Und Seinen Mund Weit Auf Michele Wollte Nicht Mehr Kommen Ja Warum Denn Nicht Da Erzählte Im Der Kamerad In Den Nächsten Tagen Zögen Sie Mit Ein Rindern Und Geißen Aus Dem Dorf Für Ein paar Wochen Auf Eine Hoch Gelegene Bergwiese Da Müsse Er Mit Um Alle Tage Die Milch Hinab zu Fahren Ich Geh Mit Schrie Kasperle Denn Das Hausen Auf Der Bergwiese Schien ihm Lustig Zu Sein Doch Michele Schüttelte Betrübt Den Kopf Es Geht Nicht Sagte Er Ernsthaft Du Musst Weiter Wandern Hier Finden Sie Dich Bei Uns Ist Auch Schon Ein Landjäger Gewesen Um Nach Dir Zu Suchen Kasperle Ließ Bedrückt Den Kopf Hängen Ach Das Weiter Wandern Machte Ihm Keinen Spaß Mehr Und Am Liebsten Wäre Er In Das Waldhaus Zurück Gekehrt Doch Wo War Das Er Wußte Den Weg Zurück Nicht Mehr Zu Viel War Kreuz Und Quer Gelaufen Und Michele Wußte Es Auch Nicht Der Gab Aber Verständigen Rat Am Letzten Tag Wollte Er Kasperle Ein Großes Brot Herauftragen Der Dafür Seine Batzen Gab Die Schulmeisterin Im Geschenkt Hatte Dann Sollte Der Kleine Immer Oben Auf Dem Bergrücken Weiter Wandern Und Ein Paar Tage Alle Dörfer Meiden Bis Er In Das Fürstentum Es Gelangt Sei Dort Meinte Michele Könnte In Der Herzog Wohl Nicht Fangen Lassen Wenn Du An Einen Blaugelben Grenz Pfahl Kommst Sagte Michele Dann Bist Du An der Grenze Kasperle Versprach Sich Alles Zu Merken Auch Fortan Sehr Vernünftig Zu Sein Er Tat Auch Wie Michele Ihm Geraten Groch In Die Felsen Spalte Als Der Freund Mit Seinen Geißen Heimwärts Zog Und Drin Schlief Er Die Nacht Besser Als Im Gespenster Kämmerlein Ende Des Zwölften Kapitels Dreizehntes Kapitel von Kasperle auf Reisen von Josefine Siebe Diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz Der bunte Garten Das Geldsecklein, das Kasperle so heftig an die Türe geschleudert hatte, war dem Herzog gerade auf den Magen gefallen. Platsch, da lag es, Platsch, da lag auch die Schokolade, und der Herzog schrie, als hätte er das vom Kasperle gelernt. Das Gespenst, das Gespenst, brüllte er, und wieder rannte, wer das Schreien hörte, herbei, und alle starrten in die schmale Kammer hinein, und keiner traute sich recht hineinzugehen. Vielleicht saß das boshafte Gespenst noch irgendwo in der Ecke. Endlich kamen etliche Kammerherren, auch Rosemaries Vater, die untersuchten das Kämmerlein, sahen die Schatzkiste, sahen auch die Treppe und stiegen in den dunklen Gang hinab. Auf dem Flur drängten sich die Küchenmägde zusammen und jammerten, das Gespenst wird uns alle tot machen. Der Der arme Herzog lag ganz Käseweiß in seinem Bette, und der Leibarzt gab ihm Magentropfen und sagte, Kamillentee würde wieder helfen. Ehe der Herzog aber noch Kamillentee getrunken hatte, kamen die Kammerherren zurück, einer hielt einen Wurstzipfel in der Hand und sagte, Den muß das Gespenst verloren haben, und da Gespenster doch keine Würste essen, muß es schon jemand Lebendiges gewesen sein. Das Kasperle war's, rief der Herzog, ich glaube auch, ich habe es gesehen, als die Thüre aufging. Der Graf meinte auch, es könnte wohl Kasperle gewesen sein, denn ein Einbrecher hätte nicht mit dem Geldsack Fangeball gespielt, sondern den lieber mitgenommen. Die ganze Gegend muß abgesucht werden, befahl der Herzog, irgendwo muß doch der kleine Kobold zu finden sein. Als Michele an diesem Abend seine Herde heimtrieb, ging er dicht am Schloß vorbei. Er traf auch eine Küchenmagd und als er die ein bißchen dies und das fragte, da erzählte ihm die flugs alles, was geschehen war. Dem Michele wurde das Herz schwer, und er konnte in der Nacht gar nicht ordentlich schlafen vor lauter Angst um Kasperle. Er trieb am anderen Morgen seine Herde so früh aus, daß die Bauers Frauen schallten, es sei noch bald nachtschlafende Zeit. Als Michele am Schloss vorbeikam, sah das auch noch ganz verschlafen aus. An der Stelle aber, wo der geheime Gang in den Wald lief, stand ein Wächter. Der blickte grimmig drein und schrie Michele zu, nimm heute deine Geißen in Acht, Bub, nachher wird der Wald von Jägern und Hunden abgesucht. Ei da rannte das Michele, und die armen Geißen konnten nicht genug hopsen und springen. Michele trieb sie zu immer größerer Eile an, und der Wächter lachte hinter ihm her. Hätte der nur geahnt, zu wem das Michele eilte? Der fand Kasperle noch in seiner Feldspalte sitzend, und aufgeregt erzählte er ihm die neue Gefahr. Bleib da drinnen, sagte er, ich pflanze flink einen Busch davor, da sieht ich niemand. Und Michele tat, wie er gesagt hatte. Er grub einen Busch aus, pflanzte den vor die kleine Höhle und machte das so geschickt, daß wirklich der Eingang verdeckt wurde. kam, es blieb ganz still im Walde, und gerade sagte Kasperle, nun wolle er ein bisschen herauskommen, als aus der Ferne her lautes Rufen und Hundegebell erklang. Da schlugen den beiden Kameraden die Herzen arg, denn näher und näher kam der Lärm, und auf einmal trat der brummige Matthias mit zwei anderen Jägern aus dem Walde heraus. Als der Förster Michele so ruhig seine Geißen weiden sah, rief er nur hinauf, ist hier jemand vorbeigekommen? Nee, niemand, schrie Michele, und er dachte mit heimlichem Lachen vergnügt bei sich, nun sage ich es doch richtig, wer innen sitzt, ist doch nicht vorbeigegangen. Die Jäger zogen weiter. Einer der Hunde freilich kam angesprungen, der roch am Boden des Kasperles Spur, doch Michele fing jämmerlich an zu schreien, meine Geißen, meine Geißen, da lockte Matthias den Hund zu sich, und Kasperle blieb unangefochten in seiner Felsspalte sitzen. Danach wurde die Ruhe nicht mehr gestört, und wieder zog Michele mit seinen Geißen heim, und Kasperle blieb einsam zurück. Er dachte voll Sehnsucht an des Herzogs Seidnes Bett, da hat er schon weicher drin gelegen, und wieder brach ein heller schöner Tag an. Das war aber ein Abschiedstag. Michele kam mit dem Brot, zum letzten Mal trieb er heute die Geißen aus. Ganz trübselig hockten die beiden Freunde zusammen, und als das Michele scheiden musste, da fing Kasperle bitterlich zu weinen an. Der Freund versuchte ihn zu trösten, aber Kasperle heulte wie ein kleiner Gießbach, und zuletzt heulte Michele mit. Das einsame, verlassene Kasperle tat ihm bitter leid, und am liebsten wäre er mit ihm in die weite Welt gelaufen, zuletzt aber mußten sie doch scheiden. Kasperle blieb allein in seinem Felsloch sitzen, und Michele trieb trübselig seine Geißen heim. Er ließ den Kopf hängen, rannte unterwegs rüffelte ihn grob darum. Der schrie auch, »He, hier treibt sich ein fremder Bube herum!« Und es war gut, dass der brummige Matthias den kleinen Geißen Hirten kannte. So ankam der und wurde nicht weiter nach dem Kasperle gefragt. Kasperle hockte traurig in seiner Höhle. Schlafen mochte er gar nicht, und als der Mond aufging, der nun schon ziemlich voll und rund war, da rüstete sich Kasperle weiter in die Welt hinein zu wandern. Er buckelte das Rucksäcklein auf, das Michele ihm noch von sich gegeben hatte, und in dem das Brot steckte, nahm einen Stock, den ihm der Freund geschnitten, und wanderte in die stille Nacht hinaus. Der Mond goss helle, silberne Lichtströme auf Kasperles Weg. Ganz einsam war der, an Micheles gute Lehren und machte einen weiten Bogen darum herum. Als es Tag wurde, suchte er sich tief im Wald einen verborgenen Platz, da lag er und schlief, bis der Abend dämmerte, dann stand er auf und wanderte weiter. Fünf Nächte lang wanderte das Kasperle so einsam dahin, und sein Brot hatte er bis auf ein Schnitzchen aufgegessen. Endlich erblickte er in der Morgenfrühe einen Grenzpfahl und in der Ebene unten im Tal sah er eine größere Stadt liegen. Er schlief nur ein paar Stunden an diesem Tage, zur Mittagszeit aß er seinen letzten Brotschnitz und dann stieg er ins Tal hinab. Doch die Stadt war ferner, als er gedacht hatte, und die Sonne hatte sich schon ihr schönes rotes Abendkleid angezogen, als Kasperle endlich an einem der Stadttore anlangte. Um die Stadt herum lief nämlich noch eine uralte Mauer, die hatte Tore und Türme, und von den kleinen Turmfenstern herab hingen rote Hängenelken und Geranium blühte daran. Kasperle sah aber gar nicht, wie hübsch das war. Der erblickte etwas viel, viel Schöneres. An der Stadtmauer außen lag ein großer Garten, in dem tausendfältig bunte Sommerblumen blühten. Da säumten die schönen Malven die Wege, golden leuchteten Beete voll gelber Ringelblumen, Rittersporn und Eisenhut, Braut im Haar und Hiobs Tränen, alles blühte dicht nebeneinander. Gelbe Rosen, rote Nelken hingen von der alten Stadtmauer herab, und Kasperle staunte die bunte Pracht an und dachte, der Festsaal im Herzogsschloss sei nicht halb so schön als dieser Garten. Zwischen den Beeten ging ein alter weißbärtiger Mann herum, der begoss sorgsam Pflanze um Pflanze. Er bückte sich, hob die Gießkanne auf, goss sie leer und füllte sie wieder an einem Brünnlein. Es sah aber so aus, als würde ihm dies alles recht schwer fallen, und wie er gerade wieder eine Gießkanne füllen wollte, stand auf einmal Kasperle neben ihm. Der nahm die Kanne, schwipp zu gießen. Dazu lachte er über das ganze Gesicht, und der alte Gärtner lachte mit. Dem gefiel der kleine Helfer, der einfach über den Zaun gestiegen war, ganz gut. Er setzte sich auf eine Bank, und Kasperle goss den Garten. Er meinte, eine vergnüglichere Arbeit habe er noch nie getan. Es gefiel ihm sehr gut in dem bunten Garten, in dem ein kleines, ganz grün überwachsenes Haus stand. Gärtner blinkerte den zutraulich an und fragte, darf ich bei dir bleiben? Der alte lachte. Du bist ja ein schnudiger Bube, sagte er. Wer bist du denn? Woher kommst du? Wie hast du? Kasperle seufzte tief. Bei dem alten Mann ging es ihm wie bei Michele. Er konnte seine Lüge Geschichten nicht erzählen, er schämte sich. Betrübt ließ er den Kopf hängen und der alte Gärtner fragte ernst, doch voller Güte, du bist wohl ausgeließen, kleiner? Wieder seufzte Kasperle, aber sagen konnte er nicht, wer er war, er hatte zu große Angst vor den Menschen bekommen. Dann nahm der alte ihn sacht an der Hand, führte ihn in das kleine Haus und sagte freundlich, bleibe du nur in meinem Garten, morgen sagst du Sie aßen zusammen Abendbrot und der alte Gärtner erzählte von seinen Blumen, wie die wuchsen und blühten und Kasperle wurde nicht müde zuzuhören. Inzwischen war die Sonne ganz unter gegangen und der alte sagte zu Kasperle, er solle schlafen gehen. Er zeigte ihm auch eine kleine Kammer, darin stand ein Bett. Das dünkte dem Kasperle herrlich weich nach den vielen Nächten, die er im Walde auf dem Boden geschlafen hatte. Durch das offene Fenster strömte der Duft der vielen Blumen in die Kammer und wie Kasperle so lag, hub es auf einmal an zu klingen und zu tönen. Eine wundersame Musik war es und Kasperle wurde darüber hellwach. Er hatte noch nie etwas Schöneres gehört als diese feine sanfte Musik. Ganz seltsam ergriff die ihn und er musste weinen. Dicke, dicke Tränen liefen dem Kasperle über das Gesicht. Er dachte an seine Verlassenheit und eine große Sehnsucht nach dem Waldhaus erfasste ihn wieder. Immer lieblicher, zarter wurde das Klingen und zuletzt schlief Kasperle darüber ein. Er schlief sanft bis zum hellen Morgen, bis ihn der alte Gärtner weckte. Komm, sagte der, jetzt wollen wir in den Garten gehen und gießen, damit die Blumen am Tag nicht durstig werden. Es wird ein heißer Tag heute werden. Kasperle sprang vergnügt auf, und vergnügt goß er die Blumen. Manche brauchten viel Wasser, manche hatten nur wenig Durst. Der alte Gärtner sagte ihm das alles, ernannte ihm auch die Blumen. Und dann mußte Kasperle Beeren pflücken, die reif an den Büschen hingen. Er durfte auch davon essen, die anderen mußte er aber in kleine Körbe tun, die gar zierlich mit Blättern ausgelegt waren. Der alte selbst pflückte Frühbirnen von einem Baum. Beide waren sie noch eifrig bei der Arbeit, als etliche Frauen und Kinder kamen. Die kauften das Obst und wollten auch Blumen, sie verlangten Salat und allerlei Gemüse für die Küche. Ihr habt euch einen Lehrburschen zugelegt, sagte eine der Frauen, die Kasperle erblickte. Die Kinder aber starrten den kleinen Gärtner Burschen erstaunt an, und der, dem dies an Gestaune gar nicht recht war, schnitt ihnen blitzschnell sein Räuber Gesicht. Kreischend liefen die Kinder erst ein Stück weg, doch sie kamen gleich wieder und bettelten. Mach noch mal! Da musste Kasperle lachen und schnitt die lustigsten Gesichter. Die Kinder jauchzten laut, und der alte Gärtner und die Frauen sahen erstaunt hin. Ihr habt aber einen putzigen Lehrburschen Meister Helmer? sagten die Frauen. Wo habt ihr denn den her? Der alte Gärtner schwieg. Kasperle kam ihm gar sonderbar vor, und als die Frauen und die Kinder endlich wieder gegangen waren, fragte er seinen kleinen Gast, Eidu, was bist du denn für ein Schelm? Sage doch, worauf hast du deine Grimassen gelernt? Da sah ihn Kasperle treuherzig an, und erzählte ihm nun, wer er sei, aber darüber wurde der alte bitter böse. Schäme dich, sagte er, einem alten Mann solche Lüge Geschichten zu erzählen. Ein Kasperle willst du sein. Mein lebtag habe ich nur nicht gehört, dass ein Kasperle etwas anders als eine Holzpuppe ist. Pui, das ist hässlich, so zu lügen. Kasperle stand ganz verdattert da. Er wusste gar nicht, wie er es dem zürnten Gärtner erklären sollte, dass er wirklich ein Kasperle sei. In dem tat sich die Gartentüre auf und ein feiner junger Mann trat herein. Der schaute verwundert den alten an und sagte Was habt ihr den Meister Helmer? Ich habe euch doch noch nie so schelten hören. Ach sie sind's Herr Severin rief der Gärtner. Nun hört einmal, was mir dieser Schelm, den ich gestern aus lauter Mitleid aufgenommen habe, für Lügengeschichten aufbindet. Er erzählte ärgerlich, was Kasperle ihm eben gesagt hatte, und Herr Severin blickte dabei das Kasperle ernsthaft mit seinen schönen dunklen Augen an. Dann schüttelte er sacht ein wenig den Kopf. Er hat nicht gelogen, Meister Helmer, sagte er, es ist wirklich ein echtes lebendiges Kasperle. Es gibt nur ganz wenige Kasperles in der Welt, und mein Lehrer, der ein hoch weiser Herr war, hat mir einmal erzählt, irgendwo im Atlantischen Ozean biege eine winzige Insel, auf der die wunderschönsten Blumen blühen. Dies sei die Heimat der Kasperles. Blieben sie dort, dann würden sie freilich sehr alt, aber sonst würden sie leben und sterben, wie wir Menschen. Verließ aber ein Kasperle die Insel, dann könne er wohl Jahre schlafen, aber nicht sterben. Er müsse immer ein kleines törichtes Kasperle bleiben, und jedes Kind müsse über ihn lachen. Als Kasperle diese Geschichte hörte, wurde ihm plötzlich ganz Wind und Weh zumute. Er fing bitterlich an zu weinen. Wo seine Heimat lag, hatte er vergessen. Er wusste gar nichts mehr, alles hatte er verschlafen. Aber wie ein Traum war ihm der Gedanke an den blühenden Garten. Da sagte der fremde schöne Mann mitleidig, du armes verlassenes kleines Kasperle du. Das klang beinahe wie gestern die Musik und tröstete Kasperle wundersam. Ganz leicht und froh wurde er wieder, als ihn der fremde Linde streichelte. Meister Helmer schüttelte zwar noch immer den Kopf, die Kasperle Geschichte kam ihm zu sonderbar vor, aber sein kleiner Gast musste noch einmal erzählen, was er alles erlebt hatte. Und Kasperle erzählte und seine Zuhörer lachten und sahen mitleidig drein und suchen, das Waldhaus zu finden, denn das ist nun doch deine Heimat, kleines Kasperle. Bis dahin bleibst du bei mir, sagte Meister Helmer, ich will wohl acht geben, dass dir nichts geschieht. Da war Kasperle vergnügt wie zuvor und als Meister Helmer sagte, gib pflüge Herrn Severin einen Strauß. Da lief er eilig im Garten hin und her und pflückte einen ganz kunterbunten lustigen Strauß. Der Gärtner und Herr Severin lachten, als sie ihn sahen und Herr Severin sagte, dies sei ein so fröhlicher Strauß, wie er noch nie einen gehabt habe. Dann ging er. Er wohnte dicht an dem schönen Garten in einem der alten Stadt Mauertürme und Meister Helmer sagte zu Kasperle, Herr Severin sei ein gar großer Künstler. Wenn er ein Instrument spiele, bekomme es eine Seele. Und von weit her aus fernen Ländern werde oft nach ihm geschickt, er solle kommen, damit etwa eine Orgel auch eine Seele bekäme. Das verstand Kasperle nicht recht, aber er wusste nun, dass es Herr Severin gewesen war, der gestern Abend so schön gespielt hatte. Er freute sich schon darauf, die liebliche Musik wieder zu hören, und wirklich schwebten am Abend die sanften Töne wieder über den blühenden Garten. Die Blumen dufteten und Kasperle saß lange neben dem alten Gärtner vor dem Hause und hatte alle Angst verloren, es könne ihm jemand etwas Böses antun. Am nächsten Morgen sagte Meister Helmer, Kasperle, heute Sonnabend, da kommen viele Leute und kaufen Sonntags Sträuße. Geh, binde welche, binde sie so bunt und lustig wie gestern den für Herrn Severin. Das war eine Lust. Kasperle fing eilends an, Blumen zu schneiden und erbahnt sie so bunt über Ex zusammen, dass Meister Helmer lachen musste, als so Strauß neben Strauß im Brunnenbecken lag. Und wie der Gärtner lachten auch die Leute, die kamen, um Sonntags Sträuße zu kaufen. Selbst eine ganz grießkrämige alte Mume lachte über das ganze Gesicht, als ihr Meister Helmer einen Strauß gab. So einen Strauß habe ich noch nie gesehen, rief sie, ei, da muß man ja lachen, ob man will oder nicht. Immer mehr Menschen kamen, alle wollten sie bunte Kasperle Sträuße haben, und alle lachten sie über den drolligen Gärtner Burschen, der wie ein Hase im Garten herum hüpfte. Er bahnt Sträuße um Sträuße. Endlich sagte der Gärtner, nun sei es genug, sonst blieben keine Blumen mehr übrig. Aber staunend sah er, wie geschickt Kasperle die Blumen gepflückt hatte. Es schien, als fehlten gar keine. Da lobte er seinen kleinen Helfer, und als am Abend Herr Silverin kam, erzählte er ihm, wie brav Kasperle sei. Ja, brav war das Kasperle schon, daneben aber doch ein unnützer Schelm. Ein Kasperle muss eben kaspern, und Kinder müssen lachen, wenn sie ein Kasperle sehen, das ist einmal so. Die Kinder der Nachbarschaft hatten es bald heraus, was Kasperle für ein Schelm war. Die sagten es anderen Kindern, und schon nach etlichen Tagen gab es ein großes Gelaufe zu Meister Helmers Garten. Die Kinder standen am Zaun und warteten, und wenn Kasperle in den Garten kam, tönte gleich ein großes Jubel Geschrei. Dann schnitt Kasperle sein Räuber Gesicht, schaute wie ein dummer August rein, oder machte gar eine Teufels Grimasse. Meister Helmer musste dann wohl auch lachen, aber als Herr Severin das einmal sah, warnte er, Kasperle, Kasperle, du verrätst dich noch. Und schon am nächsten Tage wurde es dem Kasperle Himmelangst. Ein paar Buben riefen ihm nämlich zu, Kasper, kommst du übermorgen mit auf den Jahrmarkt? Da ist ein Kasperle Mann, der kann es sicher nicht so fein wie du. Kasperle vergaß vor Schreck alles Gesichter schneiden. Wenn das der Kasperle Mann war, der ihn überall suchte. Ganz kläglich erzählte er Meister Helmer gab es viel zu tun und merkwürdigerweise kamen gar keine Kinder. Kasperle half fleißig, er hopste und sprang vom Garten ins Haus, war mal da, mal dort, und gerade war er wieder drin, als Herr Severin in den Garten kam. Der trug einen großen schwarzen Kasten auf dem Rücken, ging rasch in das Haus hinein und rief Meister Helmer zu, er möchte ihm flink nachkommen. Innen im Hausflur setzte Herr Severin seinen Kasten hin, öffnete ihn und sagte, flink, flink, Kasperle, geh da hinein. Kasperle gehorchte und klapp, schlug der Deckel hinter ihn zu, und Herr Severin setzte sich auf den Kasten und begann fein und lieblich auf seiner Geige zu spielen. Doch er kam nicht weit. Mit ungeheurem Geschrei rannten viele Kinder in das Haus hinein. Ihnen folgte der Kasperle Mann und ein paar Wächter und alle brüllten sie. Wo ist das Kasperle, wo ist das Kasperle, wir wollen Kasperle fangen, der Herzog verlangt Kasperle, wo ist es, wo ist es? Ein paar Buben aber tuschelten leise Meister Helmer zu. Wir helfen ihm, dass er ausreißen kann. Meister Helmer schaute sich verdutzt um. Kasperle war eben hier, murmelte er und Herr Severin nickte und sagte auch, er war eben hier. Dabei spielte er aber ruhig weiter und erzählte, Meister Helmer, ich verreise, da ich habe schon meinen Koffer gepackt, morgen ganz früh reise ich mit der ersten Post. Das ist ja ganz gleich gültig, ob sie reisen oder nicht, schrie der Kasperle Mann grob, das Kasperle müssen wir finden, es muss hier sein. Wir suchen das Haus ab, riefen die Wächter streng und sahen Herrn Severin drohend an. Der nickte freundlich, ja, das tun sie nur, vergessen sie aber den Garten nicht. Zuletzt war er ja im Garten, sagte Meister Helmer, der das wirklich glaubte. Bei sich dachte er, hoffentlich hat er schon ausreißen können. Da rasten Kasperle Mann, Wächter, Kinder, nahm seinen Kasten auf den Rücken, seine Geige unter den Arm und sagte Meister Helmer solle ihn heute Abend doch noch einmal besuchen. Dann ging er leise singend aus dem Haus, durchschritt den Garten und niemand hielt ihn auf. Alle suchten und suchten. Der Kasperle Mann kletterte selbst auf die Stadtmauer und überzeugte sich, ob Kasperle wohl da hätte ausreißen können. Und dann liefen Kasperle Mann, Wächter sucht. Sie schauten sogar in Salz Fass in Meister Helmers Kaffeetopf. Kasperle war nirgends zu sehen. Der Kasperle Mann schrie und klagte. Er riss uns entwischt, weil wir alle ins Haus gerannt sind. Oh, wie dumm, dumm, dumm. Wir werden ihn schon fangen, trösteten die Wächter. Aber papalapapp, ein Kasperle kriegen wir schon. Und dann fragten sie den guten Meister Helmer. Der musste erzählen, wie Kasperle zu ihm gekommen war und was er getan und gesagt hatte. Dazwischen schrie der Kasperle Mann und wischt, und wischt, dumm, dumm, dumm. Und die Wächter riefen Abba, papalapapp, den fangen wir schon. Ein paar Buben aber brüllten plötzlich laut Ausgerissen, Hurra, ausgerissen, Hurra. Und dann rannten sie auf die Straße Sie erzählten es jedem, der es hören wollte, der Kasperle Mann habe seine Bude aufgestellt für den Jahrmarktmorgen und dabei habe er ein Kasperle gezeigt, das genau so ausgesehen habe wie der kleine Gärtnerjunge. Und er habe dabei gefragt, habt ihr schon so einen flinken Kasper gesehen? Da hätten sie gerufen. Meister Helmers Lehrbursche, der sieht so aus. Ja, und so sei es gekommen, und dann brüllten sie wieder die Straße entlang. Ausgerissen, Hurra, fein, 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 ausgerissen. Der Kasperle Mann aber ärgerte sich schwefeilgelb. Je mehr die Buben brüllten, desto zorniger wurde er. Morgen hätte ich Graf sein können, schrie er, wenn dies blitzdume, formale, deite Kasperle nicht wieder ausgerissen wäre. Dum, dum, dum. Ende des Dreizehnten Kapitels Vierzehntes Kapitel von Kasperle auf Reisen von Josefine Siebe Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Die Reise mit Herrn Severin Herr Severin hatte inzwischen still den schwarzen Kasten in sein Turmzimmer hinaufgetragen und oben hatte er Kasperle herausgelassen. Ganz verstriezelt sah der sich um, und Herr Severin hatte ein wenig gelacht und gesagt, Kasperle, du kleiner, dummer Schelm, diesmal wärst du beinahe erwischt worden. Ach ja, wirklich, beinahe. Kasperle schlug das Herz laut, wenn er an das Gelärme dachte, das sich um ihn herum erhoben hatte. Nach einer Stunde kam Meister Helmer. Der freute sich herzhaft, als er Kasperle unversehrt wieder sah, und er hätte ihn gern wieder zu sich genommen, aber er stimmte doch Herrn Severin zu, als der sagte, Kasperle muss fort. Morgen reise ich und nehme ihn mit im schwarzen Kasten. Und nun, Kasperle, spitze deine Ohren. Es geht zurück ins Waldhaus. Ich weiß nun, wo es liegt, aber Kasperle hatte gerade vor Freude einen Purzelbaum schlagen wollen, als dies aber ihn zurückhielt. Ein wenig ängstlich sah er Herrn Severin an, und der sagte ernsthaft, »Ja, aber Kasperle, du musst arg vernünftig sein, denn wir kommen an allerlei Orte, wo man dich kennt. In Waldrast soll ich nach der Orgel schauen, und auf Schloss Hirschsprung erwartet mich der Herzog. Da musst du dann immer im Kasten bleiben und darfst keine dummen Streiche machen. Wärst du das können?« Kasperle seufzte schwer, doch dann versicherte er treuherzig, er wolle ganz ungeheuer folgsam sein. Ja, und dabei glitzerten seine Äuglein schon wieder sehr lustig, denn der Gedanke, so ungesehen ins Herzogsschloss und nach Waldrast zu kommen, machte ihm großen Spaß. Viel lieber hätte er freilich Rosemarie und das Michele wieder gesehen, und als er an diesem Abend noch mit Herrn Severin zusammensaß, erzählte er dem viel von den beiden, und der sagte, »Nun, wer weiß, vielleicht sehen wir sie noch. Auf einer Reise trifft man oft wunderlich mit den Menschen zusammen.« Am nächsten Morgen, noch war die Sonne nicht recht aufgegangen, mußte Kasperle in den schwarzen Kasten steigen. Ein wenig eng ging es drin zu, denn Herrn Severins Werkzeug und allerlei mußten auch noch hinein, und Herr Severin meinte, schwer sei das Kasperle schon, als er den Kasten aufhob. Dann ging es hinaus. Im bunten Garten stand Meister Helmer, und da ringsum kein Mensch zu sehen war, durfte Kasperle noch einmal aussteigen und noch einmal flink durch die Gänge laufen. Wie schön war doch der Garten! Kasperle wurde das Herz schwer, als es an das Scheiden von Meister Helmer und seinen vielen Blumen ging. Doch Herr Severin trieb zum Aufbruch, gleich würde die Post vorbeikommen, und Kasperle kroch wieder in seinen Kasten, und da kam schon mit Trara, Trara, die gelbe Postkutsche angefahren. Der schwarze Kasten wurde oben aufgestellt, Herr Severin stieg in den Wagen, und Heidi fort ging die Reise. »Liebstädtchen, ade, Scheiden tut weh«, blies der Postillon, und Rüsselrassel fuhr der Wagen ins Land hinein. Mittags kamen sie an ein Gasthaus, da hielt der Wagen. Die Gäste stiegen aus, und Herr Severin sagte, er müsste ein Zimmer haben und allein essen. Dies halte er immer so. »Bauts hundert«, dachte der Wirt, »das ist aber ein Vornehmer.« Und er ließ Herrn Severin das Essen in einem besonderen Zimmer auftragen. Da spazierte dann Kasperle aus seinem Kasten heraus, schmauste mit, und nachher wunderte sich der Wirt über den gewaltigen Appetit, den der vornehme Herr gehabt hatte. Und weiter ging die Fahrt immer weiter. Endlich kam ein Wirtshaus mit einem feuerroten Ochsen im Wirtshausschild. Da stieg Herr Severin aus und sagte dem Postillon lebewohl. Der meinte, nun müsse der Herr sich aber gewaltig schleppen, denn Waldrast liege hoch in den Bergen, und der schwarze Kasten sei arg schwer. »Wird nicht so schlimm sein«, meinte Herr Severin und schritt am roten Ochsen vorbei auf schmalem Wiesenweg in den Wald hinein. Innen öffnete er den Kasten, und Kasperle durfte nun neben ihm her spazieren. Sie passten beide freilich sehr auf, ob jemand käme, aber niemand begegnete ihnen auf dem Weg. Herr Severin spielte auf seiner Geige, Kasperle hielt tapfer Schritt, und nach etlichen Stunden kroch er wieder in den schwarzen Kasten, denn die Türmspitze von Waldrast wurde sichtbar. Kasperle zog in Waldrast ein. Niemand sah ihn, er aber sah durch sein Guckloch allerlei. Zuerst die Base Mumeline, die auf der Straße stand und auf ein paar Buben schallt. Und dann sah Kasperle das liebe Schulhaus. Er sah Herrn Habermus, der kam, den fremden Künstler zu begrüßen. Kasperle hörte die gute, freundliche Stimme reden, und der Kasten wurde ihm drückend eng. Ganz bitterschwer war es ihm, dass er niemand guten Tag sagen durfte, und als Herr Severin etwas später im Wirtshaus den Kasten öffnete, fand er Kasperle klitschnass von Tränen. Herr Severin tröstete Guck und Linde. Er zeigte Kasperle, dass sie dicht neben dem Schulhaus wohnten. Von seinem Fenster aus konnte Kasperle denen drüben in die Stuben sehen, und gerade wollte er das tun, als die Base Mumeline ans Fenster trat. »Hei!« fuhr da Kasperle zurück. Ganz böse sah er gleich aus, und Herr Severin hob warnend den Finger. »Kasperle, Kasperle, mache keinen dummen Streich!« Kasperle wollte das bestimmt nicht, wenn nur die Base Mumeline nicht gewesen wäre. Aber allemal, wenn er ans Fenster trat, immer erschien sie drüben. Kasperle kam gar nicht dazu, die Schullehrerin und ihre Kinder zu sehen, und er hatte doch so große Sehnsuchten nach ihnen. Ja, als er einmal gerade wieder um die Ecke schauen wollte, öffnete drüben die Base die Türe, und sie kam trip-trap ins Wirtshaus herüber. Die Wirtin war ihre gute Freundin, und Kasperle wusste auch, die war genau so neugierig wie die Base selbst. Er rutschte flink in den Kasten, und nach einem Weilchen kamen auch richtig die beiden Frauen in das Zimmer. Die Base Mumeline sah sich neugierig darin um, und Kasperle hörte sie sagen. »Er hat alles in dem schwarzen Kasten.« »Den machen wir auf«, tuschelte die Wirtin, und schon fingerten die beiden Frauen an dem Kasten herum. Nun wusste Kasperle wohl, so leicht bekam den niemand auf, aber ungemütlich war es ihm doch. Er dachte, »ich verjage sie.« Er steckte den Kopf in sein Rucksäcklein und blies und brummte plötzlich hinein. Ganz schauerlich klang es, und die beiden Frauen fielen beinahe um vor Schreck. »Hu-hu-hu-hu-hu-hu«, tönte es, und die Base Mumeline jammerte, »er hat den Teufel drin.« Aber die Wirtin war beherzter. »Das muß ich sehen«, sagte sie und ging wieder auf den Kasten zu. Aber noch war sie nicht dran, als die Türe aufgerissen wurde und Herr Severin ins Zimmer kam. Der hatte schon unten das Hu-hu-hu-hu-hu-hu vernommen. Die beiden Neugierigen erschraken arg, doch die Base Mumeline faßte sich schnell und rief ganz streng, »Ihr habt einen Teufel im Kasten.« »Ei, nur einen, der es auf Neugierige abgesehen hat«, sagte Herr Severin lachend. »Nehmt euch in Acht, manchmal fährt er auch mit einem lauten Knall heraus.« »Huch«, kreischten die Frauen, und rumpelpumpel rasten sie hinaus, die Treppe hinab, und Kasperle platzte bald vor Lachen in seinem Kasten. Herr Severin lachte mit. Er sagte aber doch, es sei gut, dass sie morgen schon weiter zögen. Kasperle dürfe die Leute nicht mehr schrecken, es könne ihm doch schlecht bekommen. Und am Abend schloss Herr Severin vorsichtig das Zimmer. Er ging noch in das leere Haus hinüber, und er dachte, dass Kasperle einschließen ist schon am sichersten. »Aber auch am langweiligsten«, dachte Kasperle. Der sah immer wieder geschwinde einmal zum Fenster hinaus, und als draußen alles still geworden war, hockte er sich auf das Fensterbrett und blickte sehnsüchtig nach dem Schulhaus hinüber. »Ach, nur einmal hineinsehen hätte er mögen.« Gerade vor seinem Fenster stand ein dicker Holzapfelbaum. Wenn er an dem Baum hinabkletterte, dann... Aber da dachte er an Herrn Severins Verbot. Auch lag unten ein Hund, und die Geschichte kam ihm etwas bänglich vor. Aber ein paar unreife Holzäpfel der Base Mummelina ins Zimmer zu werfen, das ging vielleicht doch. So platsch ins offene Fenster hinein, das wäre doch ganz spaßig. Die Base wurde immer fuchswild über so etwas. Kasperle kicherte leise vor sich hin, griff in die Äste und pflückte etliche Äpfel. Das Werfen konnte er gut, und so ging es, eins, zwei, drei, wirklich glatt in der Base Stube hinein. Wohin die Äpfel trafen, das sah Kasperle nicht. Aber ein arges Zetergeschrei hörte er, es klärte etwas, und er rutschte erschrocken vom Fensterbrett herab. Drüben hatte er wohl ein Unheil angerichtet. Der Lärm dauerte eine Weile an, dann wurde es still. Im Schulhaus saß die Base Mummelina im Ofenwinkel und heulte, und alle standen um sie herum und trösteten sie. Auch Herr Severin stand dabei, und der dachte immerzu, Kasperle, du bist ein arger Schelm. Da war die Base in ihr Zimmer gekommen und hatte einen Wasserkrug getragen, und just als sie eben an der Türe stand, kam es eins, zwei, drei. Klirr, ging ein Krug in Scherben, Bums, flog ein großer Apfel an der Base recht große Nase. Klirr, einer an den Spiegel, und da soll man nicht schreien und zetern. Die Base sah Herrn Severin schief an und sagte, der Herr werde schon wissen, woher die Äpfel kämen, mit seinem schwarzen Kasten sei das nicht richtig. Da tat Herr Severin ganz böse und sagte, Die Base Mummelina möchte nur kommen, er wolle ja schon den Inhalt des Kastens weisen. Doch davon wollte die Base nichts wissen. Ja, sie lief eiligst in ihr Zimmer und ging sehr geschwinde in ihr Bett. Sie kroch tief unter ihre Decke, aber es flog nun kein Holzapfel mehr in ihre Stube. Herr Severin aber nahm seine Geige und spielte darauf. Das klang fein und lieblich, und in Waldrast vergaßen sie darüber das Zu-Bett-Gehen. Sie lauschten dem schönen Spiel und wünschten, der Geiger möchte noch lang im Dorfe bleiben. Doch kaum glitzerten am Morgen die ersten Sonnenstrahlen auf den Spitzen der Berge, da zog Herr Severin mit seinem schwarzen Kasten von dannen. Das war ein Schlimmer, sagte die Base Mummelina hinter ihm her. Man müsste seinen Kasten untersuchen. Aber das glaubte ihr niemand, am wenigsten der Schullehrer und seine Frau. Ja, der gute Herr Habermus fand die Geschichte mit den Holzäpfeln gar wunderbar und gruselig. Er sagte, »So etwas und noch mehr bringen auch Waldraster Buben fertig. Wer weiß, was es gewesen ist.« An Kasperle dachte niemand. Der zog inzwischen vergnügt mit Herrn Severin den Weg entlang, den er vor etlichen Wochen in Angst gelaufen war. Im Walde war es still und niemand begegnete den Wanderern. Sie schliefen auch im Walde und gelangten endlich an des Michels Hüteplatz. »Michele, ich nicht mehr da«, sagte Kasperle traurig. Aber der Michele war noch da, der saß vor der Felsspalte und pfiff auf einer Flöte, die er sich selbst gemacht hatte. Seine Geißen weideten vergnügt um ihn herum. Da erhob Kasperle laut seine Stimme und Michele sah sich um, als erwache er aus seinem Traum. Und dann sprang er über Steingeröll und Wurzeln, toller als seine Geißen. Er packte Kasperles Hände und drehte den Freund rundum. Er war ganz atemlos vor Freude und konnte erst gar nichts sagen. Kasperle musste erzählen und Herr Severin sprach auch ein Wörtlein dazu. So erfuhr Michele alles. Er selbst war geschwinde mit seiner Erzählung fertig. Er sagte nur, »Den Geißen schmeckt's hier besser, darum bin ich heute mal hergezogen.« »Das hat sich freilich gut getroffen«, Herr Severin sagte es, während er sacht an seiner Geige herumstimmte. Er sah wohl des Micheles sehnsüchtigen Blick. »Da, nimm und spiel mir etwas vor«, sagte er plötzlich und reichte dem Buben die Geige hin. Der erschrak ordentlich. Daheim der Schneider Jakob, der im Dorf zum Tanz aufspielte, der hatte ihn freilich schon manchmal auf seiner Geige spielen lassen. Die sah aber anders aus als die des schönen fremden Herrn. Der Bub wagte kaum, sie recht anzufassen. Doch als er sie hielt, kam die Lust zu spielen über ihn, und er strich zart mit dem Bogen darüber hin. Kasperle machte so große Augen, als er nur konnte, wie Michele spielte. Herr Severin hörte aber still zu, und als Michele verlegen innehielt, sagte er, »Im Herbst, wenn ich heimreise, dann will ich kommen und dich mit mir nehmen. Deiner Mutter will ich für etliche Jahre so viel geben, wie du als Geisenhirt verdienst. Du aber sollst bei mir lernen, was ein rechter Geiger braucht. Willst du?« »Hei, ob das Michele wollte!« Er und Kasperle machten solche Freudensprünge, dass beinahe die Geisen neidisch wurden, weil sie nicht so hoch hüpfen konnten. Und als Herr Severin und Kasperle weiterzogen, blieb das Michele so glückselig zurück, als säße es mitten auf der schönsten Himmelswiese. Geiger sollte er werden, spielen dürfen, was ihm die Bäume vorauschten und das Bächlein flüsterte. Er dachte, »Das verdanke ich Kasperle, allein dem Kasperle.« Und er ahnte nicht, dass Herr Severin bei Kasperles Erzählung gedacht hatte, »Der Bube, der so arm ist und doch ein volles Geldsäcklein zurückweist, von dem niemand etwas ahnt, der gefällt mir. Kann er geigen, dann will ich ihm helfen, ein rechter Künstler zu werden.« Kasperle wurde purzelvergnügt über das Kameradenglück. Er wollte vor lauter Freude singen, aber da sagte Herr Severin geschwinde, »Sei still, sei still, sonst fangen die Bäume an zu schelten über dies Geschrei. Flink, krieche lieber in den Kasten, sonst treffen wir gar noch einen Jäger, der dich erkennt.« Da flitzte Kasperle sehr eilig in seinen Kasten, Herr Severin nahm ihn auf den Rücken und er war heilfroh, als das Schloss vor ihm auftauchte. So ein richtiges, lebendiges Kasperle zu schleppen war wirklich nicht leicht. Im Schloss wurde der fremde Künstler wohl empfangen. Nur wunderten sich alle über den großen schwarzen Kasten, den er bei sich hatte. »Darin ist ein seltenes Spielwerk,« sagte Herr Severin, »das muss ich immer bei mir führen.« Und er verschloss sorgsam das Zimmer. Auch musste Kasperle noch tief ins Bett schlüpfen, damit ihn ja niemand zu sehen bekam. Das war langweilig. Viel lieber hätte er im Schloss etwas herumgegeistert oder zugesehen, wie Herr Severin des Herzogs Spinett eine Seele gab. Herr Severin saß in dem Saal ganz allein, das hatte er so gewollt, als sich sacht eine Türe auftat und ein kleines Mädchen hereinkam. Die ging ganz, ganz leise auf den Fußspitzen und lauschte andächtig, als der Künstler spielte. Herr Severin sah sie an und dachte, »Sie sieht doch aus wie Rosemarie,« »Von der das Kasperle erzählt hatte.« Da ließ er das Spinett singen und er selbst sang halblaut dazu. »Rosemarie, du kleine,« »Rosemarie, du feine,« »Einer hat mir aufgetragen,« »Schönes Grüßlein dir zu sagen.« »Rosemarie, du feine,« »Sage mir, ob du wohl weißt,« »Wie der kleine Schelm doch heißt.« »Kasperle heißt er«, klang es lieblich neben ihm. Rosemarie stand am Spinett und sah Herrn Severin mit ihren großen Augen fragend an. »Wo ist Kasperle?« »Du bist also wirklich Rosemarie«, sagte Herr Severin. »Kasperle kommt ins Waldhaus zurück. Er geht wieder heim.« Rosemarie lächelte holdselig und sie tippte mit feinen Fingerlein auf das Spinett. Da klang es wie »Grüße, Grüße, viele Grüße.« »Ich werde es bestellen, und wenn du schweigen kannst, kleine Rosemarie, dann wirst du auch noch einmal das Kasperle sehen.« Rosemarie sah Herrn Severin ernsthaft an, sie legte ihr Fingerlein fest auf den roten Mund, und dann huschte sie geschwinde aus dem Saal, denn jemand kam, im Nebenzimmer tönten Schritte. Der Herzog war es. Der wollte hören, ob das Spinett nun schon eine Seele habe, und dann wollte er wissen, was für ein seltenes Spielwerk der Künstler im schwarzen Kasten habe. Der Herr Herzog war nämlich etwas neugierig, und er war ganz verdrießlich, als Herr Severin sagte, dies dürfe er nicht zeigen. Dies Spielwerk gehöre nicht ihm, und er habe versprochen, es niemandem zu zeigen. »Ich werde es schon sehen,« dachte der Herzog und ging brummelnd davon. Herr Severin bekam Angst. »Wenn ein Herzog etwas gern will, dann ist das so eine Sache. Wer konnte wissen, ob der nicht seinen Landjägern befahl? Macht mir den Kasten einmal auf.« Sorgenvoll ging er durch die vielen Gänge an vielen geschlossenen Türen vorbei nach seiner Stube, und dabei lief ihm eine schwarze kleine Katze über den Weg. »Halt«, dachte er, »die kommt mir zurecht.« Und er fing schnell das Kätzchen und nahm es mit. In seinem Zimmer saß Kasperle verdrießlich, wie einer, dem die Pfingstfreude verregnet ist. Sein Gesicht wurde aber gleich hell, als Herr Severin ihm von Rosemarie erzählte. »Gewies hat der Herzog Sie mit Ihren Eltern eingeladen,« sagte Kasperle. »Ja, mein Kasperle, jetzt könnte Dir das auch geschehen sein, wenn Du nicht gar so unnütz und neugierig gewesen wärst, aber nun musst Du in den Kamin kriechen, weit hinauf wie ein Schornsteinfeger.« Und Herr Severin erzählte Kasperle von des Herzogs Verlangen. Da bekam Kasperle einen Schreck, denn vor dem Herzog hatte er die allergrößte Angst. Er kroch flink in den Kamin, das ging ganz gut, und Herr Severin steckte das schwarze Kätzlein in den Kasten. Kaum waren sie beide fertig, da kam ein Kammerherr, der sagte, er wolle dem fremden Geiger das Schloss zeigen, der Herzog habe es befohlen. »Und inzwischen will er den schwarzen Kasten sehen,« dachte Herr Severin und lachte heimlich. Er hatte Recht gehabt. Kaum waren die beiden aus dem Zimmer gegangen, als Kasperle Schritte hörte. Stimmen wurden laut und er vernahm des Herzogs Befehl. »Öffnet den Kasten!« »Jemine«, dachte Kasperle, »wie schade, dass ein Kamin kein Guckloch hat!« Er wollte versuchen, etwas zu sehen, und gerade war er bis ans Ofenloch gerutscht, als der Kasten aufging und die schwarze Katze fauchend heraussprang. »Ritsch!« saß sie dem Herzog auf der Schulter und, ehe sie noch jemand fassen konnte, sprang sie zum offenen Fenster hinaus. »Psch!« Kasperle war der Ruß in die Nase gekommen, er musste laut niesen. »Hatzi!« »Psch!« Und »Puh!« quoll eine dicke, dicke Rußwolke aus dem Kamin und der Herzog prustete, spuckte, nieste und dann rannte er aus dem Zimmer und seine Diener rannten ihm nach. Sie dachten alle, die schwarze Wolke sei aus dem Kasten gekommen und der Herzog schallt arg. Der Künstler sah er ein Hexenmeister. Und schämend tat er sich auch. Herr Severin lachte sehr, als er in seine Stube zurückkehrte und die Bescherung sah. Das Kasperle sah aus wie ein kleiner Schornsteinfeger, er gefiel sich selbst gar nicht. Aber Herr Severin half ihm sich waschen, da wurde er wieder blank und kroch vergnügt in seinen Kasten zurück. Danach ging Herr Severin zum Herzog und sagte er wolle fort, denn das wunderbare Spielzeug sei nun beinahe kaputt. Und der Herzog seufzte sehr und bat Herrn Severin inständig, ihm abends noch etwas vorzuspielen. Der Geiger versprach das auch, doch bat er, es dürften keine Kinder dabei sein. Ach, rief der Herzog, die gibt es ja gar nicht im Schloss, nur die kleine Gräfin Rosemarie ist da, die stört doch nicht. Doch, sie stört, sie muss ins Bett, erklärte Herr Severin und tat ganz streng. Da durfte Rosemarie abends nicht in den Saal kommen, um dem Spiel des fremden Künstlers zu lauschen. Aber alle Dienstboten standen hinter den Türen und Herr Severin spielte so wundersam, dass der Herzog zu weinen anfing. Inzwischen aber saß Kasperle selig und vergnügt mit Rosemarie zusammen in seiner winzigen Stube neben Herrn Severins Zimmer. Die wurde nie benutzt und war mehr eine Rumpelkammer, aber den beiden gefiel es ausgezeichnet darin. Der gute Herr Severin hatte Rosemarie gesagt, wo sie Kasperle finden würde. Kasperle erzählte Rosemarie alles, was er erlebt hatte, und dazwischen schmauste er Kuchen und Schokolade. Dies hatte Rosemarie ihm mitgebracht. Rosemarie graute sich nun nicht mehr vor Kasperle, und als der erzählte, wie er immer wieder hatte fliehen müssen, da weinte sie bittere Tränen. »Du armes, kleines Kasperle«, sagte sie sanft, »wie gut, dass du ins Waldhaus zurückkommst!« Dann drohte sie aber auch einmal ein wenig und schallt, »ei, du unnütz, du!« Und alle, die Kasperle geholfen hatten, die Schullehrersleute, Meister Helmer und vor allem das Michele, gewann Rosemarie gleich lieb. Das Michele aber wollte sie sehen. »Der muss auch mein Freund werden, « sagte sie, »und wenn er groß ist und so schön spielen kann wie Herr Severin, dann...« »Heiratest du ihn?« rief Kasperle, und plötzlich rollten ihm die dicken, dicken Tränen über das Gesicht. »Ich bin dann immer noch ein Kasperle«, klagte er. Doch Rosemarie tröstete ihn. Vielleicht hätte er bis dahin seine Heimatinsel gefunden. »Ich will auch suchen, wenn ich groß bin«, versprach sie, »und Michele soll suchen, und Herr Severin tut es sicher auch.« Da war Kasperle schon wieder getröstet. Er stopfte noch den letzten Rest Kuchen in seinen großen Mund, und dann erzählte er noch flink die Geschichte mit den Holzäpfeln. Darüber lachte und lachte Rosemarie, bis Herr Severin kam und sagte, »Ei, flink ins Bett, Rosemarie, du Feine, es ist schon arg spät.« »Auf Wiedersehen morgen«, flüsterte Rosemarie noch, dann huschte sie zum Zimmer hinaus. Es merkte niemand, dass sie noch nicht ins Bett gegangen war. Und nachher träumte sie immerzu von Kasperle, von Michele und von dem schönen, bunten Garten. Doch als sie aufwachte, da war Herr Severin mit seinem schwarzen Kasten weggezogen. Kasperle war fort, Rosemarie konnte ihn nicht mehr sehen. Ende des 14. Kapitels 15. Kapitel von Kasperle auf Reisen von Josefine Siebe Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Wieder daheim im Waldhaus Herr Severin zog mit Kasperle wieder durch den Wald. Abwärts ging's immer tiefer ins Tal hinein, bis sie in einem kleinen Nestlein die gelbe Postkutsche wieder erreichten. Trara, trara, blies der Postillon. Herr Severin stieg ein, der schwarze Kasten wurde aufgeladen und fort ging es in die Weite. Kasper schaute aus seinen Gucklöchern sich die Welt an. Da sah er das Schloss, in dem Rosemarie gewohnt hatte, nun kam der Weg, den er mit dem Grafen von Singerlingen gefahren war. Und weiter ging es immer weiter. Die Postkutsche rollte an einer Schafherde vorbei, ein langer Schäfer bewachte sie. Himmel, das war Damian! Ein Dorf tauchte auf, es war Protzendorf. Bis hierher geht es und nicht weiter, sagte der Postillon. Ja, die Protzendorfer sind fein geworden, zu denen fährt jetzt die Post. Da wurde der schwarze Kasten wieder abgeladen und Kasperle sah durch sein Guckloch die Protzendorfer Kinder den Postwagen umstehen. Seine einstigen Freunde, Windgustel und Wassergustel, stießen sich bald die Nasen daran und die Protzendorfer waren alle miteinander, der Gastwirt voran, arg enttäuscht, dass der fremde Herr nicht bleiben wollte. Sie meinten nämlich, in ihrem Dorf, in dem die Säulein alle auf der Straße herumliefen, müsste es jenem gefallen. Herr Säverin aber dachte bei sich, lieber nicht, dem Kasperle ist halt nicht zu trauen und das wäre doch übel, wenn man ihn so kurz vor dem Ziel erwischen würde. Also nahm er seinen schwarzen Kasten und wanderte weiter und Kasperle konnte weder Florian einen Schabernack spielen noch seine einstigen Freunde begrüßen. Es gab von Protzendorf nach dem Waldhaus einen Fußweg, der führte durch den dichtesten Wald und war wenig begangen. Ihn schlug Herr Säverin ein. Kasperle durfte den Kasten verlassen und beide wanderten fröhlich dem Waldhaus zu. Kasperle sprang wie ein Eichkätzchen und Herr Säverin strichte Fiedel dazu. Wie Vogelzwitschern klang es, wie der Gesang der Nachtigall. Und wie sie beide so dahin gingen, sagte auf einmal eine liebe, warme Stimme, Ach, lieber Gott, das ist ja Kasperle! Ganz tief im Grünen unter einer uralten Tanne saß Liebetraut und neben ihr weidete ein Reh. Herr Säverin blieb stehen, Kasperle aber stürzte mit einem so lauten Jubellaut Liebetraut zu, dass das Reh eilends entfloh. Oh Kasperle, du liebes, schlimmes Kasperle, sagte Liebetraut, wo kommst du her? Nicht böse sein, bettelte Kasperle und huschelte sich an Liebetraut an. Das schöne Mädchen lächelte, sie streichelte des Kasperles Strubbelkopf und sagte froh, Nur gut, dass du wieder da bist, du Schelm, du Ausreißer, du mein kleiner Liebling, du. Und nun erzählte Kasperle, wie es ihm ergangen war und Liebetraut lachte und weinte. Dann sagte sie, der Kasperlemann sei schon zweimal da gewesen und habe gefragt, ob das Kasperle noch nicht zurück sei. Doch könne er hier nichts machen, gerade das Waldhaus liege an der Grenze und der Fürst dieses Landes und der Herzog, die seien nicht gut Freund mitsammen. Hier dürfe ihn drum der Herzog nicht mehr fangen, aber in Protzendorf wohne jetzt ein Landjäger, um aufzupassen und Florian und Damian hätten gesagt, wenn sie Kasperle fingen, würde es ihm übel ergehen. Komm, bettelte Kasperle ängstlich, wir wollen ins Waldhaus. Liebetraut stand auf und alle drei schritten sie dem Waldhaus zu. Jetzt kommt gleich die Grenze, sagte Liebetraut. Kasperle, schlupf link in den Kasten, mir wird so bange, manchmal steht ein Landjäger an der Grenze. Da kroch Kasperle in den Kasten und kaum hatte den Herr Severin wieder zugeklappt, da trat wirklich ein Landjäger aus dem Gebüsch. Halt, schrie der, ich muss alles untersuchen, ob hier nicht jemand ein Kasperle über die Grenze trägt. Herr Severin begann mit seiner Geige zu spielen, wundersam klang es. Dazu sagte er, ich komme von des Herzogs Jagdschloß, aber der Herzog hat mir kein Kasperle geschenkt. Darüber musste der Landjäger lachen und weil er auch dachte, so ein feiner Mann, der so schön spielen kann, was hat der mit einem Kasperle zu schaffen, ließ er Herr Severin und Liebetraut ziehen. Dies war maledeite Kasperle, schallt er. Seit Wochen suchen wir danach, mal ist es da, mal ist es dort und nie fängt man es. Ja, ja, es ist wohl ein schlimmer Schelm, passt nur gut auf, dass es euch nicht an der Nase vorbeiläuft, sagte Herr Severin lustig. Mir nicht, schrie der Landjäger. Ha, ich bin ein ganz schlauer, mir entwischt das Kasperle nicht. Herr Severin fing rasch wieder an, auf seiner Geige zu spielen. Diesmal war es ein heiteres Stücklein, das sollte das Lachen übertönen, das aus dem schwarzen Kasten klang. Kasperle wollte nicht lachen, er konnte aber nicht an sich halten. Er kicherte immer zu und der Landjäger rief Herrn Severin noch nach. Eiher, ihr könnt aber fein spielen, es ist ja beinahe als Lache eure Geige. Passt auf, das Kasperle euch nicht entwischt, rief Herr Severin noch, und da lachte auch Liebe traut. Lachend schritten sie weiter, und auf einmal tauchte das Waldhaus vor ihnen auf. Nun ließ Herr Severin das Kasperle wieder aus dem schwarzen Kasten heraus. Da tat es einen lauten Freudenruf. Vor ihm lag das Waldhaus, ganz umblüht von einem sommerbunten Garten. Seine Fenster standen offen und an einem der offenen Fenster saß Meister Fridolin und schnitzte. Kasperle rannte mit lautem Jubel Geschrei auf das Haus zu und dem Meister Fridolin entfiel sein Schnitzmesser vor Staunen. Ja, was war denn das? Kasperle war wieder da, das Kasperle. Mutter Annettchen kam herbei, sie hielt die Bratpfanne in der Hand, so schnell war sie vom Abendessen kochen weggelaufen. Und Kasperle musste erzählen immerzu und dazwischen musste er essen und Herr Severin wurde genötigt als Gast im Waldhaus zu bleiben. Er bekam das allerschönste Zimmer im Oberstock. Da schaute er ihm der Wald in die Stube hinein und Herr Severin spielte darin bis spät in die Nacht so wunderschön dass Liebetraut auf ihrem Bette saß und vor Freude weinte. Kasperle aber schlief fest und traumlos und als er am nächsten Morgen aufwachte stand Liebetraut an seinem Bette die lachte ihn an und sagte Kasperle weißt du denn du bist wieder daheim bist im Waldhaus Kasperle sprang mit einem Satz aus dem Bett im Waldhaus daheim nun wurde er nicht mehr verfolgt brauchte sich nicht mehr zu verstecken wie herrlich das war Herrn Severin gefiel es so gut dem Waldhaus wie dem Kasperle er musste freilich nach einigen Wochen wieder in die Weite ziehen musste spielen vor fremden Leuten und musste Instrumenten eine Seele geben aber er wollte wiederkommen und dann wollte Liebetraut seine liebe Frau werden und sie wollten und sie wollten alle mitsammen im Waldhaus wohnen auch das Michele denn Herr Severin sagte sein Versprechen müsse erhalten ach das Michele Kasperle kugelte sich im Wald herum vor Freude wenn er daran dachte dass Michele kommen würde dann war er nicht mehr allein dann hatte er einen lieben lieben Kameraden denkst du manchmal noch ans fortlaufen fragte ihn liebetraut manchmal da schüttelte er immer heftig den Kopf und schrie nein 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 ich will immer immer im Waldhaus bleiben er hütete sich auch wohl im Wald über die Grenze zu laufen und als nach etlichen Wochen der Kasperle Mann wieder erschien da kroch Kasperle in das Bett und zog sich die Decke tief über die Ohren aber der Kasperle Mann merkte doch dass Kasperle wieder daheim war er schnüffelte im Hause herum doch liebetraut hatte Kasperles Kämmerlein abgeschlossen und trug den Schlüssel in ihrer Tasche da musste der Kasperle Mann abziehen und Kasperle blieb im Waldhaus er ließ sich auch nicht verlocken als ein paar Tage später ein Handelsmann erschien der ihm wunderschöne Dinge versprach Kasperle war draußen in der Welt gescheit geworden der ließ sich nicht fangen und der Herr Herzog konnte sich so viel ärgern so viel er wollte Kasperle bekam er doch nicht im Winter kam dann Herr Severin wieder im Waldhaus gab es eine stille fröhliche Hochzeit und dann nach einigen Wochen kam ein Gast der gute Herr Habermus war es der brachte das Michele mit da gab es ein frohes Wiedersehen und als Herr Habermus nach etlichen Tagen wieder heimreiste sagte er Kasperle du warst so ein schlimmer Schüler aber ich hätte dich doch gern wieder in meiner Schule sitzen freilich im Waldhaus hast du es am aller besten und das war wahr nirgends fand Kasperle sei es so schön wie im Waldhaus nur vielleicht auf der Kasperle Insel war es noch schöner doch niemand wußte wo die lag niemand kannte des Kasperles eigentliche Heimat Ende des 15. Kapitels Ende von Kasperle auf Reisen von Josefine Siebe Aufgenommen von Bettine